Jetzt werde ich Bart Simpson den ersten Wagen die Bahn runterjagen. Ich äh... Nein, heute will ich auch mal was zuerst machen. Aber du hast mich doch schon beim Schaukeln anschubsen dürfen. Und es war mir eine Ehre, aber ich bin jetzt... Au, hör auf, Miller aus! Friss das Geländer! Warum sind wir beste Freunde? Weil du hinter mir gesessen hast! Die zwei spielen schon eine gefühlte Ewigkeit. Ich erledige das. Lieber Spinner, hol dein Spinnerkind ab. Und senden. Hast du eine Erdnuss gegessen? Nein, hab nur einer Nektarine gerochen. Schon okay. Ich atme durch meine Tränenkanäle. Sagen Sie es, wenn's anfängt zu nerven. Ich glaub, ich muss Ihre Käse-Macaroni wieder rauskotzen. Die darf ich nicht essen. Deswegen hab ich so viel reingestopft. Was zum... Wenn der Vater von dem Kind nicht in einer Sekunde da ist, dann schmeiß ich es in die Mülltonne. Hey Leute, auf meinem Nummernschild steht YOLO und so mein ich's auch. You only live once? Man lebt nur einmal. Ich wiederhole, Katzen haben es besser. Kirk Van Houten. Ich hoffe doch sehr, Sie haben keine Midlife-Crisis. Bitte. Nur weil ich ein neues Auto gekauft, ein paar Kilo abgenommen und einen DJ-Kurs belegt habe, glaubt jetzt jeder, ich hab ne Midlife-Crisis. Dad, du hast mir ein Skateboard gekauft. Das ist für mich. Jetzt setz dich nach hinten und dort kannst du gleich mit dieser Paste das Leder massieren. Jetzt lass ich mir die Zähne bleichen. Es tut mir leid, aber weiß Kirk eigentlich, wie lächerlich er aussieht? Seht mich an. Ich hab Angst davor zu sterben. Oh, Homie. Ich bin ja so froh, dass du mit deinem Leben zufrieden bist, so wie es ist. Du hast denselben Job, dasselbe Auto und dasselbe Haus seit 20 Jahren. Und du wirst nichts anderes mehr haben. Ein Kreislauf, aus dem du niemals, 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 niemals wieder rauskommst. Und du hast kein Problem damit. Wie ich es dir immer sage, Nacht für Nacht für Nacht. Gute Nacht. Kent Brockman ist hier wegen ihres Interviews. Kent, was hört sie her? Die tolle Story, wie wir unsere Fundsachenkiste verloren und wiedergefunden haben? Eigentlich bin ich hier, um über was anderes zu reden. Betrug. Oh, ich dachte, das wäre eine Home-Story. Sie tragen einen Pulli. Diese Journalist hat sie hiermit erwischt. Genau. Channel 6 enthüllt die Wahrheit in 5x2 Minuten täglich. Freut euch schon auf unsere Emmy-Nominierung. Nein, freut euch nicht. Außer Mr. Lago bei seiner Diät betrügt hier keiner. Diese 30 identischen Erlebnisaufsätze sagen etwas anderes. Äh... Habe ich nicht einen anderen Termin? Dies ist ihr allererster Termin. Sehen wir uns das hier mal an. Diese Schule ist korrupter als das italienische Parlament. Wenn diese Kinder unsere Zukunft sind, dann möchte ich nicht weiterleben. Aha. Bitte senden Sie das nicht. Ich sage Ihnen, wer das Völkerballturnier gewinnt, bei den Wetten kann man viel gewinnen. Und das war ein gutes Schlusswort. Nein! Das war Kent Brockman. Zufrieden mit sich selbst. Kein Traum wird je wahr. Man lebt nur einmal. Na, wenigstens bist du gesund. Hä? Mal sehen, ob ich dir das auch versauen kann. Pures Gift. Ich habe es satt, nur einmal zu leben. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber langsam bereue ich, dass ich Yolo gesagt habe. Marge, wenn ich darf, werde ich aufhören, mich über mein Leben zu beschweren und lieber in der Vergangenheit schwelgen. Auf diesen Briefmarken stehen Peseten. Von wem sind die Briefe? Von meinem alten Brieffreund aus Spanien, Eduardo. In der fünften Klasse schrieb man einem Ausländer oder einem Häftling. Ich habe einen Ausländer genommen. Die Häftlinge haben zu schnell geantwortet. Wir haben uns gegenseitig unsere Zukunftsträume geschrieben. Ich wollte der König vom Cheeseburgerberg werden. Habe ich mich verändert oder machen die keine Berge aus Cheeseburgern mehr? Wahrscheinlich ist beides ein bisschen wahr. Das ist traurig. Wie soll mein Junge in diesem Loch Anstatt und Moral lernen? Bitte beruhigen Sie sich. Vielleicht ist dieser sogenannte Betrugsskandal eine Chance, sich auf einen Dialog einzulassen, der etwas Leerhaftes hat. Äh, etwas, etwas, bla bla, ich habe nichts. Schnell, mach dein Foto fürs Jahrbuch. Ich habe eine Lösung. Du hast lang gebraucht, um zu unserer Rettung zu kommen, Lisa. Vielleicht verhindert man Betrug von Schülern am besten, wenn man ihnen vertraut, dass sie nicht betrügen. Das ist alles, was du hast? Ein billiger Kalenderspruch? Ich will damit sagen, wir sollten einen Ehrenkodex erstellen. Nur zu, noch mehr Arbeit für die Lehrer. Die Schüler würden das machen. Lasst sie ausreden. Wenn jeder Schüler schwört, nicht zu betrügen und jeden Betrüger auszuliefern, würde niemand das System betrügen, weil sie alle das System wehren. Ehrenkodex, Ehrenkodex, Ehrenkodex. Ich habe es geschafft. Ich bin durchgekommen. So wie bei der Schlacht in Vietnam durch eine Ohnmacht. Wenn Sie der geheime Liebhaber meiner Frau sind, kommen Sie rein. Ich habe ihr nichts mehr zu bieten. Ich suche meinen Amigo de la Pluma oder Brieffreund. Ah, Eduardo, bist das wirklich du? Warum bist du hier? Um die Seele von Homer Simpson zu retten. Also, wo ist der alter Mann? Ich bin Homer Simpson. Ay, Dios mio, was ist dir passiert? Dios, come a suade, no puedo más me asemble, ¿qué? Hast du deine Haare verloren bei einem Brand, der dich in eine Kuchenfabrik eingeschlossen hat? Schön wär's. March Simpson. Schön, dass Homer auch mal jemanden durch die Post kennenlernt, der kein irrer Außenseiter ist. Ja, Eduardo Barcelona. Oder auf Englisch, Eddie Miami. Homie, ich dachte, ein Besuch von deinem alten Brieffreund würde dich aufmuntern. Wie ich immer den nächsten Brief herbeigesehnt habe aus den Estados Unidos von Homer Simpson. Buenos dias, Eduardo. Eduardo, kannst du mir zurückschreiben und mir sagen, was das heißt? Was ist das uns geworden, Eduardo? Es gab so viele Dinge, die wir tun wollten. Und ich, mein Freund, habe sie getan. Ich sag dir was, Kumpel. Ich hab hier meinen Reichtum. Meine Frau und meine Kinder. Ich hatte acht Frauen und 200 Kinder. Darunter waren Künstlerinnen, Ärztinnen und Revolutionsführerinnen. Hast du auch einen respektlosen Sohn, der dich mit dem Vornamen anspricht? So eine Kreatur kann ich mir nicht vorstellen. Hey, Homer, hast du gerade gefurzt? Hast du gerade gefurzt, Sir? Wenn du meinst. Ganz ruhig, Homer. Ich will helfen, dir ein paar Kindheitsträume zu erfüllen. Wirklich? Jetzt gleich? Ich hab zwei Pizzas bestellt. Ich wollte wissen, welche Stelle da ist. Jetzt gleich, Homer. Hol deinen Mantel. Ich hab ihn geholt, um dich aufzumuntern. Aber ich habe nicht gedacht, dass du alles stehen und liegen lässt, um dich herumzutreiben mit einem Verzeihung. Spannulen. Ich verspreche Ihnen eins, Signora. Wenn ich Ihnen Ihren Mann zurückbringe, wird er sich voller Abenteuerlust in Ihre Ehe stürzen und auf Sie im Schlafzimmer. Ich bin es nicht gewohnt, dass fremde Männer in meiner Nähe das Wort Schlafzimmer sagen. Soll ich lieber sagen, Sala de Amor? Das ist noch viel schlimmer. Sagen Sie es bitte nochmal. Sala de Amor. Hallo Kinder. Hier präsentiere ich euch eine Abschrift des neuen Ehrenkodex der Schule. Und wenn ich es schaffe, dass der härteste Junge der Klasse unterschreibt, werdet ihr alle unterschreiben. Millhouse? Da ist nicht der härteste Junge, der bin ich. Und jetzt der klügste Junge. Millhouse? Er ist nicht der klügste Junge, der bin ich. Und jetzt kommt der Klassentrottel dran. Millhouse? Homer, bist du bereit, dir die Träume eines Zehnjährigen zu erfüllen? Ich habe mir erlaubt, dir dämlichen auszustreichen. Also, dieses Buch mit deinen Kinderzeichnungen wird jetzt zum Leben erweckt. Warum machst du das? Augenblick, bist du verliebt in mich? Äh, verliebt in die Idee, für die du stehst. Juhu! Ich bin eine attraktive Idee, wie die Freiheit. Mit deine Feuerwehrautofahren. Noch eine Runde? Na schön. Vergiss nicht, die Glocke zu läuten. Ich habe es satt, dass Piraten von der Straße mein Stück ruinieren. Ich gehe in meinen alten Beruf zurück. Noch eine Nacht ist, wir haben den süßesten englischen Pudding seit Prinzessin Diana. Wie viel hat es gekostet, das zu inszenieren? Sie haben alles für 10 Dollar beim Comicverkäufer geliehen. Stink mir nicht den Gornschädel voll. Den brauche ich später noch für eine Bar Mitzvah. Nicht vergessen, das ist die erste Prüfung unter dem neuen Ehrenkodex. Das nenne ich effizient und autark. Können Sie das auch weniger geschwollen ausdrücken? Die Antwort ist traurigerweise nicht ja. Ich weiß nicht warum, aber seit ich mir all diese Träume erfülle, fühle ich mich toll. Ach, wenn du glücklich bist, dann bin ich es auch. Was? Das klang aber nicht glücklich. Ich verspüre eine gewisse Melancholie. Hm. Melonenkolie. Das ist nicht hilfreich. Na schön. Was war dein Kindheitstraum? Auf dem Bett zu hüpfen. Aber ich habe meinen Eltern immer gehorcht. Bis zu unserer Hochzeit. Na, dann hüpfen wir doch. Ich bin ein bisschen müde. Können wir nicht einfach wieder kuscheln, Schatz? Das machen wir jeden Abend. Komm schon. Hüpf auf dem Bett. Kann ich Ihnen helfen, Fremder? Oh, ich beobachte nur meine Freund und seine Frau, wie sie sich unschuldig im Bett vergnügen. Das klingt nach einer Sünde. Aber sie sind süß, also nenne ich sie Schokolade. Eduardo, ich habe mich seit Jahren nicht mehr so gut gefühlt. Du bist wie die Zahnfee. Aber du sammelst keine menschlichen Knochen. Ja, ja. Natürlich tue ich das nicht. Also das war's? Ich habe alle meine Träume gelebt? Äh, alle außer eine. Dann müssen wir das durchziehen. Ich lasse nie etwas unbeendet. Das gilt jetzt wie damals, als ich am Schuljahrbuch gearbeitet habe. Gott, gab's da viel Streit. Ich musste da raus. Na schön, Homer. Wenn du willst, dann machen wir es. Der Herausgeber wollte sechs Fotos von diesen Mädchen da reintun, weil sie seine Freundin war. Jeder hat Ärger mit dem Jahrbuch. Mich habe sie falsch buchstabiert. Komm drüber weg. Ha! Nein! Tun Sie nicht, was ich getan habe. Und damit endet unser Sicherheitsvideo. Spring aus dieser Luke raus und du wirst zur Erde gleiten wie der Held deiner Jugend. Rocky, das Flughörnchen. Äh, eigentlich war meine Heldin die Schauspielerin, die Rockys Stimme gesprochen hat. June for Ray. Eine wahre Legende in der Sprechergilde. Ich werde im Flugzeug bleiben und über ihren Einfluss nachdenken. Die hat ihr Leben gelebt. Jetzt musst du deines leben. Hey! Führ sie dich nicht! Ich werde im Schatten deiner Angst fliegen! Wird Homer es schaffen oder wird er einen Krater hinterlassen, der so groß ist wie der, der Jukatan zerstört hat? Das erfahren Sie in unserer nächsten Folge. Fett, platt oder der Homer auf dem heißen Autodach. Erstaunlich. Alles so ruhig und friedlich wie beim Ausbruch einer Grippe-Epidemie. Ich nehme an, dafür bekomme ich ein paar Bonuspunkte. Lisa, du hast leider bereits alle Bonuspunkte, die es gibt. Also hat Willy dir einen Kürbis gezüchtet. Da ist er, Kleine. Willst du, dass ich für dich daraus eine Laterne schnitze? Nein, passt schon so. Nun ja, irgendetwas muss dieses Messer schnitzen. Homer! Du musst nicht flattern. Gleite einfach mit dem Wind. Okay. Flatter, 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 flatter. Ja, gut. Das ist viel besser. Das ist Barts Rucksack. Eine fehlerfreie Mathe-Prüfung? Das ist unmöglich. Hat Bart etwa betrogen? Sind die Tweets vom Papst unfehlbar? Bart, ich werde dich melden! Nein, wirst du nicht. Denn wenn das rauskommt, heißt das, dass dein System versagt hat. Oh mein Gott, du hast die Schwachstelle gefunden! Warum investierst du diese Geisteskraft nicht in deine Ausbildung? Weil ich dann das bin, was ich nie werden wollte. Du! Ich mache es! Ich fliege wie das Flughörnchen, von dem ich wusste, dass ich es bin. Oh, Indigo! Homer! Barry! Ich bin es! Ich spreche in dein Headset! Komm runter, Homie! Man lebt nur einmal, heißt auch, wenn man stirbt, stirbt man. Was ist da los? Hallo? Veräppelst du mich? Du kannst auf deine Frau hören, wenn du tot bist. Genieße den Moment! Der majestätische Adler, er ist genau wie ich, denn er schämt sich seiner Glatze nicht. Er ist so wunderschön. Oh, hat vermutlich eine Mausgesin, die er in Stücke reißen will. Au! Nein! Dämliches höchstes Gebäude von Springfield! Du hast mich in ein veritables Dilemma gestürzt. Die Worte solltest du kennen, weil du den Vokabeltest bestanden hast mit einer Eins. Aber ich habe nachgedacht und all meine Sorgen sind verschwunden. Ich weiß die Lösung, denn ich werde dich dazu zwingen, dich selbst zu stellen. Dann mal viel Glück! Das Einzige, was meine Meinung ändert, ist ein Zeichen von Gott. Junge, es war so unglaublich schön. Ich bin schneller gefallen als die Schallgeschwindigkeit. Na, Bart, war dieses Zeichen groß genug für dich? Na schön, ich werde mich selber stellen. Dann habe ich die Chance, weiter am Nachsitzquill zu arbeiten. Dieser Flicken ist für alle Opfer von Atom-Arschkneifern. Mein Freund, du hast einen Traum gelebt. Egal wie, Homer Simpson hat es durchgezogen. Und hoffentlich weiß ich bald wieder, wer Homer Simpson ist und was er mit mir zu tun hat. Aber ich bereue nichts. Ehrlich gesagt, empfinde ich durch das alles eine Ruhe, die ich noch niemals zuvor empfunden habe. Das macht das Morphium. Können Sie mir das Morphium für immer geben? Niemals! Ein Mensch, der dauerhaft Morphium bekommt, würde nur noch sinnlos lachen. Eduardo! 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 Ich... Oh, es war alles nur ein Traum. Es war nicht nur ein Traum. Und du wolltest mich zum Flughafen fahren. Oh, ja, klar. Darf ich dich vorne rauswerfen oder muss ich zum Check-in mitgehen? Geh einfach so weit mit, wie dein Herz dich trägt. Nicht vergessen, Bart, ich meine Tanz in der Unterhose. Wir wollen die weißen Männer lebend festnehmen. Geht in Ordnung, denkt zu viel. Ich werde deinen Worten folgen. Augen offen halten nach Indianern, den Ureinwohnern Amerikas. Die haben es auf uns abgesehen, weil wir ihnen die Hühnerpest verseuchten Decken angedreht haben. Ich hab meine Munition aufgegessen. Lass die Waffen fallen und küsst die Prärie, ihr Kuhhirn. Warum spielen wir überhaupt dieses blöde, langweilige Spiel? Ich hab meine Murmeln dabei. Oh, das ist das Ende. Ja. Unfähr, Nelson, damals gab's noch gar keine Killmatik 3000. Ach, Unsinn. Die Aufzeichnungen aus der Zeit sind mehr als lückenhaft. Bart, Lisa, es ist Zeit für die Kirche. Milhouse, Zeit für die Kirche. Schlummer, es ist Zeit für deine Gegenstunde. Warum zum Teufel müssen wir denn in die Kirche gehen? Mit deinen ungehobelten Ausdrücken hast du dir deine Frage schon selbst beantwortet. Ihr Kinder müsst Moral und Anstand lernen und dass man seinen Nächsten lieben soll wie sich selbst. Und mit flammenden Schwertern durchbohrten die Aramäer die Augen ihrer Mitmenschen und labten sich an dem, was hervorkwoll. Aber sind wir doch mal ehrlich, wir alle haben uns schon mal der Lust unseres Fleisches hingegeben. Ich bin ein kleiner Wicht, bitte, 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 ich bin ein Wichtelwicht. Ich vermitte mir, dass du mir so etwas spielst, was so absurde Haare hat. Wie ja, wie ein Hegelamt sind diese Haare. Denn sie zeigen uns auf, was gut und böse ist. Und nun wird meine Tochter Jessica, die gerade aus dem Internat zurückgekehrt ist, euch denselben Abschnitt aus der Bibel noch mal vorlesen. Denn einige von euch haben nicht aufmerksam zugehört. Au, es gibt doch einen Gott. Jetzt sei vernünftig, es wäre viel sinnvoller, wenn das Licht aufs Meer rausstrahlen würde. Halt die Klappe, ich weiß schon, was ich tue. Ich hasse das Meer und alles, was darin ist. Auf Wiedersehen und vielen Dank, dass Sie unsere Kirche besucht haben. Wiedersehen. So etwas habe ich noch nie für ein Mädchen empfunden. Meine rastlose Suche ist damit zu Ende. Hallo, ich bin Bart Simpson. Es hat mich unheimlich ergriffen, wie du vorgelesen hast. Gottes Worte haben in meinen Ohren noch nie so überzeugend geklungen. Danke, Art. Aber ich sollte doch besser wieder darüber gehen. Jetzt nimm es doch nicht so tragisch, Bart. Es ist nicht deine Schuld, dass Jessica dich nicht mag. Liegt es an meiner Frisur, an meinem Überbiss oder daran, dass ich seit vier Jahren tagtäglich dieselben Sachen trage? Nein, Bart. Ich glaube, du und Jessica, ihr seid zu verschieden, um miteinander auszukommen. Immerhin ist sie die liebe, nette Tochter eines Reverends und du bist des Teufels Musterschüler. Gut. Sehr gut. Ralph? Jesus hatte keine Räder. Bart Simpson? Ja, Ma'am. Ich möchte bitte in ihre wunderschöne Sonntagsschule zurückkehren. Aber Bart, wir haben dich extra aus der Sonntagsschule ausgeschlossen. Du warst glücklich, wir waren glücklich, jawohl, alle waren glücklich. Besonders der Hamster. Ich habe mein Betragen geändert. Bitte geben Sie mir doch noch eine Chance, Ma'am. Na schön, Bart. Schon die Bibel lehrt, uns zu verzeihen. Klasse, heißen wir unseren verlorenen Sohn willkommen. Er war doch noch nicht verloren. Ach du liebe Zeit. Weißt du, das Schöne an der Sonntagsschule ist, dass wir hier endlich was lernen, was wir im Leben auch verwenden können. Ja, da hast du vollkommen recht. Aber ich muss meinen Stuhl jetzt wieder in diese Richtung rücken. Ich muss Sie irgendwie davon überzeugen, dass ich ein guter Mensch bin. Na schön, jetzt muss ich hier sitzen bleiben und mich benehmen, ganz egal warum. Aufgepasst, Klasse, heute haben wir was ganz Besonderes zum Ansehen und Weitergeben. Dies ist eine Nachbildung der Schleuder, mit der David Goliath erschlagen hat. Ihr könnt sie in Ruhe betrachten, denn ich muss in diesem Aktenschrank etwas suchen. Ich muss den Satan bekämpfen. Ich habe überlegt, ob ich nach dem Unterricht hierbleibe und der Lehrerin beim Aufräumen helfe. Denkst du jemals etwas, was du nicht sagst? Ja! Denen solchen Mädchen kann man einfach nicht gefallen. Dieses ganze Unnötige sich zusammenreißen. Ich bin schon total verspannt in meinem Brustkorbbereich. Ich muss mich entspannen. Der Kilt war nur ein alltägliches Kleidungsstück. Zur Schlacht trugen wir ein langes Beinkleid mit kostbaren Münzen verziert. Und zwar an der Absicht, den Feind mit der Pracht zu blenden. Ach, das ist nichts weiter als das, was Brock mir gegeben hat, ihr puritanischen Kotzbrocken. Ach, das reicht fürs Erste. Zumindest bis ich was Sprengstoffartiges in die Finger kriege. Herzlichen Glückwunsch, Samson. Du bist uns in die Falle getappt und hast damit drei Monate Arrest gewonnen. Es gibt nichts Schöneres als ein Scotchtoberfest. Wirklich nicht. Sie haben mich benutzt, Kinder. Ganz gemein benutzt. Drei Monate. Hallo, Bart. Ich hab gesehen, wie sie dich hinterhältig reingelegt haben. Das war unfair. Kommst du heute Abend zu mir nach Hause zum Essen? Im Ernst? Klar, aber gern. Schön, wir essen um sieben. In einer solchen Situation kann man nur eins tun. Ich kann es einfach nicht glauben, dass mein kleiner Junge heute zu seinem ersten Rendezvous geht. Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht. Alle Vögel sind schon da. Ausgerechnet Bananen. Ach, nicht traurig sein, Homer. Unser Sohn wird nun mal erwachsen. Nein, darum geht's nicht. Hast du das nicht gehört? Sie will Bananen. Und es gibt keine Bananen. Doch. Na, Bart? Wie läuft's denn in der Schule? Jessica schreibt nur Einsen. Ach, in meiner Familie werden Noten nicht so wichtig genommen. Nur was man lernt. Das Zehn. Sechs mal fünf. Macht. Äh, in meiner zukünftigen Karriere spielen Zahlen keine Rolle. Olympischer Goldmedaillen Raketenschlittenmeister. Hm, ich wusste nicht, dass Raketenschlitten eine olympische Disziplin sind. Ich will sie nicht beleidigen, aber mit dem, was sie nicht wissen, kann man ein Lager füllen. Äh, junger Mann, rechtfertige dich. Entschuldigung, manchmal brennt bei mir eine Sicherung durch, was manche sehr charmant finden. Apropos charmant, gestern Abend im Fernsehen lief ein wahnsinnig witziger Film, ehrlich. Der Hauptmacher Martin hieß der, der war unheimlich geil. Immer hat er laut gesagt, er will... Äh, äh. Ich gefälligste Zukunft von meiner Tochter fern. Eine so überflüssige Benutzung des Wortes hintern ist mir noch nicht vorgekommen. Hintern, 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 hintern. Schräglich! Du bist ein schlechter Mensch, Bart, Simpson. Nein, bin ich nicht in Wirklichkeit. Oh, doch, bist du wohl. Und das gefällt mir. Ich bin böse bis auf die Knochen. Dann wollen wir uns mal amüsieren. Aber dein Vater hat gesagt... Dem Reverend hab ich erzählt, ich geh auf mein Zimmer, um zu beten. Sie ist klug, wunderschön und dazu noch verlogen. Viel besser als die lange, hässliche Sarah. Wunderbar, voll clever. Hervorragend, du bist unglaublich, Jessica. Wie du wirfst und fängst deine Spiralen und Schleifen. Es ist, als ob das Toilettenpapier eine Verlängerung deines Körpers wäre. Unmöglich, die Tochter eines Priesters geht niemals mit dir aus. Nein, ich beweise es euch. Hallo, Jessica. Ja? Sollte ich dich kennen? Jessica, wir waren doch... So, das hast du davon, wenn du den Namen eines unschuldigen Mädchens besudest. Wieso? Es tut mir sehr leid, Bart. Aber so werden meine Eltern nie merken, was zwischen uns ist. Außerdem finde ich es noch viel aufregender, wenn das Ganze ein Geheimnis bleibt. Ach, da ist was dran. Hey, wollen wir Skateboard fahren? Ähm, eigentlich würde ich mich lieber mal kurz hinsetzen. Nur eine Sekunde. Ach, komm schon. Das macht doch Spaß. Wow. Jetzt habe ich wieder Energie für alles. Bitte nur zwei Minuten. Jessica, findest du das nicht ein bisschen zu steil? Aber Bart, aus dieser Höhe kann man seinem Wahrnehmungsvermögen nicht trauen. Falls der Straßenbelag weiterhin so einwandfrei bleibt, habe ich vielleicht eine Chance durchzuhalten. Der Lein wird meine Fahrt verlangen, Sam. Ist Leim ausgelaufen? Aber nein, der Leim läuft nicht aus. Oh nein, nichts wird mich jemals bremsen. Au, 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 au. Um Himmels Willen, jetzt läuft der Leim doch noch aus. Nein! Hast du an Bart irgendeine Veränderung bemerkt? Hat er eine neue Brille? Nein, er wirkt so, als ob ihn irgendwas beunruhigt. Vielleicht, weil ihm seine alte Brille fehlt. Wahrscheinlich sollten wir uns doch mehr um Barts Aktivitäten kümmern. Aber er soll nicht das Gefühl haben, dass wir ihn unterdrücken. Na ja, aber vielleicht mir vormunden. So habe ich das nicht gemeint. Oh doch, Marge, gib's zu. Hallo. Oh, wir müssen in die Klasse. Warum so eilig? Wir kriegen Ärger, wenn wir zu spät kommen. Ach, du machst dir viel zu viele Gedanken. Nun komm schon, wenn wir noch eine Weile hierbleiben, dann darfst du auch meine Hand halten. Das war Teamwork, Koppas. Wenn ich die Baby-Schildkröten nicht rette, wer dann? Rettet mich vor den Baby-Schildkröten. Die sind viel zu schnell für mich. Ich kann es einfach nicht glauben, Bart. Ich habe immer gedacht, Jessica wäre so nett. Sie ist wie ein Fliegenpilz. Lieblich von außen und dabei sehr, sehr gifft. Gib mir den Laufpass. Nein, nein, warte, ich habe einen Plan. Noch sieben Jahre werde ich mit ihr zusammenbleiben. Dann heiraten wir. Wenn das erste Baby unterwegs ist, ist sie gezwungen, netter zu mir zu sein. Außerdem habe ich es verdient. Bart, es ist naiv zu glauben, einen Menschen ändern zu können. Abgesehen vielleicht von dem Jungen, der in der Bücherei arbeitet. Macht ihr Lauf und Lauf? Ach, das ist in der Jugendabteilung. Das hier ist nur für junge Erwachsene. Sehr belesen, er ist nur noch ein bisschen wild. Uh, wenn es doch nur jemanden gäbe, der ihn zähmen könnte. Ach, du hast recht, Lisa. Liebe heißt nicht jemanden festnageln. Ich werde sie fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Ich werde sie nicht mehr sehen und nicht mehr mit ihr reden. Es ist vorbei. Vielen Dank für den Ratschwesterchen. Ach. So. Wenn ich so viele Tage überstehe, ohne sie zu sehen, müsste sie vollkommen aus meinem Gefühlsleben verschwunden sein. Okay. Tag 1. Zeit für die Kirche, Bart. Deine kleine Freundin Jessica ist bestimmt auch dort. Nein. Böse Frauen der Geschichte. Von Jezebel bis Janet Reno. Jessica. Bart, sei stark. Du brauchst diese höllische Wildkatze nicht. Ach, Lisa. Sie hat mich mit ihrem wunderschönen Sirenen-Gesang schon wieder hingerissen. Das finde ich mehr als verwirrend. Hey, Bart. Was ist? Was hast du? Weißt du, Jessica? Ich finde, wir sollten lieber damit aufhören, gemeinsam was zu unternehmen. Du machst aus mir noch einen richtigen Verbrecher. Dabei will ich doch nur ein kleiner Gauner werden. Oh, gut. Da kommt der Klingelbeutel. 30 Cent Rabatt bei Shaken Bay. Hora! Das können wir entbehren, March. Wir sind gesegnet. Jessica, was machst du da? Was schon? Man braucht Geld, um ein neues Leben zu beginnen. Mag sein, aber den Klingelbeutel plündern ist eine schwere Sünde. Das weiß sogar ich. Wie du meinst. Jetzt bekommst du keinen Anteil. Darf ich den bitte haben? Bitte alle mal umdrehen. Seht euch das hier an. Was ist denn? Ein Unitarier? Richtig. Das ist ein Unitarier. Nur die Ruhe. Du hast überhaupt nichts Böses getan. Du musst nur alles erklären. Dann werden sie es schon verstehen. Ich hab... Das Geld genommen. Das wissen wir. Er hat gestanden. Okay. Haltet ihn. Er ist aus dem Fenster gesprungen. Mein Junge, wenn du mir in die Augen sehen kannst und sagst, dass du das Geld aus dem Klingelbeutel nicht genommen hast, dann bin ich zufrieden. Ich hab es nicht genommen. Du riesig. Wie kannst du das Wagen hier in die Augen zu bringen und mich anzulegen? Hör auf damit. Ich bin bereit, ihm zu glauben. Dann sag mir bitte, wenn er das Geld nicht genommen hat, wieso er so schöne Sachen trägt. Ach, die Sachen hat er doch schon zur Kirche angehabt. Oho, das passt ja mehr als gut. Bart, mein Schatz. Weißt du, wer das Geld genommen hat? Nein. Siehst du, mein Sohn, die Wahrheit sagen ist doch gar nicht so schlimm. Ich muss mit dir reden. Ich muss sagen, es war nett von dir, dass du mich nicht verraten hast. Augenblick mal, wenn dir tatsächlich was an mir liegen würde, würdest du hier bei mir bleiben. Verstehst du das denn nicht? Gerade weil ich dich mag, komme ich nicht zu dir. Nein, das ergibt keinen Sinn. Na schön, dann habe ich eben einfach keine Lust dazu. Jessica, du bist wirklich wunderschön, aber du bist nicht gerade sehr nett. Ach, du. Wenn du mich so behandelst, warum soll ich dich dann weiter beschützen? Das kann ich dir verraten. Wenn du auspackst, wird niemand dir glauben. Vergiss bitte nicht, ich bin das liebe Pfarrerstöchterchen. Und du bist nur gelber Müll. Hä? Aha, hier versteckst du dich also. Das ist der einzige Zufluchtsort vor dem Spott und den Anschuldigungen der Stadtbewohner. Dieb. Bart, wir dürfen sie damit nicht so davon kommen lassen. Gib's auf, Lisa. Sie ist ein kriminelles Meisterhirn. Mit einem IQ von 108. Sie liest auf dem Niveau von Fünfklässlern und... Ach, ihr Haar duftet nach roten Fruchtgummis. Na und? Ich esse Fruchtgummis jeden Morgen zum Frühstück. Wegen der Unannehmlichkeiten letzte Woche werden wir heute gewisse Vorsichtsmaßregeln bei der Kollekte treffen. Das hätten wir uns nicht gefallen lassen dürfen. Das steigert seine Selbstachtung wohl kaum. Die passenden Worte zur heutigen Kollekte spricht Lisa Simpson, die wir alle im Auge behalten werden. Die meisten von euch haben meinen Bruder schon für schuldig befunden und das ohne jeden Beweis. Aber lehrt uns die Bibel nicht, verdammt nicht, damit du nicht selbst verdammt wirst, Reverend? Das kann nur ganz hinten irgendwo am Schluss stehen. Doch es ist jemand unter uns mit einem schuldigen Gewissen. Nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es falsch wäre, Namen zu nennen. Aber ich dränge die schuldige Person hier, vor den Augen Gottes, vorzutreten und zu gestehen, um dich damit selbst vor den Qualen deiner eigenen inneren Hölle zu erreichen. Ach, ich hab Marihuana-Rauch geschnüffelt in Vietnam. Ich war der Typ, der Star Trek abgesetzt hat. Ich hab meine Autoschlüssel im Bauch von Mrs. Glick verlobt. Ich wende mich an den Dieb, der den Klingelbeutel ausgeraubt hat. Nur du kannst in dem du vortrittst dieser Ungerechtigkeit endlich ein Ende bereiten. Ach, was soll der Quatsch? Es war Jessica Lovejoy! Wenn wir Zimmer durchsuchen, werden wir bestimmt das Geld von der Kollekte finden. Auf zum Zimmer, der Kleine! Ja! Da ist ja das geraubte Geld. Oh ja, riecht nach Kirche. Es ist wohl offensichtlich, was ihr vorgefallen ist. Bart Simpson hat es irgendwie geschafft, sein Schlafzimmer in unser Haus zu buxieren. Jetzt aber Schluss, benutzt mal eure Fantasie! Nein, Dad. Ich war es wirklich. Wegen deines ewigen Gemeckers aufmerksam zu sein. Tja, junge Dame, dann muss ich annehmen, dass wir dich etwas zu voreilig aus dem Internat genommen haben. Man hat mich dort rausgeworfen, Dad. Erinnerst du dich an die Rohrbombe, den Aufruhr im Gesangsverein und den Opferstock in der Schulkapelle? Die Explosion in der Toilette hast du wohl aufvergessen. Komm schon, Dad. Ich verlange, dass du dir auch mal aufmerksam zuhörst. So geht's nicht. Ich bin der Meinung, ihr alle solltet euch bei meinem Sohn entschuldigen. Entschuldigung? Tut uns leid. Soll ich wieder vorkommen? Ach was. Na ja, nicht so schlimm. Wird schon wieder werden. Hallo, Jessica. Hallo, Bart. Bist du gekommen, um mich leiden zu sehen? Nein, ich wollte dir nur sagen, auch wenn es einige Unannehmlichkeiten mit sich gebracht hat, ich persönlich hab ne Menge daraus gelernt. Jetzt bin ich bestimmt etwas weiser. Und bei weitem nicht mehr so naiv. Tja, und ich hab daraus gelernt, dass ich es schaffe, Männer nach meiner Pfeife tanzen zu lassen. Ach, verstehst du das denn nicht, Jessica? Im Grunde hast du überhaupt nichts gelernt. Bart, würdest du die Stufen für mich weiterschauen? Selbstverständlich. Jessica! Ich komme! Ach, der arme Tropf. Ich find es erstaunlich, was manche Typen für ein hübsches Gesicht alles tun. Ohne mich, oh nein. Die wird sich wundern, wie oberflächlich ich den Boden hier nur putze. Ha, 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 ha. Mom, ich will hören, wie die Katzen in ihrer eigenen Kotze ersaufen. Ich verstehe nicht, warum Kinder nichts Lehrreiches gucken können. Kultur ist nicht angesagt. Akzeptier's. Oh? Haha, ja, war ne Sauerei. Darf ich die Decke ablecken? Au. Ich wollte den Kuchen für das heutige Straßenfest backen. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als einen fertigen zu kaufen. Ich brauche einen Preis für Omas originalen, fertiggekauften Napfkuchen. Der Rest ist für Sie. Gehen wir! Das muss wieder ins Regal. Okidoki, Boss. Hey, machen Sie jetzt nicht auf alten Mann, Kumpel. Ich war mal der Haupteinkäufer für die ganze Kette. 71 Läden. Kennen Sie A&P? Wir hießen damals J&G. Wir enttäuschen dich nie bei J&G. Wir waren mal drei, doch das ist nun vorbei. Und wenn ich mit Ihnen knutsche, halten Sie dann die Klappe. Ach, versuchen Sie's. Wir haben graue Wohnungsmarken ausgegeben. Erinnern Sie sich an die grünen Marken? Unsere waren grau. Aufgepasst, Straßenfestloser. Wir sind die Band Ohrengift. Auf dem Hügel darf es Glocken. Aber nie höre ich sie läuten. Nein, nie höre ich sie läuten. Wir haben wohl dasselbe Rezept. Zum Laden fahren, billigen Kuchen kaufen, geschieht denen recht. Boothworks John. Meine Frau und ich sind gerade aus London hierher gezogen. Marge Simpson. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Kleinkönig George. Nun, Marge, meine Frau und ich veranstalten einen Kennenlern-Spiele-Abend am nächsten Sonnabend. Oder wie Sie sagen, nächsten Samstag. Oh, ein Spiele-Abend? Genau, mit Spielen für Erwachsene. Also nicht Spiele für Erwachsene. Spiele, die Spaß machen wie Charade. Oder wie Sie es nennen, Pictionary. Das klingt wundervoll. Das erzähle ich Homer. Und... Zum letzten Mal. Trinken Sie nicht aus dem Würfelbecher. Gut. Oh, ein Pass. Ich weiß nicht. Wir müssen am nächsten Morgen zur Kirche. Die beginnt um elf. Oh, wir gehen auch zum Spiele-Abend. Der Gottesdienst ist auf Montag verlegt. Nun, wenn Sie doch kommen wollen, lassen Sie es uns wissen. Vielleicht werden wir befreundete Pärchen. Jetzt probiere ich das Supermilde-Chili von Ned Flanders. Sie schmecken nur den Löffel. Brillant. Warum sind wir mit keinem Pärchen befreundet? Ah, ganz einfach. Weil befreundete Pärchen ein Mythos sind, den Restaurants mit Vierertischen erfunden haben. Ich will Freunde. Irgendwelche Freunde. Okay, Liebling. Ich rufe die Van Houtens an. Nicht die Van Houtens. Aber... Die geben immer mit ihrem Trip nach Rom an. Das ist jetzt zwölf Jahre her und es war nur ein Stopover. Ich möchte neue Freunde. Darf ich etwas feststellen? Ich bin zufrieden ohne Freunde. Man kann sich auf sich selbst konzentrieren. Und egal, was für eine Kunstform ich wähle, es wird mich inspirieren. Zurzeit stelle ich mir eine lange Romanreihe vor. Gute Nacht. Sie ist zufrieden ohne Freunde? Ich kann mir nichts Traurigeres denken, was meine Tochter zu mir sagen könnte. Es geht noch schlimmer. Am traurigsten wäre es, wenn du am Steuer eine SMS an Lisa schreibst und sie überfährst. Und das Letzte, was sie vor ihrem Tod simst, ist, ich habe deine Nachricht bekommen. Gute Nacht. Die haben alle nicht Unrecht. Nun schlägt die Stunde der Wahrheit bei. Krieg der Formschnittgärtner. Dieses Taj Mahal sollte man den Ganges hinunterspülen. Tut mir leid, Kathy. Geben Sie Schere und Leiter ab. Holen Sie sie sich doch, wenn Sie wollen. Oh, Dankeschön. Warum lief das auf dem Militärgeschichtskanal? Wir gehen zu diesem Spieleabend und wir werden charmant sein und geistreich. Du wirst dort nicht zu viel futtern und wir werden auch nicht zu lange bleiben. Du wirst nicht singen, außer es gehört zu einem Spiel und du nimmst dem Caterer nicht das Tablett aus der Hand. Sei bitte nicht zu laut und sei bitte nicht zu leise. Wenn du zu leise bist, kriegst du diesen Psycho-Look. Und bleib im Wohnzimmer. Geh nicht in ihr Kinderzimmer und guck dir ein Basketballspiel an. Darf ich mir ihr Spielzeug angucken? Nein. Eine Dinnerparty bei den Nachbarn. Wenigstens kann ich was trinken. Einen Drink. Was? Wir gehen da zu Fuß hin, Marge. Darauf freue ich mich schon seit einer Woche. Betrunken in 30 Minuten. Zeig diese App nicht deiner Frau. Du warst charmant genug, um mich für dich einzunehmen. Und an dem Tag hast du nicht einen Drink zu dir genommen. Marge! Homer! Homer! Wissen Sie, ich habe noch mehr Backen. Ich möchte Ihnen meine Frau Wallis vorstellen. Freut mich sehr. Wallis hat sich eine famose Abendunterhaltung einfallen lassen, die uns stundenlang begeistern wird. Wir müssen einen geheimnisvollen Mord lösen und wir sind alle verdächtig. Fantastisch. Ich wollte schon immer mal ein Verbrechen aufklären. Bitte lest nun alle euren Lebenslauf. Ich bin ein bescheidener Farmer aus Yorkshire. Die Bescheidenheit liegt mir im Blute. Das nenne ich Sportsgeist. Wallis und ich versprechen uns von diesem Spiel einen langen Abend voller Divertissement, aufregender Spannung und einen spektakulären Höhepunkt. Wir haben Kostüme geliehen, die den einzelnen Charakteren und der Epoche entsprechen. Wir werden euch verköstigen, wie es der damaligen Zeit und eurem Geschmack nach angebracht ist. Das ist traurig. Wir haben Musik für jedes dramatische Ereignis ausgewählt. Einen Geräuschemacher engagiert. Ich glaube, die Meere hinkt ein klein wenig. Ja, ja. Also für die nächsten drei Stunden heiße ich euch alle willkommen in den Mohren von... Entschuldigung. Hier steht, der Mörder ist Admiral Wainsworth. Wer ist das? Sie haben uns das Spiel kaputt gemacht. Ja, müssen Sie... Herzlichen Dank für alles. Jetzt wird Wallis wieder in ihre schlimme Melancholie verfallen. Geboren. Ferne. Arbeit. Tod. Verloren. Kerne. Atem. Not. Erkoren. Sterne. Auszeit. Rot. Nur damit Sie es wissen, Homer. Sie wären ein schneidiger russischer Graf mit zahlreichen Liebhaberinnen gewesen. Tja, wie wir in Russland sagen. Wiedersehen auf Russisch. Das wird dann ja... Ähm, schöner Abend für einen Spaziergang. Oh, ich wäre gern für einen Moment allein. Willst du noch alleiner sein? Ja. Noch mehr? Was zum... So ist es gut. Ich habe auf der Couch geschlafen und die verschwitzten Kissen umgedreht. Was kann ich sonst noch tun? Ist schon gut. Ich meine, die wollten uns doch von Anfang an nicht auf ihrer Party dabei haben. Wir werden immer irgendwo wie die ausgestoßenen hässlichen Entlein schmoren. Hm. Sag jetzt bloß nicht Enten schmoren. Weil du sonst... Oh, okay. Okay. Was sollen wir tun? Gar nichts. Ich gebe auf. Keine Einladungen zum Essen mehr. Ja. Unser soziales Leben wird nur noch daraus bestehen, dass wir fernsehen und du ab und zu zu Mo gehst. Ich verstehe. Juhu. Na ja, wenn du glaubst, dass es so sein muss. Ja, für uns. Aber nicht für Lisa. Niemals für Lisa. Wir werden ihr helfen, Freunde zu finden. Mit Maggie wäre es vielleicht leichter. Die bekommt immer Posten aus der Kindertagesstätte. Das sind Rechnungen, die überfällig sind. Die werden ihr Blutgeld bekommen. Und Lisa bekommt eine Freundin. Und danach werden wir uns umstylen. Wo bleiben alle ihre Freunde? Ich habe keine Ahnung. Ich habe alle eingeladen, die Lisa je kennengelernt hat. Wer bist du? Gas-Jubner. Ich bin vor zwei Jahren im Fußballteam von Lisa gewesen. Lisa ist in fünf Minuten da. Und der Einzige, der aufgetaucht ist, ist der verschissene Gas-Jubner. Nicht in dem Ton. Oh nein, du hast recht, Homer. Abbrechen, abbrechen. Oh nein. Ich bin als einziger Trottel zu diesem Desaster gekommen. Ich werde nicht gehen, bevor ich eine Party kriege. Bitte. Bitte, Homer. Mach Party für ihn. Gas-Jubner? Echt? Bist du das? Schön wär's. Der Junge konnte Fußball spielen. Geht's euch beiden gut? Ja, 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 klar. Alles bestens. Es, nichts ist los hier. Genau, genau. Gar nichts. Was gibt's zum Essen? Pizza. Mh, ganz viel Pizza. Also dachte ich mir, dass Sie als Ihre Lehrerin mir vielleicht sagen könnten, warum Lisa sich so schwer tut, Freunde zu finden. Marge, um diese Zeit esse ich normalerweise Mittag. Also sag ich nur so viel. Lisa ist einzigartig und wir sind fertig. Aus irgendeinem Grund steht Square Dancing im Lehrplan für den Sportunterricht. Ich werde die Trennmal zu den Mädchen öffnen. Und wenn ihr nicht innerhalb von zehn Sekunden eine Tanzpartnerin findet, dann ist irgendetwas ganz schwer nicht in Ordnung mit euch. Dumm gelaufen, Lisa. Du musst wohl mit Hausmeister Willy tanzen. Pass auf deine Zehen auf. Ich hab meine Spikes dran. Ich tanze gern mit, Lisa. Tumi? Aber du bist aus der anderen zweiten Klasse. Wir treffen uns sonst nur bei Tornado-Übungen. Ach Gott, ich hasse Square Dancing. Sport macht nur Spaß, wenn ein fetter Junge flennt. Also ziehen wir's durch. Schwingt den Partner, schwingt ihn schneller. An den Kopf kriegt er die Bälle. Ha, ha, hey, ha, ha. Endlich. Das hat Spaß gemacht. Ja, das hat es wirklich. Aber ich werde nicht aufdringlich sein. Bis dann. Oh, warte, warte, warte. Ähm, ich wollte nach der Schule rüber in die Vinylerei gehen. Den Schallplattenladen? Ja. Möchtest du mitkommen? Auf die Gefahr hin, dass ich wie eine kaputte Schallplatte klinge? Ja, ja, ja. Sie werden passen. Sie werden passen. Niemand ist so ein großer Jazz-Fan. Selbst die, die es gespielt haben, mussten Drogen nehmen. Ich freue mich, endlich jemanden gefunden zu haben, dem das exotische Tierquiz im Radio genauso gut gefällt wie mir. Also, Matthew, welcher Fisch hat rote Lippen und sieht aus wie eine Fledermaus? Nun, da muss ich nicht lange überlegen. Es gibt nur eine Lösung. Der Rotlippen-Fledermaus-Fisch. Glückwunsch! Sie gewinnen einen Tag Aufenthalt im Käfig der Kobold-Marquis. Siehst du, Marge, die meisten Probleme lösen sich von selbst, wenn man sich nicht um sie kümmert. Willst du noch einen Smoothie? Nur, wenn ganz viel Algen und Schia drin sind. Ach, niemand mag Veggie-Smoothies so gern. Oder überhaupt. Irgendwas stimmt nicht mit dem Mädchen und ich werde ihr so lange folgen, bis ich es rausfinde. Und ich werde dir dabei helfen. Du musst im Hauptquartier sein und die Telefone besetzen. Klasse! Und was sag ich? Lass sie klingeln. Alles klar! Was willst du hier? Ich hab zwei Dinge für dich. Dieser Umschlag wird dein Leben verändern. Für den niedrigen Preis von 5 Dollar. Und ich leg noch einen tollen Ratschlag obendrauf. Neugierig? Wie lautet der Ratschlag? Mach den Umschlag nicht auf. Oh Gott! Mir wird gleich schlecht. Mama hat sie bezahlt, damit sie meine Freundin wird. Das ist für meinen Büchereiausweis. Du willst hier nicht sein. Du genauso wenig. Mom, wie konntest du sie bezahlen, damit sie meine Freundin wird? Antworte mir! Oh, ich habe sie nicht bezahlt, damit sie deine Freundin wird. Ich habe ihr nur Geld für CDs und Eis gegeben. Du hast Eis verschenkt? Ich hätte irgendwann eine Freundin gefunden. Du konntest nicht mal ein verdammtes Jahrzehnt warten, bis ich aufs College komme. Oh, Lisa. Lisa, warte! Oh Gott, oh Gott. Jetzt bin ich der schlaue Elternteil. Tut mir leid, dass sie deinen Tut-mir-Leid-Kuchen abgelehnt hat. Aber irgendwie auch nicht. Ich glaube, ich will damit nur sagen, ich mag Kuchen. Marge, sei nicht verzweifelt. Du hast getan, was alle Eltern tun würden. Nein, ich glaube, ich bin zu weit gegangen. Ich erzähle dir jetzt eine kleine Geschichte über einen pummeligen, unbeliebten Jungen namens Homer. Ist das etwa der Junge, nachdem du mich genannt hast? Das bist du, du Idiot! Der kleine Homer hatte größte Probleme, Freunde zu finden. Niemand wollte ihn besuchen kommen, also beschloss ich, die Sache in die Hand zu nehmen. Ich bezahlte zwei Jungs, Lenny und Karl, dafür, dass Homer sich geliebt fühlte. Diese Geschäftsbeziehung gibt es heute noch. Du bezahlst Lenny und Karl, dass sie meine Freunde sind? Ja, aber Barney will nichts dafür haben. Ah. Ich gebe zu, dass ich mich schon besser fühle. Lisas Tür wurde aufgeschlossen. Dad, ist die Geschichte wirklich wahr? Ich würde keine 10 Cent an einen Löwen zahlen, dass er dich nicht auffrisst. Lisa, sag bitte irgendwas zu mir. Ich werde jedem Psychiater, bei dem ich je bin, sagen, was du getan hast. Oh, die größte Angst einer Mutter. Wow, ich habe Mom zum Heulen gebracht. Eine unvorstellbare Macht, die kann ich einsetzen, um alles zu kriegen, was ich will. Aber im Moment will ich nur, dass Mom aufhört zu weinen. Mom, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Es tut mir so leid. Bitte hör auf. Wow, das heißt, du bist nicht mehr wütend? Es geht mir gut, bestens. Es ist verrückt, aber deine Gefühle zu verletzen, hat meine Laune verbessert. Hm, versuch das zu vergessen. Wenn ich groß bin, werde ich andere Einzelgänger finden. Und wir werden sicher wahnsinnig intensive Freundschaften schließen. Und ich werde dich immer lieben. Glückwunsch zum Muttertag. Muttertag? Kacke. Okay, anfangs wollte ich nur deine Freundin sein, bis ich mir einen schicken Gürtel leisten kann. Aber ich mag dich, Lisa, und ich würde gern weiter deine Freundin bleiben. Gern, aber von jetzt an müssen wir 100% ehrlich zueinander sein. Da hast du absolut recht. Ich bin gar keine Vegetarierin. Hast du schon mal Pferdefleisch probiert? In Japan essen die das roh und... Ah, der Laden wird die ganze Woche lang herrlich duften. Aufhungern, das wollenst du dir nie! Ja! Hey, Homer, woher hast du so viel Geld zum Verbrennen oder versengen? Ja, worin investierst du heimlich? Ihr könnt ja mal raten. Ja, vielleicht Kürbisse. Ja, ganz recht, Barney. Dieses Jahr habe ich in Kürbisse investiert. Und die sind den ganzen Monat Oktober über gestiegen. Tja, ich habe das Gefühl, dass die so etwa im Januar ihren Höhepunkt erreichen. Und bang, dann werde ich abkassieren. Auf Homer und Sergeant Pepper, der merkwürdigerweise hinten aus seinem Rücken rauswächst. Äh, Barney, du musst vor dem Rauchen die Bauchbinde abmachen. Zum Wohl. Homer, Sie Knödelkopf. Ich habe Ihnen hundertmal gesagt, Sie sollen Ihre Kürbisoptionen vor Halloween verkaufen. Na und? Nur keine Panik. Dann werde ich eben eine von meinen Lebern verkaufen. Ich komme auch mit einer aus. Ach, wie soll ich Marge beibringen, dass wir pleite sind? Da hilft nur noch ein Wunder. Ah, mein Haus steht in Flammen. Juhu! Die Versicherung wird uns retten. Hallo, Homer. Marge, wir hatten eine Abmachung. Deine Schwestern kommen nach sechs nicht mehr her und ich esse deinen Lippenstift nicht mehr. Es gibt einen besonderen Anlass. Patty und Selma sind bei der Zulassungsstelle befördert worden. Ja, Homer. Lass doch deine Frau wenigstens einmal einen Erfolg miterleben. Na schön, das ist der letzte Strohhheim. Es wird Zeit, den Abfall rauszubringen. Aber vorher möchte ich euch beide auffordern, zu verschwinden. Ja! Es tut mir leid. Homers Grobheit war nicht so gemeint. Er ist einfach ein sehr komplizierter Mensch. Irrtum! Wann wachst du endlich auf und merkst, was er für ein Stinkstiefel von Mann hat? Zugegeben, du hast ein paar Kinder von ihm. Doch wenn man die Saat gesetzt hat, wirft man die Tüte normalerweise weg. Ich verbitte mir, Homer so runterzuputzen. Er hat vielleicht nicht so viel Erfolg wie ihr, aber dafür kann ich mich auf ihn verlassen. Er sorgt für die Familie. Ach, meine vertrauensselige Matsch, ich darf dich nicht im Stich lassen. Irgendwie werde ich schon Geld auftreiben. Ja, Las Vegas. 100 Dollar auf Rot. Nein! Na schön, ich schicke Ihnen einen Scheck. Wenn mir doch nur eine Erfindung einfallen würde. Etwas, womit man richtig Geld machen kann. Ich muss mich konzentrieren und härter arbeiten, als ich je gearbeitet habe. Ich darf Ihnen gratulieren, Mr. Simpson. Ihre wunderbare Erfindung hat uns alle reich gemacht. Besonders Sie. Sie ist zwar einfach, aber genial. Und sie passt genau in die Handfläche. Jeder Mensch in Amerika hat nun sowas. Und in manchen Fällen sogar drei oder vier. Darf ich es mir wenigstens mal ansehen? Aber wozu denn bitte? Schließlich sind Sie das Genie, das das besagte Produkt erfunden hat. Aber ich möchte doch nicht... Keine Angst, Sie bekommen es zu sehen, sobald wir unsere neue Werbekampagne der Öffentlichkeit vorstellen. Ich will sehen, ich will sehen, aus der Bar. Homer, Homer, wach auf. So früh ins Bett gehen wir doch normalerweise auch nicht. Oh nein, meine Erfindung. Alle meine Geldsorgen werden... Habe ich mich verhört? Befinden wir uns etwa in finanziellen Schwierigkeiten? Ach, Marge, mein getreues Weib. Natürlich nicht. Oh, Lisa, meine kleine Prinzessin. Und wer denkt nicht, dauernd an seinen lieben Rattenjunge? Rattenjunge? Das nehme ich dir übel. Ich habe dir schon mal gesagt, Bart, du sollst nicht an den Wänden knabbern. Was für ein Tag, Milhouse. Die Sonne scheint, die Vögel singen, die Bienen versuchen miteinander Sex zu machen. So habe ich es jedenfalls gelernt. Es ist ein herrlicher, fabelhafter Tag. Fast grandios. Da hast du recht. Warum hast du es dann so eilig, in die Schule zu kommen? Habe ich gar nicht. Wieso hast du es denn eilig? Jetzt reicht's, Bart. Spaß ist Spaß. Aber wenn wir zu spät kommen, gibt's Ärger. Du hast recht, Milhouse. Spaß ist Spaß. Achtung, Schüler, es ist mal wieder so weit, sich die Sportart fürs nächste Schuljahr auszusuchen. Dabei können wir beweisen, wie erwachsen wir sind, indem wir uns bei der Einschreibung ordentlich aufführen. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Die beliebtesten Sportarten sind fast ausgebucht. Zu viele Blitzschwinge! Das wird jedes Jahr schrecklicher. Hast du schon Bart und Milhouse gesehen? Nein, und wenn sie nicht mal da auftauchen, bleibt ihnen nur noch Scheilschwingen. Ich hab schon gar kein Gefühl mehr. Hast du das gehört, Bart? Das war das Verspätungsklingeln. Als dümmliche Schulschwänzer werden sie uns beschimpfen. Auf den kann ich verzichten. Ich kann mich auch allein amüsieren. Jawohl, Sir, 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 ja. Natürlich kann ich dir so viel Geld leihen, wie du brauchst, Homer. Aber, da du über keine Sicherheiten verfügst, möchte ich dir die Beine lieber schon im Voraus brechen. Ich flehe dich an, Mutti, brauche ich tagtäglich. Schlag mir lieber den Schäden ein. Hey, bist du etwa ein Krediteil? Du verstehst doch gar nichts von Finanzen. Schreiten wir zur Tat. Oh nein, heute war Sporteinschreibung. Wie konntest du das vergessen? In der Bücherei klebten überall Zettel. Schreib dich schnell irgendwo ein. Baseball ist schon total ausge... Und Tegwang, so ebenfalls. Da bleibt nur noch ein Kursus übrig. Aber das ist mit Abstand der coolste von allen. Ballett? Tanzen ist was für Mädchen. Dann hättest du früher da sein müssen. Ach, ähm, ich brauche unbedingt eine Stunde meiner Hypothekenrückzahlung. Dafür habe ich durchaus Verständnis, Mr. Simpson, aber laut Computer ist ihr Kreditverhalten miserabel. Da steht ganz klar, dass Sie für jede Art von Kreditkarte gesperrt sind. Außerdem sollen Sie mal einen Hund bei den Hinterbeinen gepackt und wie einen Staubsauger herumgeschleudert haben. Da war ich im dritten Schuljahr. So was wandert alles in Ihren Lebenslauf. Tut mir leid, aber wenn Sie das Geld morgen nicht einbezahlen, ist die Bank gezwungen, Ihr Haus zu pfänden. Sofern Sie es finden, ich werde heute Abend noch die Hausnummer abnehmen. Dann suchen wir nach dem Haus ohne Hausnummer. Dann mache ich auch am Nachbarhaus die Hausnummer ab. Dann suchen wir nach dem Haus neben dem Haus ohne Hausnummer. Na schön, ich gebe es auf, Sie werden Ihr Geld bekommen. Ihr seid meine allerletzte Chance. Das Wasser ist leer, das Ihr ausgetrocknet. Ihr werdet es bestimmt nicht tun, auch wenn ich es mir wünsche. Ihr seid meine letzte Zuflucht, mir Geld zu leihen. Keine Angst, wir werden Dir helfen. Ja. Und wir? Schreibe mir ein Schick aus und dann setz Sie sofort vor die Tür. Was für ein wunderbares Abendessen. Und was für eine wundervolle Familie. Wollt Ihr mich nicht mit dem Steak im Arm fotografieren? Du bist ja heute Abend so gut gelaunt, Dad. Weißt du, Lisa, es ist mir gelungen, heute ein kleines Problem zu lösen. Und um das zu feiern, werde ich mich mit meinem Stuhl zurücklehnen. Schräg liegen. Patty, Selma, was macht Ihr denn hier? Ach, wir wollten einfach mal unerwartet zum Abendessen auftauchen. Na los, hohe Stühle, wie es sich für einen speckigen Schwager gehört. Ich muss leider den Rasen düngen. Zwei 500 Pfund Säcke dürften wohl reichen. Patty, was gefälligst auch, dass du meinen Schwestern nicht das Genick brichst? Ist schon gut, Matsch. Wenn sich hier einer was bricht, dann wohl deine Huma. Wie soll ich das bitte verstehen? Das bedeutet... Das bedeutet ganz einfach, diese beiden wunderbaren Geschöpfe bleiben zum Abendessen. Auf den Erle hätte ich lieber verzichtet. Das war so ein nettes, friedliches Abendessen. Das sollten wir unbedingt feiern. Ich werde uns einen köstlichen internationalen Kaffee machen. Ein Morgen in Montreal. Ihr habt euren Spaß gehabt, jetzt verschwindet. Ach, der Spaß hat noch gar nicht angefangen. Mein Schulter. Ja, und du willst bestimmt nicht, dass Matsch was davon erfährt, ah? Du gehörst uns gewissermaßen, so wie Siegfried Roy in der Hand hat. Es tut mir leid, aber wir haben nur noch Nescafé. Es tut mir wirklich aufrichtig leid. Das macht nichts, du kommst gerade rechtzeitig. Huma hat uns nämlich versprochen, die Füßchen durchzukneten. Tatsächlich? Nein! Ich, äh, ich, äh... Ich werde Ihnen eine Fußmassage machen. Sag mal, muss das sein? Ah, ich würde sagen, du solltest mal den Hühneraugen anfangen. Und dich vorarbeiten zur Nagelbettentzündung. Durchhalten, Bart. Wenn man Ballett tanzt, ist man durchaus kein minderwertigerer Mann. Aufgepasst, Kinder. Heute möchte ich mit euch den Tanz der Elfenköniginnen einstudieren. Ihr könnt entweder eine Elfe sein oder eine Königin. Das bleibt euch überlassen. Oho, wen haben wir denn da? Ein junger Mann, der wohl gern der nächste Baryshnikow werden möchte. Ich will überhaupt niemand sein. Ich habe diesen Unterricht nur gewählt, weil ich dazu gezwungen wurde. Oh, da hat jemand Feuer im Bauch. Aber es erfordert schon ein bisschen mehr, um der nächste Baryshnikow zu werden. Schluss jetzt, Boris. Ballett ist was für kleine Mädchen. Ballett ist was für starke, temperamentvolle, besessene. Nicht für kleine Mädchen. Oh nein. Und nun zieh dein Kostüm an. Du bist eine Elfe. Feierabend. Komm schon, Homer. Auf dem Heimweg kippen wir bei Mo noch einen Doppelten. Vielleicht bleibe ich noch und mache Überstunden. Meine lieben Schwägerinnen sind mal wieder bei mir zu Hause. Jetzt hör schon auf, dich selbst zu bemitleiden. Reiß dich zusammen und besauf dich mit uns. Hast du irgendwas nicht, Mr. Simpson? Ich mag keine Trikots, Ma'am. Bart, so viele deiner Vorbilder haben Trikots getragen. Batman zum Beispiel. Und, äh, Magellan. Ich will nicht zu dieser Sumpfhontruppe gehören. Ich will hier raus und auch aus diesem Gummianzug. Halt! Die Freude an der Bewegung wächst. Der Liebe zum Tanz kann man nicht widerstehen. Die Zehen vibrieren. Irre ich mich oder ist es hier drin soeben fetter geworden? Bitte, um Erlaubnis vorbeischleichen zu dürfen. Erlaubnis vorübergehend ausgesetzt. Erstmal zündest du unsere Zigaretten an. Ihr habt doch schon sechs geraucht. Ihr wollt mich nur ärgern. Komm schon, Homer. Die Worte Schuldgefühl und Schuldsein kommen von Schulden. Das nehme ich euch unbesehen ab. Marge hat auch ein gutes Sprachgefühl. Fragen wir sie doch mal. Nein, nichts, Marge erzählen. Ich bin brav und tue alles. Äh, 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 äh. Schon allein deswegen sollst du auf den Boden kriechen wie ein Hund. Denn du bist ein gemeiner Hund. Aber, äh, äh, ja, Ma'am. Und nun sag, ich bin Homer Simpson, ein niederträchtiger Hund in Hundesprache. Ich bin Homer Simpson. Gut, spring, Homer, spring. Hey, was ist denn hier los? Puh, überhaupt nichts, Marge. Was ist das für ein Zettel? Welcher Zettel? Oh! Nö! Homer, entspricht diese Projektion da der Wahrheit? Du hast dir von meinen Schwestern Geld geborgt? Keine Ahnung. Du kannst nicht von mir erwarten, dass ich all meine Finanzgeschäfte im Kopf hab. Er hat deine gesamten Ersparnisse beim Glücksspiel verjubelt. Oh, du hast es verraten. Raus! Raus! Oh, entschuldige, Marge. Raus! Ich will dich nie im Leben wiedersehen. Dich schon gar nicht. Aber Homer, warum hast du mir das denn verheimlicht? Ich hab mich geschämt, Marge. Ich hab als dein Mann und Ernährer versagt. Ich bin nur noch als Hund verwendungsfähig. Wie geht's dir denn heute? Nicht allzu gut, Lisa. Tja, um ehrlich zu sein, der Ärmste hockt unterm Tisch. Niemand macht mir Frühstück. Jemand, der so hoch verschuldet ist, hat es ja auch nicht anders verdient. Aber ich will dir doch Frühstück machen, Schatz. Wenn das so ist, nehme ich einen Toast mit einer doppelten Portion Butter, Rührei und Schinken. Aber keinen Puderzucker, den hab ich nicht verdient. Naja, vielleicht doch ein bisschen Puderzucker. Haben Sie gesehen? Das war fast sowas wie eine kleine Arabeske. Aber dann hab ich mich voll reingeworfen und ein Demi-Entrechon abgezogen. Aber darauf hab ich's nicht angelegt. Bravissimo, Bart! Nächste Woche haben wir mit unserem Kursus unsere erste Aufführung und du? Du wirst die männliche Hauptrolle tanzen. Ich soll vor der ganzen Schule tanzen? Ich denke, sie leiten hier nur den Unterricht. Ich weiß, dass du in einer Zwickmühle steckst, Bart. Du magst das Ballett. Dennoch hast du Angst, dass die Jungs über dich lachen. Stimmt's? Nein, ich hab Angst, dass die Mädchen mich auslachen und die Jungs mich verprügeln, dass ich rotz und Wasser heule. Hey, Dad, was machst du da? Dein Daddy hat was Wichtiges zu erledigen. Ich suche unter den Stellengesuchen nach einer Nebenbeschäftigung. Aber, Dad, das ist die Witzzeitung vom Jahrmarkt. Oh, kein Wunder, dass Bart zum größten Sexpost der Welt gewählt wurde. Oh, die Schulden werde ich nie zurückzahlen können. Sie kaufen dringend Geld und wissen keinen Ausweg? Entscheiden Sie sich für Eleganz und werden Sie Chauffeur bei Classy Joe. Na, wer sagt's denn? Ich werde Chauffeur, ganz einfach. Na, ein Glück, dass du den Fernseher angemacht hast, Lisa. Ich hab ihn nicht angemacht. Ich glaub, du warst das. Nein, wie dem auch sei. Mach ihn aus. Der ist ja aus. Du musst dich anstrengen, um die Zuschauer für dich zu gewinnen. Die meisten sind zur Strafe herkommandiert. Das sind aber ziemlich viele Leute. Hm, wir haben auch Querulanten von anderen Schulen herbeordert. Dieser komische, stachelhaarige, maskierte Tänzer ist fabelhaft. Ich möchte wissen, wer das ist. Er tanzt graziös und ist trotzdem maskulin. Ich muss zugeben, die Vorstellung gefällt mir. Das erinnert mich irgendwie an den Film Fame. Oder in geringerem Maße an die etwas niveaulosere Fernsehserie, die ebenfalls Fame hieß. Oh Mann, ich kann's nicht glauben, dass mein erster Passagier der Komikerstar Mel Brooks ist. Den Film Frankenstein Junior hab ich geliebt. Dabei hab ich mich zu Tode gefürchtet. Ähm, danke. Hey, spielen wir die 2000-Dollar-Nummer? Ich bin Karl Reiner und Sie spielen sein Gesicht. Das ist nicht so einfach. Dazu muss man ein Genie sein wie Karl Reiner. Den Rhythmus und das Timing können nur er und ich. Tja, heutzutage hat jedes Land seine Nationalhymne. Gab es vor 2000 Jahren etwa auch schon Nationalhymnen? Natürlich gab's das, obwohl wir noch Höhlenmenschen waren. Doch jede Höhle hat ihre Nationalhymne. Die Nationalhymne meiner Höhle werde ich nie im Leben vergessen. Und wie war die Nationalhymne? Alle sollen zur Hölle fahren bis auf Höhle 76. Was ist das für eine Sirene? Was soll denn das? Guten Abend, Simpson. Sie haben einen Kurzschluss in Ihrem Rücklicht. Es hat geblinkt, als Sie abgebogen sind. Zeigen Sie mal Ihren Chauffeur-Führerschein. Chauffeur-Führerschein? Hä? Mel, fest ansteigen! Sie versuchen, ohne einen Gang eingelegt zu haben, zu entkommen. Nehme ich an, Sie haben keinen Führerschein. Fahren wir zur Führerscheinstelle. Die beiden Brüte werden Sie wieder raushauen. Ha! 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 Officer, dieser Mann geht mir ein bisschen auf die Nerven. Würden Sie mich zum Flughafen fahren? Hey, Moment, Sie sind Mel Brooks. Aber mit Vergnügen fahre ich Sie dahin. Danke. Unterwegs könnten wir doch die 2000-Dollar-Nummer spielen. Sie spielen Karl Reiner und ich spiele Polizeichef Wiggen. Hören Sie, warum spielen Sie nicht Karl Reiner und ich spiele Polizeichef Wiggen? Ich hasse Karl Reiner! Seit ich mal in einem Striptease-Club war, hat mich nichts mehr so gerührt. Sie mögen mich. Sie haben mich akzeptiert. Ich brauche diese Maske nicht mehr. Achtung, der maskierte Tänzer bin ich. Bar! Ich bin es, dem ihr zugejubelt habt. Bar tanzt Ballett! Wer tanzt wie ein Mädchen? Ha! Ha! Lacht ihr nur. Ich habe etwas getan, wozu ich Lust hatte. Und wenn ihr mich deswegen als Mädchen beschimpft, bitte sehr. Dann bin ich eben ein Mädchen. Er ist ein Mädchen! Stütz wir uns auf ihn! Ach, denk ans Ballett. Spring. Spring, wie du noch nie im Leben gesprungen bist. Mit dem Sprung hat es wohl nicht so geklappt. Er ist abgestürzt. Na und? Ich glaube, er ist verletzt. Bart, ich bin stolz auf dich. Du hast eine gefühlvolle Seite von dir gezeigt, die sich nicht mehr auslöschen lässt. Vom heutigen Tag an sind wir beide auch geistig verwandt. Aber warum lässt du mich hier liegen? Du siehst doch genau, dass ich in ärztliche Behandlung gehöre. Die dämliche Fahrprüfung bei der dämlichen Führerscheinstelle, wo die dämliche Patty und die dämliche Selma arbeiten. Manchmal habe ich das Gefühl, Gott quält mich. So wie er damals Moses in der Wüste gequält hat. Versucht, Homer. Gott hat Moses versucht. Versucht, du lieber nett zu meinen Schwestern zu sein. Es ist schrecklich für mich, dass ihr euch immer nur streitet. Okay, Matsch. Ich werde mich mit ihnen vertragen. Anschließend werde ich ein paar Schlangen knutschen. Ja, ich werde sie mir umlegen und knutschen. Giftige Schlangen! Das nennt man Sarkasmus. Nun sieh mal einer an, wer braucht uns denn da schon wieder, um seinen Führerschein als Chauffeur zu machen? Entschuldigt, ich bitte euch nur, mich fair zu behandeln. Oh, er hat vergessen, den Seitenspiegel einzustellen. Ein Minuspunkt. Hat den toten Winkel nicht berücksichtigt. Zwei Minuspunkte. Ihr seid erst glücklich, wenn meine Familie mich für einen Versager hält. Du bist ein Versager, Homer. Und wir sind die Sieger. Das musst du begreifen. Oh, Anschnallgurt verdriet wieder ein Minuspunkt. Am Fahrer rummeckern. Zehn Minuspunkte für euch. Markierung ist drei, fünf Minuspunkte. Vertrottelt, ne Million Minuspunkte. Nein. Nur noch eine falsche Antwort und Homer ist wieder mal bei einer Prüfung durchgefallen. Was ist denn das? Oh. Da hat wohl jemand den Kreis nicht vollständig ausgefüllt. Oh. Ha, ha, durchgefallen. Ein schönes Gefühl. Bitte lass mich auch mal. Schön. Oh Mann, wirklich ein wahrer Hochgenuss. Na, Homer, wie war's? Marge hier. Meine Damen, jetzt sagen Sie bloß, dass Sie in einem öffentlichen Gebäude rauchen. Eine derartig schwerwiegende Verletzung der Hausordnung kann ein Geschwisterpaar die Beförderung kosten. Hä? Wer, was, äh, wie, wo, wovon hinsen überhaupt, wieso, was, äh, wie bitte, ich verstehe nicht. Das werde ich mir bestimmt niemals verzeihen. Augenblick mal. Sind das etwa Ihre, Sir? Ja. Ich liebe es, im blauen Dunst zu schweben. Mit zwei Zigaretten? Ich wiege eine ganze Menge. Meine Damen, ich muss mich entschuldigen. Und Sie, Sir, sind schlimmer als Hitler. Homer, äh, ich bin wirklich sprachlos. Du hast unsere Haut gerettet. Bitte verschont mich, ich möchte nicht wissen, wie er an manchen Stellen aussieht. Ich muss sagen, das war einmalig, was du für meine Schwestern getan hast. Für dich habe ich das nicht getan, sondern nur für dich, Marge. Für dich würde ich jemanden umbringen. Bitte sag, ich soll jemanden umbringen. Ach, nein, Homie. Seht ihr, von der Seite habe ich ihn euch immer geschildert, aber ihr wolltet es nicht wahrhaben. Homer. Ähm, äh, es... Es tut uns leid. Wenn wir was für dich tun können, sag's uns. Erlass mir die Schulden. Wir können dich zum Beispiel die Führerscheinprüfung bestehen lassen. Erlass mir die Schulden. Äh, naja. Wir sind schuldenfrei, gehen wir mal. Juhu! Neptun, der achte Planet unseres Sonnensystems. Noch ist er geheimnisvoll, aber wir hoffen auf Fotos von der Voyager 2 im Jahre 1989. Wir haben die Fotos, sogar als Hintergrundbild. Miss Hoover, ich wiederhole, die Stunde, die ich vorbereitet habe, hätte dieses Thema besser behandelt. Aber ich verstehe... Miss Hoover? Es ist Dienstag, Lisa. Taco-Dienstag. Oh. Hä? Ah. Taco-Dienstag! 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 Oh nein, ich werde gleich in die Wischmopp-Unfallstatistik eingehen. Da drin ist nur Platz für einen von uns, Ethel. Ah! 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 Bart, das ist ein sechster Taco. Walt Whitman hat gesagt, wenn irgendetwas heilig ist, dann ist es der menschliche Körper. Faszinian. Meinen Glückwunsch, Freunde. Ihr habt einen weiteren Taco-Dienstag überstanden. Ab in den Eimer bis nächste Woche. Wird dieses Gemüse nicht schlecht? Nein, das wurde genetisch verändert, um frisch zu bleiben. Frage nicht, wie alter Wackelpudding ist. Oh. Overreactor.org warnt, dass über die Hälfte des Gemüses, das in diesem Land verkauft wird, genetisch veränderte Organismen sind, deren Auswirkungen auf Menschen unbekannt sind. Oh. Mom! Deinetwegen habe ich mich verwischt. Die Kreditskarte deiner Eltern wurde mit 20 Dollar belastet. Ich muss zur Kirche. Helen Lovejoy hängt die Listen aus, in die man sich für die freiwilligen Frühlingsdienste eintragen kann. In fünf Minuten sind alle guten Aufgaben weg. Verflixt. Jasper Beardley. Da kommen Sie niemals rüber. Oh. Was zum Teufel ist das? Kuchenauktion weg. Kerzenlöschen auch weg. Babyschlafhilfe. Betreuung des gemischten Kures. Alles ist schon weg. Das Letzte, das da ist, ist... Enthaltsamkeitsberatung für Kinder. Du verteilst Enthaltsamkeitsgelübde und lässt sie unterschreiben. Aber Ned, mit Verboten zu nerven ist dein Ding. Diesen Monat nicht. Edna hat uns zum Tango-Kurs angemeldet. Nur so konnte ich die Weinverkostung umgehen. Hör mal, es ist mir wirklich ausgesprochen unangenehm, mit K-I-N-D-E-R-N über S-E-X zu reden. Nicht diese Worte. Das ist nicht so schwer. Sag ihnen, Gott will, dass sie alles in ihrem Körper ignorieren, was Gott verursacht. Wir haben das Gelöbnis abgelegt. Wir haben erst Sex, wenn wir verheiratet sind. Miteinander. Ihre Hüpfstunden machen sich wirklich bezahlt. Hallo, hallo. Ich bin Marge Simpson. Und ich bin hier, um über eine, äh, wundervolle, äh, schöne Sache zu reden. Apropos schöne Sachen. Schieb mir die Zunge rein. Wie viele sind wegen der Gratiskekse hier? Die gibt's nämlich nicht mehr. Du bleibst hier. Eine unserer klügsten und penetrantesten Schülerinnen hat dieses Speiseplan-Notfall-Meeting einberufen. Lisa? Unsere Schulkantine serviert GVOs, genetisch veränderte Organismen. Nun, um sich diesem Thema ernsthaft zu nähern, spiele ich nun das erste Video, das ich im Internet fand, als ich GVO-Gefahr-Fragezeichen eingetippt habe. Hört, hört! Wenn Wissenschaftler eines lieben, dann ist es Geld. Geld, Geld, Geld. Und das trifft schon seit Urzeiten auf Wissenschaftler zu. Wir müssen nur auf die alten Maya zurückblicken, die in einem unheiligen Experiment Pflanzen und Tiere kreuzten, was dazu führte, dass ein Hotelparkplatz heute 30 Dollar kostet. Wenn sie erstmal dort sind, sind sie fällig. Die Maya hörten nicht auf sich selbst. Und doch spielen wir heute mit unserem Schicksal, indem wir Retroviren verwenden, um sogenannte Super-Lebensmittel herzustellen. Sind wir dazu verdammt, ein Ereignis zu wiederholen, das die Menschheit ausgelöscht hat? Die Antwort liegt in ihrem Mund. Ähm, dieses Video wirkte etwas unwissenschaftlich. Mein Name ist Jenny McCarthy und ich unterstütze diese Propaganda. Oh mein Gott, es ist schlimmer, als ich dachte. Warten Sie hier, während ich richtige Nachforschungen anstelle. Bildet euch keine Meinung, solange ich weg bin. Mach schnell, wir können nicht selbstständig denken. Ich sage, wir sollten genetisch veränderte Organismen nicht kategorisch verbannen. GVOs sind resistent gegenüber Schädlingen, Krankheiten und Dürre. Es wäre möglich, dass GVOs die Hungersnöte der Welt beenden könnten. Dann stopfen wir diese GVOs in unsere Kinder rein, und zwar Dalli. Schon dabei! Juhu, jawohl, juhu! Ich esse das Essen der Zukunft. Bip, Bop, was ist Liebe? Bop, Bip, Bop. Lisa, ich möchte dir danken, dass du diese Landaffen besänftigt hast. Wir würden dich und deine Familie gern ins Monsano-Forschungszentrum einladen. Oh, super. Haben Sie dann eine Statue des Gründers, der sich einen Hut aufsetzen kann? Los, los, los! Wir wollen die Welt verändern, indem wir uns ein Molekül nach dem anderen vornehmen. Das klingt so, als würde es eine Weile dauern. Oh, Sie haben recht. Aufgepasst! Ab jetzt drei Moleküle auf einmal. Was? Das kann ich dir ernst sein? Ich komme später nach Hause. Ja, auf einmal sollen es drei Moleküle sein. Schön zu sehen, dass ein Unternehmen gut arbeitet und auf das Wohl der Menschen bedacht ist. Ja, Lisa. Endlich verabschiedet man sich von dem albernen Gedanken, dass unsere Firma etwas Böses im Schilde führt. Und nun begrüßt unseren Chefwissenschaftler. Tingeltangel Bob! Doktor Tingeltangel Bob. Echter Doktor oder akademisch? Akademisch. Schön, dann können Sie Ihr Wiedersehen mit Bob in diesem abgesperrten Raum feiern. Ihr Simpsons! Es gibt keinen Grund zur Panik. Daran hast du nichts zu nuckeln. Also, wo war ich? Richtig, kein Grund zur Sorge. Technisch gesehen sitze ich immer noch in der Strafanstalt von Springfield ein. Ach, das wird langweilig. Bring uns um oder sag uns, was du hier suchst. Wie du willst. Die eitle Banalität individualisierter Nummern-Schilder trieb mich langsam in den Wahnsinn. Und als Monsano Versuchskaninchen rekrutierte, meldete ich mich gern freiwillig. Ich sollte sicherstellen, dass die Experimente nicht zu schmerzhaft für die Testdaffen sein würden. Wonach forschen wir eigentlich? Machen wir nach dem Essen weiter. Ich schrieb meine Ergebnisse auf und wurde vom Objekt zum Wissenschaftler. Sieht mich an! Ich bin Tingeltangel Bob! Ah, Tingeltangel Bob! Du Narr, das ist Phosphorsäure! Damit hättest du dir ein Loch von der Größe eines Silberdollers in den Magen gebrannt. Bla, 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 bla. Der gefleckte Falke schillt mich. Er beklagt sich über mein Plaudern. Ich bin aber doch nicht zahm. Ich bin auch unübersetzbar. Walt Whitman aus dem Werk Grashalme. Sehr gut. Lisa, du warst immer das eine Rosenblatt, das an der Oberfläche schwamm auf der Jauchegrube der Simpsons. Das ist gemein! Wenn Sie fertig sind, unser Chefwissenschaftler muss weiterarbeiten. Unsere Maiskolben haben ein Bewusstsein erlangt. Wartet, wartet! Würdet ihr mich wieder besuchen? Ich versuche hier wirklich ernsthaft die Welt zu verbessern. Lisa, reden wir über Walt Whitman. Und Homer würde sich in der Gesellschaft der überfütterten Firmen-Eichhörnchen wohlfühlen. Überfüttert? Dieses Wort kenne ich nicht. Besuch mich, Lisa. Wir können über Poesie reden, Kunst und, wenn es sein muss, Jazz. Mom, darf ich Tingeltangel Bob besuchen? Warum solltest du das tun? Er hat versucht, uns umzubringen. Dich. Er hat versucht, dich umzubringen. Und ich weigere mich zu glauben, dass ein Geist, der so ähnlich denkt wie ich, nur schlecht sein kann. Findest du nicht, dass alles, was nicht schlecht ist, eher angeberisch wird? Sehe ich auch so. Wir reden über Lisa, oder? Halt die Klappe! Halt du die Klappe! Das ist der Höhepunkt eines intelligenten Gesprächs hier. Gut, ich bring dich hin. Die haben in der Firma so einen coolen Psychokurs, bei dem ich kurz war. Äh, das war ein Seminar über sexuelle Belästigung. Belästigung. Ist doch egal, ob ich bestehe oder nicht. Lassen wir Dampf im Werkraum ab, Marge. Nein, ich werde weiter versuchen, an diese Kinder ranzukommen. Und ich habe vielleicht eine Geheimwaffe. Mhm. Sind es Fingerpuppen? Kann sein! Nun, wir hatten keine Fingerpuppen mehr in dieser Kirche, seit Reverend Brogan verhaftet wurde. Aber ich nehme an, genug Zeit ist verstrichen. Und deswegen ist Nancy Nine das beliebteste Mädchen auf der Promiseville High School. Hm, ich stehe mehr auf die moderne Einstellung von Yolanda Jahr. Und ich würde es gern mal bei Francine vielleicht versuchen. Ich habe dieses albernige Kicher langsam wirklich satt. Oh oh, da kommt der geile Gary. Nancy weiß, wie sie ihn von sich fernhält. So ein Mist, die hängen fest. Hm. Ähm, kann ich vielleicht so eine Mädchenpuppe mit nach Hause nehmen? Ich mache nichts mit ihr. Oh. Du sagst modifizierte Tomato, ich sag modifizierte Tomato. Ich sag veränderte Potato, du sagst veränderte Potato. 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 Tomato. Mixen wir die DNA. Das war mein erster nicht bösartiger Lacher seit Jahren. Bob, es gibt etwas, das ich wissen muss. Schmiedest du Rachepläne? Ich schmiede keine Rachepläne mehr. Rache ist wie Liebe, man kann sie nicht erzwingen. Noch gegrillte Marshmallows. Dad, du hast schon alle Schokoriegel aufgefuttert. Deswegen muss ich die Marshmallows schnell hinterher schieben. Ich finde es sehr gut, wie sie die 140 Zeichen auf überschaubare 20 Zeichen reduzieren. Morgen ist schon wieder ein Seminar. Ich wünschte, ich würde diese Teenager erreichen, nachdem es so aussieht, als ob wir nie welche haben werden. Oh, Marge. Teenager können ihre Triebe nicht kontrollieren. Deswegen gab es auch noch nie einen Teenager als Präsidenten. Willst du mir sagen, dass ich meine Zeit verschwende? Nein, ich will dir sagen, dass du die Zeit von allen verschwendest. Aber in der Kirche ist das ja Standard. Oh, dann sollte ich vielleicht für diese Kinder jetzt mit gutem Beispiel vorangehen. Gute Nacht. Mach die Augen zu, die sind zu hell. Entschuldige. Kinder, heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei. Meinen Ehemann. Homer ist hier, um zu zeigen, dass man zwei Tage lang enthaltsam sein kann. Wir haben es bewiesen. Zwei Tage? Das ist alles? Das bedeutet, vor drei Tagen haben die Dürre-Tante und Schwabbel-Schwarte rumgemacht. Hört zu, ihr Penner. Wenn ihr Probleme mit der Vorstellung von unseren nackten Körpern im zärtlichen Akt des Kavunga habt, hättet ihr niemals in den Keller dieses heiligen Ortes kommen sollen. Äh, er fasst sie an. Oh Gott, die treiben es praktisch hier. Äh. Ich unterschreibe da als Gelübde. Ich will nur ihre fetten Arschbacken raus aus meinem Kopf haben. Niemals. Gut, Bob. Sie haben 5000 Patente eingereicht, also eine Stunde Freigang. Aber jeder ihrer Schritte wird von unbewaffneten ehrenamtlichen Museumsführerinnen überwacht. Dieser Block braucht eine eigene Eintrittskarte. Ich besitze eine Familienkarte. Na, wenn das ihr Sohn ist, küssen sie ihn. Wohin jetzt? Protokubismus zu den Pointillisten oder zur angeblichen Kunst von Itchy und Scratchy? Oh, oh, ich mag die Impressionisten. Die Boybands in der Welt der Kunst. Aber für dich, Lisa, begegne ich Renoir mit Contenance. Wärmer, kälter. Wärmer, wärmer, kälter. Kälter, kälter. Und dafür hast du für 300.000 Dollar Kunst studiert? Rettet das Coldermobil! Bob, du hast mich gerettet. Aber woher hattest du die Kraft? Colders Arbeit zeichnet sich durch die Verwendung von schwerem Metall aus, das nur durch die Bemalung leicht wirkt. Gut formuliert. Danke. Beantworte die Frage. Nun, ich hätte es dir schon eher sagen sollen. Mir kam folgender Gedanke. Wenn ich Obst und Gemüse genetisch verändern kann, warum verändere ich dann nicht einfach mich? Du hast deine DNA verändert? Naja, zunächst war es nur ein kleines Peptid hier und da. Karotte gegen meine Altersweitsicht, Wasserbüffel für die Stärke und einen Hauch Mais für Highlights in meinem Haar. Und wie stark bist du? Figurinen. Kaufen Sie Porzellanfigurinen. Hast du immer noch Lust auf Impressionisten? Aber wir haben zusammen Gershwin gesungen. Ja, die Rhapsodie in Boohoo. Weißt du, warum wir heute im Museum sind? Ich dachte, wir sind hier, weil heute Toadbag-Tag ist. Zum Teil auch deswegen. Aber der Hauptgrund war das hier. Washingtons Wirbelsäule, Einsteins Augenbrauen, Florence Nightingates Beharrlichkeit. Ihre Moral muss sich irgendwie umgehen. Du willst diesen historischen Persönlichkeiten DNA entnehmen und sie deiner eigenen hinzufügen? Ich werde der weißeste und starkste Irre sein, der je den Segen der Diktatur über diese Welt gebracht hat. Wäschemangel, Bob. Gib diesen Speer dem Homo Erectus zurück. Homo Erectus? Warum habe ich dieses Wort nicht früher kennengelernt? Nun, Bart, ich versprach dir nicht wehzutun. Das hast du für mich getan? Eher für Mom. Aber ja. Doch Vorsicht! Ich habe in mir die DNA des Ophiocordyceps Unilateralis besser bekannt als Zombie-Ameisen-Pilz! Und warum nochmal sollten wir davor Angst haben? Ich wollte damit sagen, dass die kleinste Provokation einen mörderischen Anfall auslösen könnte. Machen Sie ein Foto von mir und meiner Familie? Mhm. Oh, machen Sie zur Sicherheit noch eins? Oh, ich glaube, jetzt habe ich meine Augen zugemacht. Machen Sie jetzt noch eins mit der Kamera von meinem Mann? Die sind alle hässlich, weil Sie drauf sind! Schmeckt Praxitenes aus Athen! Chief, es wird eine Störung aus dem Museum gemeldet. Wir haben größere Probleme. Geile Teenager, die schlechten Sex haben sollten, aber stattdessen hat ihnen jemand ein Enthaltsamkeitsgelübde abgenommen, wie es aussieht. Ich verstehe es nicht. Im Mittleren Osten ist Sex vor der Ehe auch ein Tabu. Und dort werden die Menschen nicht gewalttätig. Ihr könnt mir nicht entwischen. Ich habe Grashüpferbeine und das Sonar eines Killerwals! Äh, Bob, du wirst uns doch nicht umbringen, ohne ein bisschen zu singen, oder? Ein bisschen singen? Das Einzige, was er nicht genetisch vergrößern musste, ist seine Stimme! Wie kannst du es wagen, meine Kinder mit Mozart zu foltern? Ach, du kennst Mozart? Ich nenne jede Musik Mozart! Wir werden dich aufhalten mit Hilfe des Teenager-Enthaltsamkeitskurses! Wenn ihr diesen Irren besiegt, entbinde ich euch von eurem Gelöbnis und bringe euch andere lustige Tricks bei, wie man nicht schwanger wird. Ich glaube, ich bin vielleicht schon schwanger. Das wäre so ein Trick! Ich will nicht im Mund von so einem alten Sack sterben! Bob, ist dir klar, was du da tust? Ich zitiere Whitman. Dies sollst du tun. Liebe die Erde, die Sonne und die Tiere. Verachte den Reichtum und kämpfe für die Dummen und Verwirrten. Sind wir ehrlich? Mein einziger Ausweg ist der Finale. Was? Nein! Legt wohl, Simpsons! Und Lisa, wenn du älter bist, schreib eine Autobiografie, in der du die anderen fertig machst. Wie offensichtlich! Moderat! Keine Sorge! Dein Freund wird immer ein Teil unseres Trinkwassers sein! Ah, richtig! Ich hab mir Kim verpasst! Ich hab's gesagt. Der einzige Tanz, den ich mag, ist Square. Hey! Ich lass dich die Hüpfstunden für die Kinder bezahlen! Okay. Gemälde! Leblose Bilder hergestellt aus farbenprächtigem Brei. Aber nachts beginnen sie ihr eigenes Leben zu führen. Sie werden zu Portalen der Hölle, so grausig und schrecklich und schauerlich, dass... Du solltest die Zuschauer warnen, dass diese Folge sehr gruselig wird. Vielleicht sollten sie sich lieber das Hörspiel Krieg der Welten im Radio anhören, hm? Ja, Mutter. Gut, dann halt mal, Maggie. Ich will mir hier in dem Laden noch ein paar Ohrringe kaufen. Ach, das Subjekt unseres ersten Gemäldes heute Abend ist die widerlichste, bösartigste, gemeinste und latanistischste Bestie, die je auf Erden gewandelt ist. Natürlich mein ich damit... Den Teufel! Den Teufel! Und als nächstes etwas ganz Besonderes für unseren Herbstkatalog. Eine Vision in Himbeerkräden. Oh! Einfach genial! Und nun folgt der Sprung vom Traum in die Wirklichkeit. Entschuldige Huma, während du geträumt hast, haben wir alle Donuts verputzt. Ein paar waren noch übrig, aber damit haben wir einen alten Knacker bombardiert. Verdammte Bussade! Noch bin ich nicht tot! Nein, es ist alles in Ordnung. Ganz ruhig bleiben. Denk daran, was du gelernt hast. Verhalten im Notfall. Lieber Huma, ich schulde dir einen Notfalldonut. Gezeichnet Huma. Dieser Mistkerl, der ist mir immer einen Schritt voraus. Ach, ich würde meine Seele für einen Donut verkaufen. Das lässt sich arrangieren. Baa! Flanders! Du bist der Teufel? Das ist immer der, von dem man es am wenigsten erwartet. Also, viele Menschen bieten an, ihre Seele zu verkaufen, ohne über die schwerwiegenden Folgen nachzudenken. Hast du nun einen Donut oder nicht? Sofort! Du musst nur unterschreiben. Vorsicht, heiß! Wer ist der Typ mit den Ziegenbeinen? Hat ein schneidiges Auftreten. Der Fürst der Finsternis. Hat um elf einen Termin bei Ihnen. Und vergiss nicht, sobald du ihn aufgegessen hast, gehört mir deine Seele, Huma. Hey, warte! Wenn ich ein kleines Stückchen übrig lasse, dann bekommst du meine Seele nicht, oder? Technisch gesehen nicht, aber... Ich bin klüger als der Teufel! Ich bin klüger als der Teufel! Du, du, halt in der Hölle! Huma, Schäuze! Da wäre ich mir nicht so sicher. Halt, nicht essen. Der die Seele im Donut. Der verbotene Donut. Na, wer sagt's? Denn haben wir ihn jetzt verpusten? Huma, hast du etwa den Donut aufgegessen? Nein! Selbst dein breiter Hintern kann dich jetzt nicht mehr retten. Hey, Bart. Hallo. Halt! Hat mein Vater nicht das Recht auf eine faire Verhandlung? Ach, ihr Amerikaner mit euren Anhörungsverfahren und fairen Prozessen. In Mexiko ist das alles viel einfacher. Na schön, wie ihr meint. Der Prozess wird morgen um Punkt Mitternacht stattfinden. Aber bis dahin verbringst du den Tag in der Hölle! Ja, na, was... Oh, so schlimm war's gar nicht. Oh! Du magst also Donuts, Heinz? Ja. Bitte! Hier hast du sämtliche Donuts dieser Welt! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Nähe! Das verstehe ich nicht. Papa Rottie ist nach einer Viertelstunde bereits verrückt geworden. Huma, alles in Ordnung? Nein. Mr. Simpson, keine Angst, ich hab gestern Abend in der Bar Medlock gesehen. Zwar ohne Ton, doch ich glaub, ich hab einiges gelernt. Hört her, hört her! Das Verfahren gegen den teuflischen Teufeln ist hiermit eröffnet. Na wunderbar. Doch zunächst ein paar Grundregeln. Erstens, alle halbe Stunde gibt es eine Pinkelpause. Gut einverstanden. Zweitens, die Geschworenen werden von mir ausgewählt. Geht jedoch, Don. Moment. Ruhe! Das Geschworenengericht besteht aus Verdammten! Benedikt Arnold, Lacey Bourne, Richard Nixon. Wieso bin ich verdammt? Der verdammte CIA hat mich in den Wörter geht Skandal getrieben. Ich will dir doch nur einen Gefallen tun. Ja, Meister. John Wilkes Booth, Blackbeard der Pirat, John Dillinger und die Eishockey-Mannschaft der Philadelphia Flyers von 1976. Es tut mir leid, Mr. Blackbeard, so viele Stühle haben wir nicht. Das hier ist der letzte, den ich Ihnen anbieten kann. Besser schlecht gesessen als gut gestanden, sag ich. Ich habe hier einen Vertrag abgeschlossen zwischen mir und einem gewissen Homer Simpson, der mir seine Seele für einen Donut verpfändet hat, welchen ich auch geliefert habe. Er war absolut kakakaköstlich. Ich fordere hier nur ein, was eigentlich ist mein. Das war ein ganz akzeptables Plädoyer, Sir. Doch ich frage Sie, was versteht man unter einem Vertrag? Laut Lexikon eine rechtsverbindliche Vereinbarung, die nicht gebrochen werden darf. Die nicht gebrochen werden darf! Entschuldigung, ich muss auf die Toilette. Hey, Mr. Arz. Homer Simpson, mir bleibt keine andere Verein, als Ihnen die wenige Strafe aufzuhören von uns an. Halt, warten Sie, bevor Sie ihn zur Hölle schicken, möchte ich Ihnen gerne noch was zeigen. Das ist ein Foto von Homer und mir bei unserer Hochzeit. Augenblick mal, Sie wurden in der Notaufnahme getraut. Naja, Homer hatte den Hochzeitskuchen heimlich ganz allein verdrückt. Bereits vor der Trauung. Sie müssen lesen, was auf der Rückseite steht. Hey, ich glaube, es handelt sich um eine Schatzkarte. Du Idiot, du kannst wohl nicht lesen. Da hat er leider recht. Meine Verbrechen habe ich alle nur als Ersatzhandlung begangen. Liebe Marge, du hast mir deine Hand zur Ehe gereicht. Alles, was ich dir zum Dank schenken kann, ist meine Seele, die ich dir hiermit für ewig verpfände. Wir haben genug gehört. Euer Ehren, wir befinden, dass Homer Simpsons Seelerechtlich-Eigentum von Marge Simpson ist und nicht das des Teufels. Oh! Ja! Na schön, Simpson, du kriegst deine Seele wieder. Aber der unrechtmäßig erworbene Donut möge auf ewig deinen Kopf ziehen. Homer, hör auf davon zu naschen. Ich kann nicht widerstehen. Ich bin so süß und lecker. Es wird Zeit, dass ich arbeiten gehe. An deiner Stelle würde ich mich nicht draus wagen, Dad. Keine Angst, Freunde. Irgendwann muss er sich ja mal blicken lassen. Das nächste Ausstellungsstück unserer ghoulischen Galerie trägt den profanen Titel Der Schulbus. Oh, nein, das muss wahrscheinlich heißen Der Ghoulbus. Und warum steht hier unten drunter Schulbussi? Auf jeden Fall gibt's nichts Erschreckenderes, als in die Schule gehen zu müssen. Hey, Bart, sieh mal. Krusty Sammelkarten. Die lang erwartete achte Serie. Krusty besucht Verwandte in Annapolis, Maryland. Krusty posiert für Sammelkartenfoto. Hm, er hat schon lange keine neuen Ideen mehr gehabt. Lass ja immer noch sehr kaugelig. Au, ich hab mich in die Backe gebissen. Na, auf mich ist es nur Schweiß. Bart, was hast du denn? Ich hatte gerade eine schreckliche Vision von meinem furchtbaren, schmerzhaften Tod. Und? Lisa, dein Bruder hatte offensichtlich einen Albtraum. Keine Angst, mein Junge, das Schlimmste hast du überstanden. Bart, sieh mal, was für tolle Sachen ich am Hafen gefunden habe. Dabei haben die nur in einem Boot von irgendeinem Typen gelegen. Hallo, Simson. Heute fahre ich mit dem Bus, weil meine Mutter die Wagenschlüssel versteckt hat zur Strafe, weil ich mit einer Frau telefoniert habe. Und damit hat sie recht. Entschuldigt, aber Bart ist heute Morgen nicht gut drauf. Tut ihr mir den Gefallen und seid besonders nett zu ihm? Hey, wo hast du denn deine Windel, du Baby? Zum Glück hat er die Aufmerksamkeit von meiner Triebhaftigkeit abgelenkt. Milhouse, Milhouse, wach auf. Los, sieh mal aus dem Fenster. Ich denk nicht dran, Bart. Wenn ich mich vorbeuge, bekomme ich nur ein paar saftige Tritte in den Hintern von Garfield, Spider-Man oder sonst wem. Otto, du musst was unternehmen. Auf der linken Seite vom Bus ist ein Gremlin. Ach, null problemo, Bartin. Sind wir gleich los? Nein, gerade hab ich die letzte Rate bezahlt. Hey, alle mal her. Hier an der Seite vom Bus hängt ein Monster. Ach, da ist doch gar kein Monster. Du bist ein Schwindler. Ich seh überhaupt nichts. Hey, wer lenkt eigentlich den Bus? Oh, uno momento, por favor. Einfältige Erdlinge. Möchten Sie sich vor einem Wesen da gar nicht existieren. Du bist zu Ohren gekommen, dass ein Schüler seiner Fantasie freien Lauf lässt. Damit muss Schluss sein. Nein, es stimmt. Da draußen ist ein Unbeheuer. Das einzig Ungeheuerliche in diesem Bus ist, dass die Vorschriften nicht eingehalten werden. Mein Muli wollte nicht durch den Schlamm laufen. Daraufhin habe ich ihm 17 Googeln verpasst. Aber du glaubst mir doch, oder? Du bist mein Freund, du musst mir glauben. Mein lieber zuverlässiger Millhouse. Entschuldige, Bart, aber langsam kriege ich eine Gänsehaus. Äh, ich glaube, ich setze mich lieber neben den Austauschschülern da drüben. Oh, grüß Sie wohl. Möchtest du vielleicht mal an meinem Alpenmilchriegel knabbern? Ich habe auch eine Tüte mit Marzipan-Joy-Joyce. Möchtest du noch mal an meinem Schleckstinger lecken? Aber gern. Da wir nun Freunde geworden sind, mein lieber, könntest du mir doch vielleicht die Fesseln abnehmen? Natürlich, das mache ich gern. Hallo, mein Junge. Ziehen, Willi, ziehen. Keine Angst, ich ziehe so fest ich kann. Sie verpümpelt das Muttersöhnchen. Oh, du meine Güte, das sieht ja wie ein Ungeheuer aus. Oh, ist er nicht niedlich? Er versucht mir die Augen auszurupfen. Verfluchter Mist! Das habt ihr nun davon. Ich hatte Recht und keiner wollte mehr glauben. Ob Recht oder Unrecht, dein Benehmen war einfach unmöglich, junger Mann. Vielleicht lernst du manieren, wenn du den Rest deines Lebens in einem Irrenhaus zubringst. Haha! Ach, wenigstens habe ich jetzt meine Ruhe. Hallöchen, Papps! Aaaaaah! Und damit kommen wir zum letzten, aber auch zum furchterregendsten Gemälde dieses Abends. Allein der Anblick treibt einen bereits zum Wahnsinn. Aaaaaah! Das sind Hunde! Und die stillen Poker! Aaaaaah! 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 Es gab noch eine Geschichte zu diesem Bild. Aber die war viel zu aufregend. Da haben wir einfach was mit Vampiren erfunden. Viel Spaß! Ein weiterer Bauhaus der Umgebung wurde tot aufgefunden oder einem Tropfen Blut in den Nadeln und mit zwei Bisswunden am Hals. Am Tatort fand man nur diesen schwarzen Umhang. Die Polizei ist völlig ratlos. Ich glaube, wir haben es hier mit einem übernatürlichen Wesen zu tun, vermutlich mit einer Mumie. Als Vorsichtsmaßnahme habe ich angeordnet, den ägyptischen Trakt unseres Museums zu zerstören. Ach, gut gemacht! Oh nein, die irren sich! Das Wesen, das sie suchen, ist der wandelnde Untote, Losferatu, Le Vampire! Ein Vampir! Lisa, Vampire sind Fabelwesen, so wie Elfen, Gremlins und Eskimos. Zu ganz was anderem. Montgomery Burns hat soeben einen Kuh gelandet und die Blutbank von Springfield gekauft. Ich freue mich sehr über diese Abmachung. Oh, kostbares Blut. Hm, eine Geschäftsabmachung. Ich finde es ganz reizend von Mr. Burns, uns zu einem Mitternachtsessen in sein Landhaus einzuladen in... ...Pensylvanien. Ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt an der Geschichte nicht. Lisa, sei nicht immer so misstrauisch. Habt ihr euch auch alle den Hals gewaschen, wie Mr. Burns es verlangt hat? Ja! Natürlich! Aber klar! Willkommen nur herein! Frische Opfer für meine unaufhaltsam wachsende Armee der Untoten. Knopf loslassen. Hä? Ach, dieses Mist! Aber das sind doch meine lieben Freunde, die... Familie Simpsomeister. Simpsons, ja. Ausgezeichnet. Dad, fällt dir an ihm nichts Besonderes auf? Ja, er hat eine etwas merkwürdige Frisur. Das habe ich gehört! Es war der Junge! Oh, Sangria! Juh, Dad, das ist Blut! Noch besser! Gratis Blut! Oh, hoppla! Herr Bart und ich müssen uns waschen gehen. Aber mich hast du doch gar nicht getroffen. Lisa, Burns ist kein Vampir. Und selbst wenn, werden wir sein Versteck bestimmt nicht so leicht ausfindig machen. Wahrscheinlich hast du recht. Gehen wir wieder zurück. Was sagst du nun? Ach, kaum ein Unterschied zum Keller in Grandpas Altenheim. Sieh mal! Ja, ich bin ein Vampir von Monty Burns. Oh, mein Gott! Bitte, Bart, deine Reiserkatznummer kenn ich. Deine Gewissnummer ist auch ein alter Hut. Ja! Ich weiß, ich sollte es lieber lassen. Aber wann komme ich wieder hierher? Oh, okay! Hey, ist das nicht der kleine... Der kleine Junge? Mom, Dad! Mr. Burns ist ein Vampir! Und er hat sich Bart geschnappt! Aber Bart ist doch hier! Hallo, Mutter, hallo, Vater. Ihr habt mir gefehlt bei meiner ereignislosen Abwesenheit. Ach, Lisa, du mit deinen Geschichten. Bart sei ein Vampir. Bart zerstöre Gehirnzellen. Fahren wir lieber wieder zurück zu diesem... ...Gebäude. ...Dings da, wo unsere Betten und der Fernseher bestehen. Komm zu uns, Lisa, das ist unheimlich cool. Du bleibst die ganze Nacht auf und trinkst Blut. Und wenn man sagt, ich bin ein Vampir, dann kriegt man im Kino eine Limonade umsonst. Nein! Nein! Lisa, es ist nicht so, dass du eine andere Wahl hättest. Bart! Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst deine Schwester nicht beißen? Moment mal, du bist ein Vampir? Schnell! Wir müssen den Jungen töten! Aber ist der, dass er ein Vampir ist? Was? Er ist ein Vampir? Ah! Kuma, wir müssen was unternehmen. Heute saugt er den Leuten das Blut aus. Morgen fängt er noch an zu rauchen. Die einzige Möglichkeit, Bart zurückzuholen, ist den Obervampir zu töten. Mr. Burns! Bei dem Boss umlegen? Darf ich den amerikanischen Traumfahrt machen? Das ist gefährlich. Hätten wir doch bloß einen Babysitter für Maggie gefunden. Oh, super aufregende Rutschpartie. Nein, Dad! Ja, das Umbringen ist schon witzig genug. Du musst ihm diesen Pfahl hier mitten durchs Herz treiben. Nimm dies, du gräßlicher Unholt! Hey, Dad! Du bist zwischen seinen Beinen. Oh, Verzeihung. Sie sind entlassen! Nein! Ach, ich finde es wunderbar, dass jetzt alles wieder beim Alten ist. Ach, ich bin ein Vampir und will euer Blut saugen. Von dem Umhang kriege ich Ausschlag. Grandpa ist ein Vampir? Wir sind alle Vampire. Aber wir haben uns der Band doch umgebracht. Man muss den Obervampir umbringen. Bist du etwa der Obervampir? Nein, ich bin der Obervampir. Glaubst du, mein Lebensinhalt ist nur dieser Haushalt? Ein fröhliches Halloween wünschen wir euch allen. Willkommen Barkeeper-Freunde, Gin-Schütter und Bier-Zapfer. Wir sind alle hier, weil das Saufen in unseren Bars out ist. Barkeeper der alten Schule können nicht mithalten mit großen Saufketten wie der Alkalm und der Trinktanke. Freunde, hier spricht der Inhaber der Flughafenbar. Wir haben einige finanzielle Turbulenzen. Bitte bleiben Sie ruhig. Sehen wir uns nun einen kleinen Film an, der uns zeigt, wie wir unser Geschäft retten können. Danke, Käpt'n. Ich schlage Folgendes vor. Eine Superhelden-Kneipentour. Unsere Kundschaft zieht sich Kostüme an und zieht trinkend von Bar zu Bar. Die Masken machen Sie hemmungslos und Sie fühlen sich unverwundbar. Das ist noch nicht alles. Warum sagst du es Ihnen nicht, Mo? Alles klar, Mo. Man kann Superhelden-Namen für Drinks erfinden und das Doppelte verlangen. Wie Ihr Schnapsi-Mann, Sex im Batmobil und Bulverisky. Zieht euch mal meine Mappe rein. Und Feuer! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich kann nicht atmen! Nein, nein, nein! Warum heißt das ein Meterbier? Logisch, weil du danach keinen Meter mehr laufen kannst. Sollten nach Hause. So richtig Spaß macht es schon seit Stunden nicht mehr. Homer, das Beste, was du in dieser Situation tun kannst, ist weiter trinken. Oh, warum tust du mir das an, Alkohol? Ich hab dich in allen Variationen getrunken. Mach's gut, Thomas. Wiedersehen, Dad! Einen wunderschönen Tag euch. Seid nicht die ich! Da ist mein Dad! Ich glaube, ich habe gerade einen Dollar aufgesaugt. Husi, schalte ab! Wir heißen nicht alle, José, Mann. Oh, Kunsterziehung. Simpson, reiß dich zusammen! Wann immer ich Kunst mache, werde ich sofort von einem gutmeinenden Lehrer zum Psychiater geschickt. Deine Sachen sind aber auch ziemlich verstörend. Ich hab diese Fantasie nie ausgelebt. Du wirst dich am Kunstunterricht erfreuen und du wirst für deine Mutter etwas aus gebranntem Ton anfertigen. Maggie, warum hast du das getan? Ach, dabei bin ich nur gekommen, um den Müll rauszubringen. Und wenn sie wieder gehen, sind sie unsterblich und nehmen den Müll mit. Authentisch. Inspirierend. Ja, unverzichtbar. Oh, Milhausianisch. Oh, Bart. Das ist wunderschön. Ehrlich? Wunderschön? Ich schmeiß'n Grashüpfer in Farbe und lass' ihn krabbeln, bis er drauf geht. Weißt du, wie das heißt? Materialienübergreifende Konzeptkunst. Heißt es nicht, weil ich Kunst hasse. Oh, dann ist es Protestkunst. Hören Sie auf, mich zu motivieren. Ich werde dich aus der Ferne bewundern. Schorna, was machst du denn hier? Ich trainiere für die Olympiade. Ich muss meine Kunstlehrerin irgendwie loswerden. Einfach. Voodoo. Kannst du mir eine Voodoo-Zauberin vorstellen? Oh ja, die wohnt in einem Wohnwagen in der Nähe der Eisdiele. Jetzt küss mich, ich will jemanden ärgern. Das treibt meine missratene Tochter jetzt schon wieder. Das ist alles, was du brauchst für den Voodoo-Zauber. Willst du eine Tüte? Ja, Ma'am. Papier oder Plastik? Äh, Plastik? Das hat der Hühnerfuß vorausgesagt. Okay, hast du die DNA von Trunch? Ja, direkt aus ihrer Brieftasche. Wie hast du das geschafft? Kunstlehrer haben kein Lehrerpult. Die lassen ihre Sachen überall rumliegen. Voodoo-Zauber schnell, Voodoo-Zauber schnell. Möwen-Schnabel und Knochen von Mel. Tränen vom Trottel und lila Herz. Natürlich mussten es Tränen vom Trottel sein. Schick sie nach Hause mit Magenschmerz. Ach, richtig. Wir brauchen noch was aus ihrer Brieftasche. Die hab ich noch. Hm, Karten für das Theaterstück Gottes Gemetzels. Vorne im Parkett mit dem Gehalt einer Kunstlehrerin? Das ist schwarze Magie. Wo ist Mrs. Trunch? Sie muss die Dichte meiner Punkte in meinem Pontilismus kontrollieren. Hm, tut mir leid, aber ich befürchte, dass es sich für heute ziemlich ausgetruncht hat. Ja? Ich hab sie mit einem Voodoo-Zauber belegt. Ich erspare euch die düsteren Einzelheiten, aber sie ist nicht in der Lage heute zu... Kinder, ich hab euch etwas mitzuteilen. Ich werd heute leider nicht unterrichten können. Ich hab Magenschmerzen. Und zwar ganz besondere Magenschmerzen. Ich bekomme nämlich ein Baby. Bart Simpson hat eine Lehrerin geschwängert. Typischer Unsinn von Ralph. Bart Simpson hat eine Lehrerin geschwängert. Na, bist du jetzt glücklich mit deinem betrügerischen Liebhaber? Ja, ich hab ne Voodoo-Puppe von Mrs. Trunch gebastelt, aber ich hab mir nur gewünscht, dass sie Magenschmerzen bekommt. Typischer Wünscherfehler. Ungenau formuliert. Also hab ich sie schwanger gemacht? Aber nein, so funktioniert das nicht. Und wie bekommen Frauen dann Babys? Das darf ich mit Viertklässlern nicht besprechen. In der Fünften gibt's dann alle schmutzigen Details. Weißt du, wie peinlich es für mich war, eine Anzeige wegen meines Benehmens bei der Kneipentour zu bekommen, nur weil mein Sohn seine Kunstlehrerin mit einem Voodoo-Fluch belegt hat? Ich wollte sie nicht schwanger machen, aber ich hasse Kunst nun mal einfach. Ach, die hasst jeder, mein Junge. Deswegen sperren sie sie ins Museum ein, wo nie jemand hinkommt. Also dein Sohn hat magische Fortpflanzungskräfte, hm? Hey, ich hab drei Kinder gezeugt und niemand macht ein großes Thema daraus. Stimmt nicht. Immer wenn ich deine Manneskraft lobe, wirst du sehr seltsam. Und du bist wirklich sehr männlich. Äh, ja, reden wir einfach über Sport. Kein Problem. Ich hätte so gern die Libido von einem Footballspieler. Unglaublich, wie viele Knusperpops Maggie auf der Rückbank fallen lässt. Bitteschön. Wirf das in den Müll. Dann kannst du mir helfen, den Geschirrspüler auszuräumen. Ach, eine Minute Spaß, ein Leben lang Arbeit. So was hat noch nie jemand über Schwangerschaft gesagt. Da ist er. Jenny, das ist verrückt. An diesem Punkt ist nichts mehr verrückt. Bist du der Junge, der Babys macht? Ich sehe mich eher als den Jungen, der Familien macht. Siehst du, Jenny, er ist nur ein arschiges Kind. Es ist nur... Wir haben alles versucht, um eine Familie zu gründen und so viel Geld für künstliche Befruchtung ausgegeben. Du hast ja keine Ahnung. Hm, vielleicht kann ich helfen, aber es wird was kosten. Wie viel? Fünf Dollar. Plus einen Dollar Ha-Ha-Versicherung. Glauben Sie mir, die Versicherung ist es wert. Voodoo macht, enttäusch mich nicht. Mach ein Baby mit einem Gesicht. Ganz toll. Bin froh, dass wir ein Baby mit einem Gesicht kriegen. Dankeschön. Kein Ha-Ha. Es hat funktioniert. Ich bin schwanger. Hör zu, Bart. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an dir liegt, aber wir haben ein paar Freunde, die dasselbe Problem haben, das wir hatten. Können wir ihnen deinen Namen geben? Nur, wenn sie fünf Dollar haben. Klar. Ich werde mich vergewissern, dass sie fünf Dollar haben. Dabei haben. Tut mir leid, dass unser Scheck geplatzt ist. Kannst gern mit der Bank telefonieren. Geben Sie es mir in Bar und Sie kriegen Ihren Führerschein wieder. Bitte reden Sie hier draußen nicht so laut, während der magische Befruchter seine Magie vollbringt. Trinkgeld wird übrigens gern genommen. Barbecue-Soße und Teddybär-Po. Die wollen ein Baby und Gott weiß wieso. Ich finde meinen Bratenwender nicht. Kannst du einen neuen besorgen? Flanders, können wir deinen Bratenwender borgen? Das war mein Bratenwender. Und du hast hier nie einen neuen gekauft? Nein, zu viel Aufwand. Wir essen nichts mehr, was gewendet werden muss. Nein! Na warte, du Kleiner. Ich werde dich lernen, die Gebete von Menschen zu erhöhen. Ach, weißt du, ich habe das Gefühl, wir werden ihn heute nicht mehr zu Gesicht bekommen. Was hast du für ein Problem, Junge? Wenn mein Vater am Morgen ohne Hemd und mit Kies im Gesicht zu Hause auftaucht, senkt das vielleicht die Hemdschwelle ein bisschen. Wow, darüber muss ich nachdenken. Isst währenddessen ein paar Nüsse. Die sind doch voller Bakterien. Die Nüsse sind ein Abendessen. Ihr kommt jetzt schön mit uns. Nicht so eilig. Niemand kommt in meine Bar und entführt einfach zweizahlende Gäste. Ah, danke, Mo. Ich... Ich habe ein Portemonnaie zu Hause vergessen. Gut, nehmt sie mit. Füllt ihre Taschen mit Mais und werft sie den Schwein vor. Sag uns nicht, wie wir unseren Job machen sollen. Hä? Fett, Toni? Ganz genau. Fetter Homer. Hey! Ich brauche deinen Sohn, um ein Baby zu machen. Dazu brauchen Sie nicht die Hilfe eines kleinen Jungen. Machen Sie Bunga Bunga und etwas Schnicksi-Schnacksi und das Rumpi-Dumpi-Badabum. Du hörst dich an wie jeder Arzt, bei dem ich war. Aber es ist nicht für mich. Es ist für Sie. Meine Stute-Cheese-Steak. Die Liebe meines Lebens. Wer hat Apfelatem? Du hast Apfelatem. Und dieses Pferd, was ich kurzfristig geborgt habe, ist der Sieger des letztjährigen Springfield Grand Prix, Rear Admiral. Also zeig deine Zauberkräfte und züchte mir einen Champion. Hören Sie, Fett, Toni, ich weiß nicht, was Sie über Voodoo wissen, aber das funktioniert nur bei Menschen, bei Pferden. Das ist doch total verrückt. Bis morgen züchtest du mir einen Champion oder es wird der letzte Sonnenaufgang sein, den ihr je sehen werdet. Versprechen Sie nicht zu viel, vielleicht ist das morgen bedeckt. Dein Gesicht ist auch gleich bedeckt mit einem Sargdeckel. Naja, solange er Atemlöcher drin hat. Mein ja nur. Wenn es jemals einen guten Zeitpunkt dafür gab, dass du auf ekelhafte Weise rausfindest, wo Babys herkommen, weil dein Leben auf dem Spiel steht, dann ist das jetzt. Da wäre noch etwas. Ich wünsche mir einen Jungen. Sonst noch irgendetwas? Es wäre gut, wenn er undercover zu den Polizeipferden gehen könnte, um rauszufinden, was die wissen. Hey, das ist alles deine Schuld. Warum soll das meine Schuld sein? Ich wäre nicht hier, wenn du ein besseres Vorbild wärst. Kneipentouren, nackt, Frisbee-Golf. Das habe ich nur gemacht, weil sich die drei Worte hintereinander lustig anhören. Deine Mittelmäßigkeit als Vater hat mich auf den Pfad in die Hölle geschickt. Wow, vielleicht hast du ja recht. Ich sollte ein besserer Vater werden. Ich fange damit an, dass ich uns rette. Ich muss nur ein wenig Verkehr unter Pferden anstiften. Komm mit, Kumpel. Mach uns einfach einen Vollblut-Champion und wir dürfen gehen. Was hat der für ein Problem? Weißt du was? Ich glaube, der Kerl mag keine Mädchen. Puh, na und? Ich mag auch keine Mädchen. Aber nicht so. Ich erklär's dir. Smithers? Mr. Lago? Danny Kay? Was? Das weiß doch jeder. Und wo will sie schon wieder hin? Hey, den Gaul kenne ich. Das ist Satsly. Satsly Brewwright. Dieses Pferd hat mir dabei geholfen, ein Mann zu werden. Das schmeckt furchtbar. Bier hat diesen kleinen Jungen in den Mann verwandelt, den du vor dir siehst. Wow, die zwei können sich gut leiden. Weißt du, trächtig ist trächtig. Was soll denn das bedeuten? Wir sind noch nicht verloren. Nicht im geringsten. Was wir jetzt brauchen, ist ein bisschen Stimmung. Junge Liebe. Also, wo ist der Trächtigkeitstest? Hier haben wir ihn. Was wird rauskommen? Das wunderbare Plus der Freude oder das erbärmlich traurige, kinderlose Minus? Es ist ein Plus. Wir bekommen ein Baby. Hey, Glückwunsch. Ich hab Johnny Schmallippe noch nie so fröhlich gesehen. Simpsons? Simpsons? Hiermit seid ihr frei. Louis, fahr sie nach Hause. Cool. Noch'n Trip in der Limousine. Die ist in der Werkstatt. Wir haben einen Leihwagen. Ei, Karamba! Sie Monster! Meine Knie werden mir an die Kehle stoßen. Ihr könnt doch auf andere Weise verschwinden. Dad! Cheese Steak, als Mutter von drei Kindern, sage ich dir eins. Es hat keinen Einfluss auf sie, ob du galoppierst oder trabst. Bring ihm bei, auf Paraden nicht zu pinkeln, dann kriegt er mehr Arbeit. Also, das nenne ich wirklich eine moderne Familie. Als Zeuge für die Anklage kommt Sudsley Brewright. Sudsley, in der fraglichen Nacht hat der Angeklagte wie viele weggemacht? Sieben in einer Nacht? Was für eine Bestie könnte so etwas tun? Eine Partybestie beim Genuss des neuen praktischen Dove Seven Packs. Das Dove Seven Pack. Eins mehr für unterwegs. Geschmack muss nicht unbedingt symmetrisch sein. Hol dir dein Seven Pack noch heute. Es sieht verkehrt aus, aber es ist sowas von richtig. Oh yeah! Bitte, Marge, wie oft sieht man schon einen Film von diesem Kaliber nachts im Fernsehen? Stimmt irgendwas nicht, Homie? Nein, aber ich habe diesen Film erst zweimal gesehen, während ich dich jeden Abend sehe. Und das seit über elf Jahren. Was ich damit sagen wollte, ist, kuscheln wir morgen Abend. Das verspreche ich dir. All diese Tortillas. Mom, Dad! Nicht das Licht anmachen! Nicht das Licht anmachen! Draußen vor meinem Fenster steht ein UFO. Ich schwöre es, im Ernst. Ach Bart, das ist nur ein alter Strandsonschirm, der im Bauch steckt. Darf ich heute Nacht bei euch schlafen? Nein. Darf ich mich dann mit einem Baseballschläger aufs Dach setzen, falls ein UFO kommt? Aber ja, ist in Ordnung, schon gut. Ich hoffe, dein Homie Feuerchen lodert noch fleißig. Homa! Hä? Homa, wach auf, wach auf! Was ist? Wir müssen unbedingt über unsere ehelichen Schwierigkeiten sprechen, die wir in letzter Zeit immer häufiger haben. Ach, wach, ich stehe einfach zu sehr unter Druck. Beruflich, dann die Kinder, das Verkehrsgewehr, politische Querelen im Inneren und Außen. Aber ich verspreche dir, sobald dieser ganze Ablenkungswerber vorbei ist, machen wir Sex. So lange kann ich aber nicht mehr warten. Wie wär's mit Hilfsmittelchen? Vielleicht ein Buch? Uh, okay. Ich meine ein geschmackvolles Buch. Ach, na schön. Hey, Marge, der Typ sieht aus wie Apu. Psst, es darf nicht auffallen, dass wir uns solche Bücher ansehen. Hallo Leute, was sucht ihr denn da? Äh, ich versuche mein Wissen zu erweitern. Über die Artillerie. Ja, und ich interessiere mich für... Das hier scheint ganz gut zu sein, es ist doch nicht zu schlüpfrig. Es ist ein Buch auf Kassette von Paul Harvey, dem Radiomoderator aus dem Mittelwesten, die freundliche Version von Grandpa. Huh, Mr. und Mrs. erotische Amerikaner. Mom, Dad, diese Autobiografie von Peter Überall kostet nur 99 Cent und das neue Al Gore-Buch hab ich auch gefunden. Vernünftige Planung, schon morgen spürbar. Ja, hoffentlich ist es so spannend wie sein anderes Buch. Praktisch denken für eine annehmbare Zukunft. Und ich hab hier ein Buch über Ufos. Wusstet ihr, dass es die gibt? Da läuft eine Riesenverschwörung in der Regierung, um das zu verduschen. Ach, das sind alles nur verrückte Hirngespinste. Mr. Vizepräsident, endlich hat jemand ein Exemplar Ihres Buches gekauft. Oho, das schreit direkt nach einer Zelebrierung. Hallo, Amerikaner, hier ist Paul Harvey. Wussten Sie, dass jeder gute Amerikaner in seinem Herzen ein erotischer Amerikaner ist? Ja, das stimmt. Ein berühmtes Paar, ich brauche nicht zu erwähnen, dass es sich dabei um Dwight und Mimi Eisenhower handelt, gab mal den guten Rat, verdoppelt das Vergnügen mit einem gemeinsamen Bad. Jummi, du hast ja gar nicht mehr rein in die Wanne. Ich hab den Wasserhahn in der Wirbelsäule, ich stecke im Fest. Ach, ich ebenfalls. Nein! Kinder! 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 Auch ein romantischer Urlaub kann für einen gewissen Kitzel sorgen. Sinnlich saubere Abgeschiedenheit erwartet Sie in jedem Automobilclub-getrüften Motel in Amerika. Das arabische Nächtezimmer sieht gut aus. Das Pharaozimmer hat einen vibrierenden Sarkophag. Tut mir leid, Dick und Doofchen, ihr hättet reservieren sollen. Wir haben nur noch ein einziges Zimmer frei. Hey, in meinem Höhlenforscherzimmer läuft die Toilette über. So, da wären wir. Im sogenannten Versorgungsraum. Das ist aber nicht sehr erotisch, ich glaube, das ist wirklich ein Versorgungsraum. Nein, Schatz, das erfordert romantische Fantasie. Ich stelle mir vor, ich bin der Hausmeister, während du des Hausmeisters Fein bist. Und wir sind gezwungen, im Versorgungsraum zu leben. Denn schuhe nicht vor und ich brauche nur den alten Nassstaubsauger. Damit dürft Ihr neues, verbessertes Liebesleben sich zum höchsten Entzücken entfalten, wie Sie es sich nie erträumt hätten, während ich mich, Mr. und Mrs. Erotische Amerikaner, mit einem guten Tag verabschiede. Willkommen zu Hause, mein Sohn, ich habe zwei Lampen kaputt gemacht und die Post verloren. Was ist denn mit deiner Frau? Ach, das verstehst du sowieso nicht. Grippe? Nein. Vielleicht Proteinmangel? Nein. Neu, Mono, Ultra, Mikroskopia, Illico, Vulcano, Corniosis? Nein. Unbefriedigtes Sexualleben? Nee, ja, aber bitte, sag dieses Wort nie wieder. Was? Sechs? Was gibt es daran auszusetzen, dass Dein älterer Vater es wagt, über Sechs zu reden? Ich hatte nämlich Sechs. In dem Alter. Pflicht gewesen nach Hause gebracht. Bis zum nächsten Mal, wenn wir Deine Unterschrift brauchen. Ach, nie hast Du Lust, mal ein bisschen bei mir zu bleiben? Aber ich kann Dir bei Deinen Liebesproblemen helfen. Ich kenne ein Hausmittelchen, das die Wünschelhut in Deiner Hose wieder zum Leben erweckt. Der Legende nach ist mein Urgroßvater auf dieses Rezept gestoßen, als er versucht hat, einen billigen Ersatz für Weihwasser zu erfinden. So, hier. Hey! Los, fang Du Undankbarer und denk an mich, wenn Du die schönste Liebesnacht Deines Lebens verbringst. Nee! Trink das! Ja! Ja! Bäh! Ja, die 50-Dollar-Kinder geht ins Kino und fahrt danach mit dem Taxi zu eurer Tante. Bleibt dort, ich rufe Euch an. Los, 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 los! Hoi, Omi, was ist? Matsch, das erklär ich Dir hinterher. Was glaubst Du, was Mama und Dad im Moment wohl machen? Keine Ahnung. Da ist er ja. Rex Harrison und Paul Anker in einer Person. Hoi! Das Elixier wirkt fantastisch. Das solltest Du mit Grandpa in Flaschen abfüllen und verkaufen. Du willst, dass ich mehr Zeit mit meinem Vater verbringe? Denk an meine Vorsitzende fürs neue Jahr. Aber ihr könntet eine Menge Geld verdienen. Gut! Wo ist meine Hose? Die hast Du in einem Leidenschaftsanfall aus dem Fenster geworfen und gesagt, Du brauchst sie nie wieder. Ach, beeil Dich, Nedi, die ist ja widerlich. Dann komm ein bisschen näher mit dem Mülltüttelchen. Wann? Ja, jetzt haben wir es endlich doch noch geschafft. Nach Jahren voller Enttäuschungen und Fehlschlägen schnell reich zu werden, werde ich jetzt schließlich doch noch reich werden. Und zwar schnell. Sir, äh, hallo, Sir. Ja, Sie sehen aus wie jemand, der Hilfe braucht, um seine Frau zu befriedigen. Au! Oh, ich hab das Gefühl, manche Leute haben moralische Einwände gegen unsere Sexdroge. Überlass mir das verkaufen, du Idiot! Tretet näher, Leute, und werdet Zeuge des medizinischen Wunders von Simpson und Sohn mit ihrem patentierten Revitalisierungs-Elixier hier. Bringt wieder Feuer in euer Gemäuer mit unserem anregenden, feuchtmachenden, triebquälenden, romantisierenden, überraschenden, frauenverehrenden Revitalisierungs-Elixier. Ach, ich bezweifle, dass ein einziges Elixier sich so vieler fantastischer Eigenschaften rüben kann. Wie wär's, wenn wir uns hier verknuspeln und ein wildes Techtelmechtel beim Zyklotron abziehen, Doktrine? Ganz wie Sie wünschen, Professor Hoyle. Heute Abend rücken wir die getrennten Betten zusammen. Und für Millhouse hab ich auch etwas im Einkaufszentrum gefunden. Arin, Pfadfinderzelt. Oh Mann, jetzt kann ich draußen im Garten schlafen. Ja, und zwar jede Nacht. Ich hab rausgefunden, dass der Verjüngungseffekt, den die Leute empfinden, eigentlich eine leichte Vergiftung ist. Ohne Zweifel aufgrund der unhygienischen Verhältnisse in Grandpa Simpsons Badewanne. Nichtsdestotrotz. Was ist eigentlich los? Wo sind all die Erwachsene? Ach, wen interessiert das? Ohne Erwachsene bin ich der Boss hier in der Stadt. Ach, mach nur weiter. Hör dir das an. Unerklärliches Verhalten. Individuen, die sich geheimnisvoll aufführen, stehen oft in Verbindung mit UFOs oder anderen paranormalen Phänomenen. Zum Beispiel Telefonsprengungen. Hui, wenn das in so einem Buch steht, dann ist das garantiert wahr. Ziemlich erschreckend. Und dieser Typ hier ist der Chef der Weltallogieabteilung an unserem Partner-College in Tampa. Würdest du mir heute Abend bitte was zu essen kochen, Bart? Meine Eltern sind nicht da und sie haben mir verboten, den Herd anzustellen. Beeilt euch, wir müssen noch viel Elixier verkaufen und viele Städte besuchen. Frigiden Village, komme selten, schlappe Nudeln. Na toll. Jetzt darf ich das ganze Wochenende mit diesem keuchenden Windei im Wagen verbringen. Und genau das stimmt nicht bei Bart's Generation, was deine Generation betrifft. Und für die minimale Ausgabe von einem Dollar können Sie eine Flasche Flüssige jetzt Maranda mit nach Hause nehmen. Destilliert von Don Juan, dem katalytisch-kohlensaueren Casanova. Lass die alten Rostlaum im Schuppen, denn die Menschheit hat einen neuen Freund in Simpsons und Sohns Revitalisierungselixier. Davon bin ich nicht überzeugt. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Aphrodisiaka. Alle Fragen werden beantwortet. Alle Befürchtungen werden mit einer unumkehrbaren Demonstration aus dem Weg geräumt. Darf ich einen Freiwilligen von den Zuschauern bitten? Ja, Sie, Sir. Wir sind uns noch nie im Leben begegnet. Stimmt das, Sir? Ja, absolut richtig. Wieso ist dann sein Gesicht auf der Flasche? Du bist der schlimmste Trommel, den ich kenne. Eine Schande für das Arzneimittel-Showgeschäft. Sie sind erst hinter uns her, seit du diese Wecklaufmusik eingeschaltet hast. Okay, damit ist es schmerzlich klar. Die Erwachsenen bereiten den Weg vor für eine Invasion der Untertassenbevölkerung. Dummkopf, siehst du nicht, dass das eine massive Verschwörung der Regierung ist? Oder haben sie dich auch schon für ihre Pläne gewonnen? Hört ihr euch auf, seid ihr verrückt? Wie könnt ihr euch in so lächerliche Rückschlüsse verrennen? Noch nie was von Schürmanns Schafsinn gehört? Die einfachste Erklärung ist doch meistens die richtige. Und was ist die einfachste Erklärung? Das weiß ich auch nicht, aber vielleicht sind sie umgedrehte Vampire und müssen zurück, bevor es dunkel wird. Ja, umgedrehte Vampire in der Natur! Hey, Moment mal. Das ist Agnes Spears berühmte Elchwarm. Rechts abbiegen! Hey, warum halten wir hier auf dieser Müllkippe? In dem Haus da bist du aufgewachsen, mein Sohn. Wow! Komm, wir suchen den Würstchenbaum, den ich gepflanzt hab. Ja, haben wir gewohnt, bis die Bank uns 63 den Hahn zugedreht hat. Tja, die Farm ging pleite, als die Kühe anfingen, saugende Milch zu geben. Die müssen irgendeinem Spuk zum Opfer gefallen sein. Na, ihr dummen Kühe! Da werden Erinnerungen wach. Wenn dieses alte Haus reden könnte, dann würde es sagen... Da ist sie, die alte Radiation King Fernsehtruhe. Da haben wir stundenlang vorgesessen und ferngesehen, bis irgendwann Schluss war. Wenn Sie erlauben, Helen, würde ich diese Frage gern mit einer weiteren flopsigen Bemerkung beantworten. Wow! Sieh mich an! Ey, Mom, ich bin Präsident Kennedy! Ach, ey! Vielleicht wird Homer mal Präsident, wenn er groß ist! Äh! Du, Präsident! Das hier ist mit Abstand das schönste Land der Welt! Und wir haben ein System aufgebaut, um zu verhindern, dass Leute wie du Präsident werden! Schluss mit deinen tagtreuen Melonenrübe! Schluss mit deinen tagtreuen Melonenrübe! Dad, wieso hast du mich eigentlich nie zu irgendwas ermutigt? Vielleicht wäre dann doch mehr aus mir geworden. Vielleicht ein Reisebüroleiter oder ein berühmter Wissenschaftler. Oder der Erfinder eines aufheiternden Kühlschrankalarms. Du wagst es, dich zu beschweren? Du hast mich eingesperrt und mir zu Weihnachten immer denselben verdammten Duschsicherheitssitz geschenkt! In deinem ganzen Leben hast du mir nicht einmal was Nettes gesagt. Ja, weil du ein Versager bist! Du bist ein Versager! Du mieser kleiner... Hey, halt, hör sofort auf damit! Schluss, jetzt erst recht! Wir fahren nach Hause! Dich und dein dämliches Elixier habe ich endgültig satt! Hätte ich das damals vor 38 Jahren nicht genommen, wärst du nie geboren und ich wäre heute noch glücklich! Du warst ein Betriebsunfall! Steig sofort aus! Tut mir leid, dass ich das gesagt habe! Raus mit dir! Gut, bitte, ich werde aussteigen! Aber ich hoffe, du hast wenigstens so viel Herbst nicht weg zu... Warte! Naja, ich werde schon überleben, wenn ich mich nur an mein Training bei der Armee erinnern könnte! Mist! Es tut mir leid, entschuldige! Hallo! Homie, willst du wirklich Grandpa für den Rest deines Lebens ignorieren? Ach, natürlich nicht, Mats, nur für den Rest seines Lebens! Er hat gesagt, ich war ein Betriebsunfall, er wollte mich gar nicht haben! Und du wolltest Bart nicht haben! Ich weiß, aber das darfst du dem Kind niemals erzählen! Das sagst du, Bart, doch andauernd heute Morgen zuletzt! Aber wenn ich das sage, klingt's niedlich! Gut, damit wären wir uns wohl alle mehr oder weniger einig, was mit den Erwachsenen los ist! Millhouse? Okay, so ist der Stand der Dinge! Die Firma Rant zwingt in Verbindung mit den Untertassenwesen... Danke! ...unter Oberaufsicht dieser umgedrehten Vampire... Oh... ...in einem teuflischen Komplott unsere Eltern früh ins Bett zu geben, um das Abendessen ein für alle Mal zu eliminieren! Wir werden von allen Seiten mit Ferngläsern beobachtet! Kinder, euer Daddy und sein Daddy stecken in einer sehr verzwickten, nussig-klebrigen, schokoladenartigen... Weg damit, Junge! ...Situation! Euer Daddy hat was sehr Wesentliches festgestellt! Ein Vater sollte seine Kinder immer spüren lassen, dass sie erwünscht sind! Fangen wir gleich an! Ich verspreche euch viel mehr Zeit und Aufmerksamkeit zu widmen, wie ihr es verdient! Ich kann keine Lauf! Und nun weidet eure Ohren an der gequälten Aussage meines eigenen Fleisches und Blutes! Der Sohn, der den Lohn in Simson und Sohn gebracht hat, mein Sohn, Parnie! Ich war früher mal ein fetter, widerlicher Klops! Die Arznei scheint bei ihrem Sohn gewaltige Blähungen zu verursachen! Sein Rülpsen ist das Ergebnis eines nichts damit zu tun habenden Alkoholproblems! Ich weiß nicht, nein! Ohne Homa ist es einfach nicht dasselbe! Der hat auch gewusst, wie man Auto fährt! Mein Sohn! Mein lieber Sohn! Von nun an werde ich ein guter, aufmerksamer Vater sein! Und das werde ich euch jetzt gleich beweisen! Indem euer Vater euch lehrt, wie man unbeschadet Fahrrad fährt! So? Dad, Punkt 1 weiß ich wie mein Fahrrad fährt. Punkt 2 hab ich schon ein Fahrrad. Und Punkt 3, das da ist ein Mädchenfahrrad. Du bist kein Mädchen, du bist ein Junge. Und ein braver Junge. Du kannst Präsident werden! Merk dir das, du wirst Präsident! Dad! Ich glaub Lisa will mit ihrem Schwungreifen wieder angeschubst werden. Nein, Dad, ich will runter. Der Reifen ist unheimlich dreckig und der Stahlgürtel klemmt mir alles ein. Hui! Hui! Ich will dich nicht beleidigen, Homer, aber als halbärschigen Untervater fangen wir dich witziger als als halbärschigen Übervater. Aber ich setze doch meinen ganzen Hintern ein. Dad, wir wollen damit nur sagen, zu viel von deiner Liebe kann einen richtig erschrecken. Irgendwann werdet ihr mir für meine erschreckende Liebe danken. Aber jetzt muss ich mal schleunigst wohin und ernsthaft nachdenken. Ich glaube, er hat gemeint, ernsthaft einen trinken. Der Ansicht bin ich ebenfalls. Von hier hat alles seinen falschen Weg genommen. Wie sollte denn ein guter Vater aus mir werden, wenn ich selbst keinen hatte? Dad war ja nicht mal zu Hause, wenn mir am Weihnachtsmorgen der Weihnachtsmann gegenüberstand. Was für ein Vater! Augenblick mal. Das ist Dad! Oh! Dieses Foto ist wie ein Segen. Es lindert meinen Herzensschmerz. Dieses Elixier hat mir nichts als Ärger gebracht. Du hast Schaden angerichtet, wo du nur konntest. Oh nein! Oh nein! Dad! Ich bin ein Nichtsnutz. Ich habe unser Haus im Brand gesteckt. Nein! Ich bin ein Nichtsnutz. Ich habe unser Haus im Brand gesteckt. Soll ich dir was sagen? Was denn? Wir sind beide Nichtsnutze und Versager. Das spielt keine Rolle. Viel schlimmer ist für mich, dass du recht hattest, als du mir gesagt hast, dass ich in meinem ganzen Leben nie was Nettes über dich gesagt hätte. Soll das heißen, dass du mir vielleicht jetzt etwas Nettes sagen möchtest? So weit voraus habe ich nicht gedacht. Na schön, dann werde ich mich überwinden. Es tut mir überhaupt nicht leid, dass es dich gibt, mein Sohn. Und ich war immer mehr als stolz darauf, dass aus dir ein kleiner Schwächling geworden ist. Ach, Dad! Ja. Was hältst du doch wund, wenn wir uns auf dem Rasen wälzen? Ach, ich bin dabei, Dad. An Halloween gab's wieder Süßigkeiten satt. Der Blutzucker stieg in der ganzen Stadt. Gib mir deinen Süßkram! Ich gehe zu einer Party. Mein Outfit ist schick. Ein Catwoman-Anzug macht auch nicht dick. Augenblick. Es ist Halloween. Bleib brav, bis ich zurückkomme von dieser Party. Kriegen wir was Süßes? Für jeden ein Smarty. Dann rumste es laut. Wir verloren den Mut. Und da kam er auch schon. Der Fette mit Hut. Ich rette Halloween und mache euch froh. Ich jage euch eine Spritze gegen Mumps in den Po. Jetzt springt auf mein Fahrrad und schnell weg von hier. Wir holen uns Süßes. Und vielleicht ein Schluck Bier. Du solltest nicht hier sein, wenn's die Mutter nicht weiß. Und du solltest tot sein, du faltiger Greis. Dann pass mal gut auf, dass dich niemand verpetzt. Denn ich, alter Greis, werd dich... Äh, wo bin ich jetzt? Gleich räumen wir auf, denn das können die gut. Die Helfer versteckt unter meinem Hut. Ich, äh... Ich wusste, ich habe da etwas vergessen. Die Kleinen gehen drauf ohne Wasser, Luft und Essen. Ich bin der Borax, ich beschütze den Wald. Doch mein Gesicht ziert Konsumgüter für Jung und Alt. Heuchler. Hey! Süßes oder Saures? Wer klingelt die Klingel, fragt der genervte Reiche. Süßes gibt es hier nur über meine Leiche. Er zog sein Karacho und schoss mit Karwumpf. Und lachte, als das Haus von dem Alten machte Rumpf's. Eine Lehre für alle, die lieben ihr Geld. Geld ist nicht die Welt, wenn's Haus zusammenfällt. Doch als böser Gemeiner kann man sich wehren. Wir sind nicht in der Schule, Schluss mit den Lehren. Ich hab hier nichts Süßes. Hier gibt es nur Bier. Und was willst du mit den Minderjährigen hier? Deine Nüsse sind ranzig, dein Bier schmeckt nach Pisse. Drum bin ich jetzt wütend wie eine Hornisse. Hey, hey, hey! Das soll eine Kindergeschichte sein. Schnappt euch sein Geld und den Schnaps, den er gebraut. Ich mach mir einen Schal aus seiner ledrigen Haut. Äh, Mr. Hut, ich will mich nicht beschweren. Aber wir wollten Süßes und keine Leben zerstören. Er dachte kurz nach und sagte... Ich kenn einen Mann. In seinem überteuerten Laden gibt er uns, was er kann. Nehmt, was ihr wollt. Doch bitte nicht hauen, Riegel aus Schoko und Gummi zum Gauen. Ich erschieße dich nicht, denn ich quäle dich cooler. Ein Nachmittag frei mit acht Kindern und mal Schula. Nein! Wir hatten Angst vor einem Haftbefehl. Da kam ein dreihöckiges Gamba-Mehl. Ein Gamba-Mehl ist ein Kamel, doch ohne Tadel und Fehl. Noch dazu ist es eine friedliche Seel. Drum, wenn ihr schnell weg müsst, ohne Krakehl, nehmt ein Gamba-Mehl, das ist ein Befehl. Doch stürzt das Gamba-Mehl und ihr fallt mit Gravel, dann nehmt euch einen Krusty-Befehl. Fällt der parallel, daraus mache ich kein Hehl, braucht ihr nur Hummel. Ei, ei, ei! Wir dachten, wir wären dem Psychopathen entkommen. Doch er hatte bereits unser Haus eingenommen. Ich bleibe für immer, ihr hässliche Brut. Ich bin euer neuer Daddy, der Fette mit... In der Hölle bin ich furchtlos einer von vielen. Nur lasst mich bitte nie von Mike Myers spielen. Was zum Teufel? Bart, ist es nicht gefährlich, unseren Drachen neben einem Flughafen steigen zu lassen? Hey, wer in einen Airbus einsteigt, weiß, was er für ein Risiko eingeht. Drachen! Auf zwei Uhr! Das verstehe ich nicht, ich hab ne Digital-Uhr. Ja! Ja! Was, bitteschön, mach das Foto von meiner Frau an deinem Kontrollschirm? Over. Havada, 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 over. Och, ich kann meinen Drachen nirgendwo anbinden und ich hab meinen Schal vergessen. Bingo! Ich seh'n Auffahrunfall mit zwölf Autos, der FKK-Grillparty auf dem Dach und oh mein Gott, ein Kastendrachen! Naja, wenigstens ist es ein schöner Abend. Ich bin noch am Leben, wieder zusammengeflickt, alles okay. Eigentlich ist gar nichts okay. Eik, Karamba! Tut mir leid, nur so konnte ich Bart's Leben um ein Jahr verlängern, während ich deines um 30 verkürze. Ich hab gedacht, ich spende Blut. Das tust du, so wie Lymph- und Rückenmarksflüssigkeit und alles andere. Aber dein Gehirn hat komplett die Kontrolle. Ich kann mit Bart's Kopf machen, was ich will? Oh Mann! Wirk mich hier raus, Fettsack! Na, warte du, Kleiner Bart, es nicht medizinische Geschichte zu schreiben! Ups! Alles wieder gut! Nein! Junge, nachdem du dein Zimmer nicht mehr brauchst, hab ich mir endlich eine Männerhöhle gebaut! Männerhöhle! Alle sind willkommen in meiner Männerhöhle! Äh, keine Mädchen! Oder Jungs, die an Mädchen hängen! Wir unternehmen alles, um ihren besonderen Bedürfnissen gerecht zu werden! Und fertig! Ich fasse zusammen, mein Wissenschaftsprojekt ist das! Hervorragend, Lisa! Eins plus! Bart, du bist dran! Naja, mein Wissenschaftsprojekt ist, dass ich an Lisas Körper dranhänge... Plagiativ und redundant! Fünf minus! Bart, von einem Kopf der vierten Klasse erwarte ich mehr! Du dreist die Erde in die falsche Richtung! Das war mein Wissenschaftsprojekt! Bart, Lisa, ich fürchte, ihr beide werdet sehr viel Zeit miteinander verbringen müssen. Versucht doch mal, etwas Gutes über den anderen zu sagen. Naja, sie ist ziemlich gesund für jemanden, der Filzläuse hat. Bart, sind Lisas Ohren nicht sauber? Ja, so sauber wie ein Schweizer Alkentunnel. Und weiter? Na ja, jetzt habe ich immer jemanden, mit dem ich Mittag essen kann. Hervorragend! Mehr Therapie können sich eure Eltern nicht leisten. Ich glaube, wir haben sehr gute Fortschritte gemacht. Super! Und ich habe diesen zwei Köpfe für einen Gutschein. Der ist für Salat. Und was ist mit dem? Eine beliebige Störung gratis für jede Schizophrenie. Der ist von mir, aber der ist abgelaufen. Nein! Ich hätte Bart den Kopf viel früher abhauen sollen. Schlaf gut, Lies. Dass mein Kopf an deiner Schulter angenäht ist, hat uns einander näher gebracht. Regenbogen. Oh, Regenbogen. Oh, bitte nicht schon wieder der Pony-Traum. Hey, das habe ich gemacht. Ja, das bin ich. Wenn sie schläft, dann habe ich die Kontrolle über ihren Körper. Lies, ich werde dafür sorgen, dass du auf ewig weiter schläfst. Oh, Pfefferminz-Bombos. Verdammte! Dein Wagen läuft genauso gut wie deine Karriere. Warte, ich hole die Überbrückungskabel. Oh, eine Panikattacke, hä? Gut, dann gebe ich dir einen Grund für deine Panik. Ich schneide ihren nervigen Kopf ab und dieser Körper gehört mir. Oder wir beide sterben. So genau kenne ich die Spielregeln nicht. Wieso, Bart? Ich dachte, wir sind befreundet. Ein Bruder kann nicht mit seiner Schwester befreundet sein. Bist du dir wirklich ganz sicher? Tut mir leid, ja. Ja, dann habe ich wohl keine andere Wahl. Wie konnte das nur schief gehen? Wenn es Kopf an Kopf geht, gewinnt der, der mehr Gehirn hat. Na ja, egal wo ich bin, es ist bestimmt besser als vorher. Dumm gelaufen. Jetzt kann ich immer Karaoke-Duett singen. Mock! Yeah! Ing! Yeah! Ich spüre deinen Schmerz, Bruder. Du musst diese 10.000 miesen Tricks bis nächste Woche auswendig lernen. Helfen Sie mir, Doktor. Also so sieht's aus, wenn deine OP gut verlaufen ist. Kommen Sie näher. Kommen Sie näher. Nur zwei Groschen. Halten Sie. Halten Sie die Luft an, wenn Margarete die Luft erobert. Lachen Sie über die Klaunereien. Ehrlich, Leute. Wir sollten versuchen, diesen Hitlertypen aufzuhalten. Staunen Sie, wenn der Kraftprotz mit bloßer Zunge einen Waden zieht. Das ist das Lied, das ihr hört im Zirkus. Es singt ein Keil, den ihr seht im Zirkus. Lach das so, lach das so, lach das wein. Oder schauern Sie bei den kleinen Fehlschöpfungen des Allmächtigen, den Freaks. Der menschliche Esel. Hihaha! Die furchtbare Rückblende. Mark! Yeah! King! Yeah! Kreaturen aus einer anderen Galaxis. Eigentlich ist es eher ein Kugelsternhaufen. Nicht dunkel machen, nicht dunkel machen! Und nun sollten kleine Kinder gehen, rechtschaffende Frauen ihre Augen abwenden und Männer einen kräftigen Schluck Zirkus-Wiski nehmen. Sehen Sie nun die abstoßendste Kreatur von allen. Also, äh, ist jemand aus New Jersey hier? Da fahr ich nächste Woche hin. Ah! Hey Torso, wo bleiben die Kekse? Selbst eine menschliche Schnecke wäre schon fertig. Ich habe es so satt, dass Leute annehmen. Eine menschliche Schnecke wäre irgendwie langsam. Guten Tag! Na los! Geht an die Arbeit mit euren Flatterflossen und euren Humpelstrumpen. Der Spießbürger erwartet etwas für seine Benunze. Mr. Bansom, Sie sollten diese armen Wesen mit Respekt behandeln. Marge, halt dich von den Freaks fern, denn du gehörst mir, dem dummen, haarlosen Grobian. Naja, du bist nun mal das Beste, was dieser Zirkus zu bieten hat. Oh, dann koste die Stärke deines Verlobten. Wenn Gott dir so eine starke Zunge gegeben hat, warum kannst du dann nicht freundlich von diesen unvollkommenen Engeln sprechen? Marge, die wussten genau, worauf sie sich einlassen, als ihre Eltern sie an den Zirkus verkauft haben. Genug! Findet euch mit der Wertschätzung ab, die euch in einer Freakshow erwartet. Verzeihen Sie, Ma'am, aber ein normaler Mensch hat sich noch nie für uns eingesetzt. Ich bin doch auch ein Freak. Mein eines Auge ist blau und das andere ist blässlich-braun. Ich will nicht mit Ihnen tauschen, Lady. Gebt nie die Hoffnung auf, meine Freunde. Von allen Küssen, die ich in meinem Leben bekommen habe, war das der Erste. Du solltest dich mit ihr verabreden. Ah, sie ist vergeben an den Kraftprotz. Keine Angst, solange Hasenohr es nicht hört und es Großmaul erzählt. Ja, was ist denn ein reichen, 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 reichen. An das Mädchen vom Kraftprotz komme ich nicht ran. Er verdient 10 Dollar die Woche plus so viel Sägemehl, wie er essen kann. Aber du hast einen Smaragdring. Von meiner Mutter. Sie gab ihn mir auf dem Sterbebett. Sie hat ihn auch auf dem Sterbebett verdient. War viel los auf dem Sterbebett. Mit so einem großen Smaragden könnte ich alles kaufen. Einen Wagen, einen Eisschrank, einen Überseekoffer voller Filzhüte. Aber wie soll ich ihn in die Finger bekommen? Ah, ich bin ein Idiot, natürlich. Marge wird die Frau von Mo. Oh, ich bring Mo um, sie kriegt den Ring. Ich heirate sie und der Ring gehört mir. Und mein Plan ist so brillant, weil er so simpel ist. Du wirst bereuen, dass du das gesagt hast. Du wirst bereuen, dass du das gesagt hast. Ich hab meine Schlüssel verloren. Hey, unglaublich, ich sammle Moos. Marsch, willst du Mo heiraten? Ich bin mit dir verlobt, Geliebter. Der arme, einsame Bursche wird bald sterben. Wirklich? Woran? Oh, das lass mal meine Sorge sein. Aber du könntest seinen letzten Tag zu einem Glücklichen machen. Und der Ring ist nur die Kirsche auf der Torte. Was für ein Ring? Der Ring, der mich aus dem schäbigen Zirkus raus und in den guten Zirkus reinbringt. Verheiraten wir dich. Aber wärst du nicht eifersüchtig, Geliebter? Ich neige nicht zur Eifersucht. Und außerdem hab ich von dir gelernt, Mitleid für diese Kotzbrocken zu empfinden. Jo, sag ich auch. Und mit dem Ende unseres traditionellen Hochzeitsliedes erkläre ich euch nun zu Mann und Frau. Mo, egal wie wenig Zeit wir miteinander haben werden, sie wird wunderschön sein. Ho, 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 oh, sehr wenig Zeit. Ihr sagt seltsame Dinge, aber heute sollte man sich keine Sorgen wegen der Drohungen vom Ex-Liebhaber der Braut machen. Ich erhebe das Glas auf dich, March. Jetzt bist du eine von uns. Eine von uns, Go, Ben, Go. Eine von uns, Go, Ben, Go. Warum müssen Firmenfeiern immer ausarten? Gott, du bist so schön in deinem Frisiermantel. Ich, äh, mach mich lieber etwas frisch. Stell auf Massage, Jumbo. Was machst du da? Ah, ich versuche, Mo umzubringen, damit wir seinen Smaragd bekommen. Kein Sport, kein Rock, keine Information. Für dummes Geschwätzchen wie ihre Station. Hier ist KBBL-Radio mit Springfields Lieblingskonservativen und Autoren des Bestsellers. Nur Truthähne haben linke Flügel. Ladies und Gentlemen, Birch Barlow, der Bissige. Ach, Quatsch, dieser Barlow ist ein ganz rechter Finger, der behauptet, Ted Kennedy habe seine Glaubwürdigkeit verloren. Unglaublich. Ja, schalte um. Ich halte mich für politisch richtig liegend und wenn der redet, fühle ich mich ziemlich unwohl. Nein, 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 Jungs. Ich bin zwar ziemlich unpolitisch und halte Leute, die wählen, für Weichen darüber. Aber irgendwo trifft Barlow der Bissige in meine innersten Gefühle. Guten Morgen, freiheitsliebende Kameraden. Hier ist Barlow, der vierte Arm der Regierung im 51. Staat. Wie wir alle wissen, gibt es drei Dinge hier in Springfield, die wir nie loswerden. Einmal die Fledermäuser in der Leihbibliothek. Zweitens Mrs. McFeelys Komposthaufen. Und drittens unseren Bürgermeister. In der sechsten Legislaturperiode diesen ungebildeten Steuerbetrüger, frauentauschenden, haschrauchenden Verschwender Joe Quimby. Ich bin nicht mehr ungebildet. Warum sind wir mit diesem Schlammbeutel Quimby bestraft worden, werden Sie sich fragen, verehrte Hörer. Weil diese Stadt sich im Würgegriff von ein paar schlipsablehnenden Baumliebhabern befindet, die lieber Sackhüpfen spielen als Obdachlose einzusperren. Wogegen wir uns unbedingt reden müssen. Was steht da los? Das klingt aber ziemlich kontrovers. Lisa, du weißt, dass ich mir jede Kontroverse in diesem Haus verbitte. Ich mag ihn auch nicht, Mom, aber ich schreibe einen Bericht über Lokalpolitik für mein Schulprojekt. Du hältst dich wohl für die Größte, nur weil eure Klasse immer Projekte machen darf. Ich, ähm, befasse mich auch gerade mit einem Projekt, ähm, mit dem Thema Feuerwerkskörper. Hm, Bart, höre gefälligst aufzumüden. Und nun als besonderen Abschiedsgruß Hosi-Hudi-Quack-Weck an die bei uns zu Besuch weinenden chinesischen Rektoren, hat Bart Simpson uns ein Brillantfeuerwerk versprochen. Oh, toll, toll, toll. Oh. Was für eine Woche, er verspricht uns ein Brillantfeuerwerk. Ein dämlicher Schüler. Äh, äh, ein dämlicher Rektor. Oh. Also, Freunde, sollten wir unsere Dymlo-Karten mit ihrem herzergreifenden Stinke-Wohlfahrtprogramm zur Hölle jagen? Dad, ich musste mir diesen Schrott jeden Morgen anhören. Könnten wir bitte umschalten? Solange ich den Wagen hier fahre, habe ich wohl das Recht, den Sender auszusuchen. Sobald du fahren darfst, werden wir nur noch deinen Sender einschalten und deine Musik hören. Nicht mehr länger aus, lass uns umschalten. Und schon klingelt das Telefon. Bob aus South Springfield, willkommen in unsere Sendung. Hallo, Barlow. Oft gehört zuerst erreicht. Ich empfinde es als Ehre, dass Sie die Republikaner mal wieder ins Gespräch bringen. Es wird höchste Zeit, den Leuten klarzumachen, dass wir Konservativen nicht alle Volker, Volksverhetzer und Bibi-Bibelrandalisten sind. Oder George Büschel. Das klingt nach Tingle Tangle Bob. Ja, Ma'am. Tingle Tangle Bob treibt seinen Schabernack auf sämtlichen Wellenlängen. Ich will dir die Peinlichkeit der Spahn zugeben zu müssen, dass du gar nicht weißt, wer Tingle Tangle Bob ist. Wie bitte? Tingle Tangle Bob war mal Krustys Assistent, aber vor Jahren hat der Krusty eines bewaffneten Raubüberfalls beschuldigt und Bart hat ihn ins Gefängnis gebracht. Nach seiner Entlassung hat der Tante Selma geheiratet und versucht, sie zu ermorden. Oho, Tingle Tangle Bob. Bart, dein Todsein spricht im Radio. Und nun bringen wir noch mehr Dementis von Dr. Demento. Sie präsentieren unsere Bützlinge. Ich hab deinen anderen Todfeind gemeint. Tingle Tangle Bob. Oh, Tingle Tangle Bob. Ich bin erst zehn und hab schon zwei Todfeinde. Und diese geplante Autobahn wird den Handelsumsatz unserer örtlichen Geschäftsleute gewaltig steigern. Was bringt ihr uns dabei raus? Schenken Sie uns was Schönes oder wir jagen Sie mit dem Zug aus der Stadt. Naja, ähm, was hättet ihr denn gern? Schlaf. Zick Hässchen, aber reichlich. Matlock! Dann darf ich den Vorschlag machen, die Autobahn den Matlock Expressway zu nennen. Aber es wäre mehr als kurzsichtig von mir, all meine gegenwärtigen Nöte einem stachelköpfigen kleinen Einfallspinsel in die Schuhe zu geben. Mhm, kurzsichtig. Oder nennen wir ihn lieber einen Stahlkopf. Aber Sie haben eben von Nöten gesprochen. Ach, wissen Sie, Barlow, ich bin im Moment eingekerkert. Ich wurde verurteilt wegen eines Verbrechens, das ich nicht mal begangen habe. Ha, wie die versuchten Maundes. Ich kann nur sagen, was soll das? Es gibt doch auch einen Nobelkreis für Chemieversuche. Halt, Moment mal, das ist ein Privatgespräch. Tja, das ist wieder mal typisch. Ein weiterer intelligenter Konservativer, dem unser liberales Justizsystem hemmungslos die Kandara anlegt. Wieweiland, Colonel Oliver North, Offizier Stacy Coon und dem gezeichneten rauchenden Kamel Joe Camel. Danke, mir reicht's. Ich betrachte es hiermit als meine Pflicht, dass unser Freund Bob freigelassen wird. Nein! Nun, trotz Barts Einspruch wird es nun in Südafrika zu freien, demokratischen Wahlen kommen. Freunde, Bob ist ein politischer Gefangener. Und ich darf jeden treuen Hörer bitten, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um ihn aus dem Gefängnis zu holen. Okay, ihr habt es alle gehört. Jeder eine Granate. Nein, ich glaube, er meint gewaltlos. Durch grüne Graswurzel politischer Zonen. Ach was, glaubst du das im Ernst? Na gut, dann gib sie wieder her. Hier, David, bevor was passiert. Hey, halt! Wer hat hier den Stift rausgezogen? Mops Begnadigung Nummer Eins auf der Tagesordnung. Bitte sehr! Wenn der Wind plötzlich aus der Richtung weht, werde ich mein Fähnchen eben nach dem Wind hängen. Aufgrund eines Sondererlasses des Bürgermeisters von Springfield erkläre ich Sie hiermit als rechtskräftig begnadigt. Meinen Glückwunsch, Robert Underdonk Terwilliger. Das Boot liegt auf der anderen Seite. Oh, danke. Heilbrüder! Kolorunon Silinaria Ozu Mahok! 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 Nun, Gentlemen, der Bürgermeisterwahlkampf steht vor der Tür. Und wenn wir diesen Joe Quimby schlagen wollen, brauchen wir einen Kandidaten, der bekannt und medienwirksam ist. Eine Führungskraft, die genau das tut, was ihr befohlen wird. Ach, Monty, ich bin Ihnen weit voraus. Wenn Sie diese Tür öffnen, sehen Sie den nächsten Bürgermeister von Springfield. Was soll das heißen? Nein, nein, nein. Bob, Bob, komm rein. Ein fröhliches Mahok euch allen. Ja, ein hervorragender Kandidat. Dem pflichte ich bei. Er hat so was Menschliches an sich. So, Schüler, ich wünsche, dass ihr euch bestens aufführt bei diesem sorgfältig vorbereiteten Medienereignis. Das bedeutet keine dummen Bemerkungen, keine Fratzen schneiden und keine Grasfresserei. Das gilt besonders für dich, Ralph. Ja, Sir. Hallo, Kinder. Hallo, Bart. Meine jungen Freunde, mein Gegner Joe Quimby ist völlig verwirrt, was euer Schulsystem betrifft. Wisst ihr, was der macht? Nichts weiter als Flickflacks. Manchmal weiß er nicht mal genau, ob er gerade kommt oder schon wieder geht. Er hat vor, eure Zukunftsaussichten noch weiter zu beschränken. Bart, wir dürfen nicht zulassen, dass dieser Bob hier groß Eindruck schwindet. Wir müssen ihn in Grund und Boden fertig machen. Das schaffe ich schon. Halt! Hilfe! Ich werde angegriffen von Gegenständen. Onkel Bürgermeister hat gerade gesagt, dass für Kinder die wichtigsten natürlichen Rohstoffquellen sind, die es gibt. Auch wichtiger als Kohle? Äh, äh, ja. Ich kann nur sagen, das war ein gewaltiger Fehler, Bart. Kein Kind hat seine Nase in die republikanische Partei gesteckt und es überlebt, um davon zu erzählen. Lass dich nie wieder in Riverdale blicken. Quimby, wenn Sie als Bürgermeister kandidieren, stimmt er für Sie. Bezahlt vom Bürgermeister Quimby Bürger Bürgermeisterkomitee. Hegel-Lubschauge, wähle Quimby. Hey, du Bartmatz, wähle Quimby. Das heißt zumindest das kleinere von zwei Übeln. Äh, ja, ja. Ich liebe Quimby. Könnte ich bitte noch ein paar Stoßstangenaufkleber haben, du Sack? So, das wär's. Damit kann die Mumie auf ihre mystische Reise gehen. Dieser Quimby-Lümmel hat uns hoch und heilig versprochen, uns einen Madlock-Expressway zu bauen. Wie willst du das überbieten, wenn du alles besser weißt? Hm, wie wär's damit? Ich werde nicht nur den Expressway bauen, sondern auch den verbliebenen Teil dieses angebrochenen Nachmittags, euren nicht enden wollenden Anekdoten lauschen. Ja, wunderbar! Wer sagt sie? Ich fang an! Meine Stimme hat er. Augenblick mal nicht. Viele Leute wissen, dass mir der erste Radiosender hier in Springfield gehört hat. Viel wurde damals nicht gesendet. Der alte Edison hat nur immer und immer wieder das Alphabet vorgelesen. Mit A fing er an. Dann kam das B. Dem folgte logischerweise das C. Bürgermeister Quimby setzt sich besonders rein für Gefängnis mit Drehtüren. Bürgermeister Quimby hat sogar Tingeltangelbob freigelassen, der schon zweimal wegen versuchten Mordes verurteilt wurde. Kann man einem solchen Mann trauen? Wählt Tingeltangelbob zum Bürgermeister. Die Liga Uninformierter Wähler präsentiert die Bürgermeisterdebatte von Springfield. Ich bin der Moderator Larry King. Ein Wort an unsere Zuschauer. Auch wenn wir hier auf dem privaten Fox-Kanal laufen, ist dies kein Grund zu pfeifen und zu johlen. Ich hätte diesen alten Leuten nicht die Hand schütteln dürfen. Hoffentlich beeinträchtigt die Grippe nicht seinen Auftritt heute Abend. Keine Sorge, er hat hunderte von diesen Kapseln genommen. Besonders ein Schlepper. Tingeltangelbob. Unser Stadtratsmitglied Les Weinen behauptet, Sie hätten nicht genug Erfahrung, um Bürgermeister zu werden. Was möchten Sie dagegen vorbringen? Naja, was soll ich dazu sagen, Les Weinen? Sie sollte lieber mehr denken und weniger weinen. Es gibt doch gar keinen Les Weinen im Stadtrat. Trotzdem eine gute Nummer. Bürgermeister Quimby, Sie sind allgemein bekannt für Ihre nachsichtige Einstellung zur Kriminalität. Nehmen wir nur mal kurz an, dass Ihr Haus von Diebenheim gesucht wird und Ihre Familie liegt gefesselt im Keller mit Socken geknebelt. Sie versuchen die Tür zu öffnen, aber die Klinke ist mit Blut besudelt. Wie lautet Ihre Frage? Meine Frage betrifft das Budget. Die Flammen wurden von Kanal 6 elektronisch eingeblendet. Mir gefällt sein Bart verfolgendes Verhalten nicht. Andererseits gefällt es mir, dass er Selma aus dem Weg räumen will. Der Kerl hat mir einen Raubüberfall in die Schuhe geschoben. Aber ich sehne mich nach einer Steuersenkung für Besserverdienende. Wir veröffentlichen das Endergebnis. Für Tingeltangel Bob 100 Prozent, für Joe Quimby 1 Prozent. Nicht zu vergessen, es gibt eine Fehlerquote von einem Prozent. Und nun schalten wir live in Bobs Hauptquartier zur Ansprache des Siegers Bob Terwilliger. Sehen Sie nur, liebe Zuschauer, wie glücklich er ist. Ah, das ist das jüngste Gericht. Schnell scharf Bart aus dem Haus, bevor Gott kommt. Es tut mir leid, Mr. Simpson, aber Ihr Haus behindert den Ausbau unseres neuen Medlock Expressway. Ich mache Ihnen ein faires Angebot. Sie haben 72 Stunden Zeit, das Haus zu räumen. Danach wird es in die Luft gesprengt mit allen eventuell verbliebenen Simpsons. Diesem Spuk müssen wir Einhalt gebieten. Ich weiß, was Sie vorhaben, Bürgermeister Wickelwackel. Aber rechnen Sie nicht damit, dass sich einer in meiner Familie das bieten lässt. Weg mit deinem verdammten Haus, mein Sohn! Bart, auf besondere Anordnung des Bürgermeisteramtes wirst du zurückgestuft. Oh, hat das zu bedeuten, ich soll die vierte Klasse wiederholen? Ja, ganz recht, aber erst in vier oder fünf Jahren, du kommst wieder in den Kindergarten. In den Kindergarten? Ha! Nun, meine lieben Kinder, wer weiß, was das ist. Ein Dreieck. Ganz hervorragend, Bart. Du darfst dir als Erster ein Spielzeug aussuchen, um damit zu spielen. Cool. Ich nehme das Feuerstein-Telefon. Ja, warte mal du! Schön, mit dir zu sprechen. Juhu! Jetzt verlieren wir unser Haus und müssen unter einer Brücke kampieren, wie Landstreicher. Ich glaube nicht, dass Bob diese Wahl legal gewonnen hat. Ein verurteilter Verbrecher würde nie so viele Stimmen bekommen und ein anderer verurteilter Verbrecher so wenige. So, hier bitte. Das Ergebnis der Bürgermeisterwahl letzten Monat. 48.000 Wähler und wer wofür gestimmt hat. Ich habe gedacht, die Wahl wäre geheim. Okay. Aaron, A. Aronson hat gestimmt für Bob. Aaron, L. Aronson hat gestimmt für Bob. Arthur, B. A. Blablabla hat gestimmt für Bob. Hey! Wer auch immer diesen Brief geschrieben hat, er will uns heute Abend hier treffen. Ich finde das unheimlich cool, Bart. Wir sind wie Starsky und Hatsch. Ja, nur hat Aaron Vater nicht im Wagen gesessen und Archie-Heftchen gelesen. Ihr hochnäsigen Riverdale-Penner, glaub wohl, ihr seid was Besseres als ich. Ihr seid auf der richtigen Spur. Ihr müsst nur dem Namen nachgehen. Woher wollen Sie das wissen? Ich kann euch nicht verraten, wer ich bin. Aber ich habe beim Wahlkampf mitgearbeitet. Hey, Mr. Smithers! So ein Mist. Dafür dürfen Sie mich jetzt auch gleich nach Hause fahren, Mr. Simpson. Ich habe Mr. Burns bisher noch nie hintergangen, aber Tingle Tanglebobbs ultrakonservative Ansichten stehen in krassem Gegensatz zu meinem homogenen Leben. Ich kann euch nur einen Namen verraten. Edgar Neubauer. Wenn ihr den findet, habt ihr die Antwort. Ach, kein Edgar Neubauer. Es ist absolut hoffnungslos. Die werden unser Haus bestimmt abreisen und wir müssen in ein billiges Motel ziehen. Ein Motel? Das kann Deb sich überhaupt nicht leisten. Moment. Hey, Lisa, komm her. Ich habe ihn gefunden. Diesen Edgar Neubauer. Mein geliebter Mann und alter Querulant. Oh mein Gott, die Toten sind auferstanden und wählen die Republikaner. Nein, Bart, das ist unmöglich. Tote können nicht wählen. Hier, Prudence Goodwife, gestorben 1641. Die hat auch für Bob gestimmt. Genauso wie Buddy Holly, Richie Valens und Big Bopper. Selbst der Haustierfriedhof hat Bob gewählt. Hier, Mr. und Mrs. Bananas, Humphrey Borgard. Oh, meine arme tote Katze. Bitte du nicht auch noch. Jetzt ist es aus, Bob. Jetzt haben wir was gegen dich in der Hand. Hey, vergiss bitte nicht, Der Richter hat versucht, mich umzubringen. Und der Suchungsausschuss gegen Bob. Verehrter Bürgermeister, ist es wahr, dass Sie die Wahl manipuliert haben? Nein, habe ich nicht. Kinder, helft mir. Ich bin nicht nachtragend. Die Kinder sollen das Gefühl haben, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde. Damit sie diese Nacht sanft und sicher einschlafen können, auf ihren harten, schmutzigen Kissen in einem billigen Motel. Tja, Bart, Lisa, so bin ich. Ich habe einen Plan. Wir werden ihn doch noch überführen. Tingeltangel Bob, ich glaube Ihnen, wenn Sie Ihre Unschuld beteuern. Ich bin unschuldig. Wir alle wissen, dass Sie nur ein naiver Strohmann sind. Eine Marionette sozusagen. Für das teuflischste politische Genie, das es in Springfield jemals gegeben hat. Birchie bald bald und der bissige. Hey, Moment mal, was soll das? Das ist ja eine ungeheuerliche Behauptung. Sie haben doch gar nicht die Intelligenz, eine Wahl zu manipulieren. Habe ich recht? Sie waren nur wahllos Lakai. Sowas wie Ronny für Nancy. Oder Sonny für Cher. Oder Ringo für den Rest der Beatles. Jetzt reicht's. Das sind nichts weiter als dämliche Lügen. Ich hab's getan. Nicht ganz allein. Bitte. Das wolltet ihr doch hören, ihr ausgekochten kleinen Schlitzohren. Wir wollen die Wahrheit. Ihr wollt die Wahrheit wissen? Die könntet ihr doch gar nicht ertragen. Ihr besserwisserischen Wahrheitsfinder. Ha! Über eure wahrheitsfinderischen Ambitionen kann ich nur lachen. Kommen Sie bitte zur Sache. Ja. Nur ich konnte mir ein solches Meisterstück von Wahlbetrug einfallen lassen und ausführen. Ich hab alles aufgezeichnet, um es zu beweisen. Hier. Alles war bis ins Detail geplant. Wie ein Kunstwerk von Machiavelli. Hm. Aber wozu? Weil ihr mich braucht, ihr Bürger von Springfield. Euer schuldiges Gewissen treibt euch dazu, die Demokraten zu wählen. Aber tief in eurem Innern seht ihr euch nach einem kaltherzigen Republikaner, der die Steuern senkt, Verbrecher brutalisiert und euch regiert wie ein König. Darum hab ich es getan. Um euch vor euch selbst zu beschützen. Ich bitte um Entschuldigung. Als Bürgermeister muss ich mich um die Stadt kümmern. Gerichtsdiener, nehmt den Bürgermeister in Haft. Was? Oh ja, da war ja doch so einiges. Bart, wir haben es geschafft. Wir werden unser Haus behalten und du darfst wieder in die vierte Klasse. Ach ja, und morgen werden wir dann rausfinden, mit wem der Teller abgehauen ist. Hey, mit dem Löffel, Bart. Aber natürlich. Babys bringen Bürgermeister zu voll. Ach, aber irgendwann kommt der Tag der Rache. Irgendwann, wenn ich hier rauskomme aus diesem stinkenden Kakerlaken verseuchten Steuersumpf. Wer sagt's denn, Herr Williger hat in Yale studiert. Bob, komm mal her. Wir brauchen einen achten Mann, um gegen Princeton antreten zu können. Princeton? Und eins, und zwei, und eins. Hey, hey, aufgrund moderner Sensibilität sollen wir keine brutalen Szenen mehr zeigen, die in diesem Kinder-Cartoon auftauchen. Oh mein Gott! Ich hab das noch nie nüchtern gesehen. Ich muss dieses Blutbad aus meiner Kindersendung entfernen. Verdammt! Oh Mann, seit wann ist alles kacke geworden? Bart, ich möchte nicht, dass du so redest. Mann, es ist wirklich alles kacke geworden. Oh Mann, du musst doch erst mal die Halloween-Dekoration abnehmen, bevor du die Weihnachtsdekoration aufhängst. Merch, dazu sag ich nur. Boo, Humbug! Dieses Jahr will uns jemand Weihnachten verderben. Und er heißt globale Erwärmung. Die Meteorologen sagen für ganz Amerika kein Schnee am Weihnachten voraus, nicht mal in Alaska. Wo die Eskimos jetzt 100 Worte für nichts haben. Globale Erwärmung? Ganz zufällig hatte jeder Wissenschaftler recht. Aber manche freuen sich auch. Illegale Wildere haben Hochsaison. Es tut mir leid, Kinder. Ich fürchte, die Mützen und Handschuhe müssen wohl bis nächstes Jahr warten. Schnee? Schnee? Ha, 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 Schnee! Oh, ihr wisst, was das bedeutet, Kinder. Das heißt, ich muss die Hundehäufchen nicht wegräumen. Ha, 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 hu, hu, hu. Das heißt also, dieser Schnee ist eine mikroklimatische Anomalie, die durch radioaktiven Dampf aus dem Kernkraftwerk und auch durch Partikel aus dem Reifenfeuer verursacht wird. Das heißt, wir sind der einzige Ort in Amerika, der Schnee hat, wenn man es so nennen kann. Ich glaube, man kann es. Begreift die Idioten nicht, was das bedeutet? Idioten? Warum wählen wir denn immer wieder? Weil sein Gegner einen langen slawischen Namen hat. Wer will Auto aufkleber? Liebe Bürger, Springfield ist nun die einzige Stadt in Amerika, die an Weihnachten Schnee haben wird. Also werden viele Touristen herkommen wollen. Und in unseren Hotels wohnen. Unsere Spaghetti slurfen. In unseren Krankenhäusern sterben. Ich schlag vor, wir begrüßen unsere Wintertouristen mit offenen Armen. Und dann plündern wir sie aus. Wer? Wer plündert noch mit mir? Auch ich werde plündern. Daffbier ist stolz, das Plündern zu seiner Firmenpolitik zu erklären. Da kommen die Touristen. Beim Antigeldautomaten. Jarr. Warum braucht ein Roboter Handschuhe? Warum braucht ein kleiner Junge Aspirin? Ich weiß nicht. Au! Das einzige, wozu Bongo-Comics gut sind. Ist alles okay, Chief? Alles gut, alles gut. Ich wollte ein Bonbon aufheben und bin den Hügel runtergerollt. Man glaubt immer nur, die anderen werden zu riesigen Schneebellen, aber man selbst nie. Haben Sie Lou gesehen? Ich habe Schnee in meiner Lunge. Die Hand ist sehr respektlos, Lou. Sehr respektlos. Diese ganzen Nummernschilder aus anderen Staaten. Die besten Autobahnen, der Juhu-Staat, unser Erdgas ist das Beste, immer noch britische Kolonie im Herzen, Land der vielen Wasserschlangen. Wir packen Ihren Wagen für fünf Dollar. Ich habe absolut keine Milch mehr, aber noch ein paar DVDs vom Film Milch und Schokolade. Ein französischer Liebesfilm, der die Schranken des Rassismus überwindet. Haben Sie auch Life of Pie? Nein, aber ich habe ein paar Heimvideos von mir auf einem Boot mit einem Hund. Leute, die noch nie einen Film gesehen haben, finden den Film gut. Wir können uns Weihnachten nicht leisten. Und wenn man sich Weihnachten nicht leisten kann, hat man als Familie versagt. Das sagen einem alle großen Geschäfte. Verzeihung, Ma'am. Ich belästige Sie nur sehr ungern. Aber meine Kinder sind todmüde und die Stadt ist ausgebucht. Hätten Sie vielleicht ein Zimmer, das Sie nicht brauchen für uns? Naja, es gibt einen Hobbyraum neben der Küche, aber der ist manchmal da und manchmal auch nicht. Unser Haus ist diesbezüglich sehr seltsam. Bitte, bitte, Ma'am. Wir zahlen Ihnen 300 Dollar pro Nacht. Nun, Sie scheinen ein netter, aufdringlicher Fremder zu sein. Ma'am, in unserem Staat ist man sehr ruhig, deshalb hält man uns für... Wie war das nochmal, Liebes? Passiv-aggressiv? Richtig, aber das sind wir nicht. Bitte, bitte nehmen Sie unser Geld und wir haben alle was davon. Oh gut, Marge hat also nach meinem Tod wieder geheiratet. Moment mal, ich bin nicht tot. Was ist hier los? Das sind unsere neuen Übernachtungsgäste. Niemals! Ich werde mein Bett mit niemandem teilen, außer mit dir. Und vielleicht mit ihm, ohne Kuscheln, aber mehr nicht. Das ist doch eine tolle Sache. Wir helfen den Menschen, Weihnachten zu feiern und dadurch können wir uns Weihnachten wieder leisten. Oh, ich weiß nicht. Es wird sich nicht wie Weihnachten anfühlen, wenn man im Januar keine fette Kreditkartenrechnung bekommt. Sieh dir das mal an. Was zum... Das Simpsons Bed and Breakfast? Ha, ich wollte schon immer mal in so etwas wohnen. Aber Weihnachten ist was Besonderes. Und ich will es gemütlich beim liebevollen Football gucken verbringen. Homer Simpson stellt dir eine Frage. W-W-D-J-T. Hä? Was würde das Jesuskind tun? Tja, diese verrückte Idee entspricht dem impulsiven, unvernünftigen Verhalten, das ich bei dir fördern will. Bin dabei. Zu 100 Prozent. Oh, Dankeschön. Gut, Homie. Tisch drei braucht noch Brot. Hab gerade Pause. Au. Willkommen in unserer Kinderbetreuung. Alle Mädchen bitte in die Läuse-Quarantäne. Unsere Kleine ist erst zwei Monate. Glauben Sie, Sie können mit ihr umgehen? Verlieren Sie den Abholschein nicht. Diese Kirche wirkt nicht sehr spannend. Ziemlich langweiliges Vordach. Sieht nicht sehr einladend aus. Eine Menge Leute werden heute zu meiner Predigt kommen. Liebling hat sich Paulus Gedanken über die Menge gemacht. Er hat Briefe geschrieben. Jeder Trottel kann Briefe schreiben. Weihnachtspredigt. Herr, ich bin nur ein Priester in einer kleinen Stadt. Wir haben kein Mormonen-Geld. Aber wenn du dir die Mühe machen würdest, meine Finger zu leiten, während ich diese Predigt tippe... Oh ja. Das wäre sogar in einer schwarzen Kirche gut. Meine Freunde. Wenn er mit meinen Freunden anfängt, wird's schlimm. Freunde, jedes Jahr sage ich euch, dass es bei diesem Fest um die Geburt unseres Herrn geht. Nicht um singende Weihnachtsmänner und wertvolle Geschenke. Oh, öfter mal was Neues. Langweilig. An Weihnachten geht es nicht darum, was vor 2000 Jahren in einem Stall passiert ist, sondern darum, was ihr heute für andere tun könnt. Gebt mir die Kirchenredaktion. Lovejoy rockt! Weihnachten ist der heilige Geist. Oh, ich wusste nicht, dass da Tauben drin sind. Schenkt mit euren Herzen. Schenkt mit euren Taten. So werdet ihr die wahre Bedeutung von Weihnachten begreifen. Ein echtes Showtalent! Das Letzte, was mich so inspiriert hat, war das Frühstücksmüsli. Daddy, dürfen wir einen religiösen Anfall haben? Nur einen kurzen. Ihr sollt nicht Exorzismus spielen. Die Predigt hat mir wirklich einen Denkanstoß gegeben. Dieses Weihnachten ging es doch nur ums Geld. Oh, sind Sie etwa von der Heilsarmee? Wie kommen Sie denn darauf? Gott segne Sie. Aber ich werde Geschenke verteilen, die nicht teuer sind und von Herzen kommen. Ich weiß nicht. Weihnachten hat es nicht zum beliebtesten Fest gebracht, weil es dabei um Liebe geht. Ähm, wenn eine Frau redet, will sie bloß, dass man ihr zuhört. Wo ist das Ende? Hey Marge, wir haben leider keine Esskastanien mehr. Tja, die wachsen eben nicht auf Bäumen. Äh, doch, tun sie. Au. Was ist mit unserer romantischen Kutschfahrt durch den Schnee? Wird gerade vorbereitet. Äh, ich glaub, die kriegen von dir nicht, was denen versprochen wurde. Das Geheimnis ist, lies nie die Beschwerden im Gästebuch. Und wo sollen die Leute sitzen? Ich dachte, die gucken mir bloß zu. Entschuldigen Sie, dieser Eierlikör ist furchtbar. Jeder Eierlikör ist furchtbar. Diese Strümpfe sind nicht sehr sorgfältig am Kamin aufgehängt. Warum mache ich das nur für Geld? Warum mache ich das nur für Geld? Und das Weihnachtsprogramm in ihrem Fernseher ist auch grauenvoll. Und nun wieder König Winter frisst seine Kinder. Bevor Prinzessin Sommer kommt, um euch zu retten, seid ihr alle Blut in meinem Bart. Im Bart seines eigenen Vaters. Wie lang muss man beim Weihnachtsmann anstehen? Weiß nicht, ich bin Buchhalter. In einem ziemlich kleinen Betrieb nehme ich an. Gott, ich hasse Weihnachten. Hä? Mr. Flanders, wo ist Ihr Geschäft? Ich habe nur noch einen Stand, dank diesem Laden. Eigentlich nur einen halben Stand. Die andere Hälfte gehört Nazrin. Keine Creme ist besser als die von Stand von Straße. J-Lo hat auch. Nein, danke. Es ist keine Wundere, dass du nicht bist verheiratet. Schubs mich zurück. Wenn ich schon etwas schenken muss, dann will ich etwas Sinnvolles verschenken. Schnuller-Entwöhnungsplaster für Maggie. Und jetzt brauche ich nur noch etwas für Bart. Eine Schleuder, Zubehör für Streiche, künstliche Kotze. Nein, nein, nein. Ah, perfekt. Das reicht. Schluss. Weihnachtslieder haben grundsätzlich nur eine Strophe. Vielleicht haben sie auch mehr, aber ab der zweiten Strophe werden sie so verrückt religiösisch. Noch etwas Punsch, bitte. Und seien Sie nicht so sparsam mit dem Hochprozentigen. Zu Ihrer Information, Gloria. Für meinen Punsch wärme ich nur Gatorade in der Mikrowelle auf. Den habe ich unter dem Mistelzweig getrunken. Das ist kein Mistelzweig, nur Kirschen- und Kopfsalat. Schon als ich ihn gegessen habe, dachte ich mir, er ist nicht giftig. Ich habe mein Haus für euch geöffnet und ihr verderbt die besinnliche Jahreszeit mit euren kleinlichen Beschwerden. Ho, ho, ho. Nicht jetzt. Nimm das Kissen raus und bring es in Zimmer drei. Das Kissen war mein Korsett. Hat jemand noch Fragen? Gibt es Champagner zum Weihnachtsdinner? Seien Sie froh, wenn Sie nicht aus der Leitung trinken müssen. Oh, ich verstehe. Ich gehe in mein Zimmer und werde schmollen. Das einzig Gute an dieser Bude ist der Klavierspieler. Ein Angelica-Button-Zaubermantel mit einer Tasche für den Zauberstab. Und den gibt's auch. Professor Dickersbees-Zauberstab. Jetzt habe ich jeden magischen Stab vom Institut für Zaubersprüche und Tränke an der WaglePoofs Academy. Mehr will ich darüber nicht wissen. Ich weiß, dieses Weihnachten lief etwas holprig. Selbst für die Simpsons. Aber ich glaube, dass diese liebevoll ausgesuchten Geschenke das Gleichgewicht von Preiner und Samsara wiederherstellen werden. Ich meine froh und fröhlich. Und jetzt will ich dir dein Geschenk geben, Dad. Eine Tüte Gras? Nein, viel besser. Das sind Päckchen voller Samen. Die kannst du dann einpflanzen und ihnen beim Wachsen zusehen. Das ist toll, Liebling. Und wenn ich Zeit und harte Arbeit investiert habe, kriege ich... Radieschen! Der schlimmste Teil vom Salat, der der schlimmste Teil vom Abendessen isst. Radieschen. Nichts außer Radieschen. Dad! Nicht aufessen! Wieso? Ich erspare Ihnen den Kampf des Lebens. Naja, wenigstens isst du Gemüse. Gemüse? Okay, Bart, mach dein Geschenk auf. Es ist das, worüber ich mich am meisten freue. Plastik-Blubber-Kotze. Plastik-Blubber-Kotze. Was? Lies, du bist schlau. Warum schenkst du mir ein Buch? Weil man es leicht verpacken kann? Nichts ist leicht zu verpacken. Ich habe Probleme mit Scheren. Marge, der Prospekt hat uns ein glückliches Weihnachtsfest versprochen. Mein Onkel ist in ihrem Bett gestorben. Frohe Weihnachten. Was? NC Wyatt? Das sind Buch-Illustrationen. Hör auf, hör auf! Warum um alles in der Welt verbrennst du ein Buch? Die Idee dazu stammt auch aus einem Buch. Fahreinheit 451 von Ray Bradbury? Was? Nein, aus dem Bärenratgeber. Lustige Lagerfeuerspiele. Wie kannst du das Geschenk verbrennen, das du von mir bekommen hast? Weil es mein Geschenk ist. Hast du wirklich geglaubt, es gefällt mir? Oder hast du es nur gekauft, damit du dich besser fühlen kannst? Kinder, vielleicht ist es Zeit, dass ich euch die wahre Bedeutung von Weihnachten erkläre. Halt die Klappe, Flanders. Oakley-Dokeley. Haben Sie auch sicher nichts in Ihrem Zimmer vergessen? Ganz sicher. Noch eine Flasche Wasser für die Fahrt? Nein, danke. Alles bestens. Dankeschön, Sir. Oh, richtig. Das läuft immer noch. Kommen Sie, ich fahre Sie zum Flughafen. Wo sind meine Schlüssel? Oh, hier drin. Bart, du hattest recht. Dass man stirbt, wenn man seine Fürze im Traum riecht? Nein, ich meine wegen Weihnachten. Also bin ich heute früh los und habe dir das gekauft. Es ist ein Tablet mit Büchern drauf, aber auch mit Apps, wie Würmer für Freunde. Wow, wie hast du das bezahlt? Ich habe Angelicas Zaubermantel verkauft. Das Geschenk der Waisen. Verstehst du? Ja, aber ehrlich gesagt, stimmt der Titel nicht ganz. Das Geschenk der Waisen kommt von einer gelben. Danke, Lisa. Warum spendest du das nicht für irgendeinen sinnlosen Zweck? Danke, Bart. Das hier wird ein paar arktische Haubentaucher sehr glücklich machen. Äh, hören Sie. Ich wollte nur sagen, dass es mir sehr leid tut, dass ich so überreagiert habe. Danke, dass Sie alle hier waren. Wir alle haben Ihnen auch etwas zu sagen, Marge. Mhm. Strenges Kämpnergebot? Ich habe doch gesagt, du sollst das nicht unterstehen. Sieht ganz so aus, als wäre das Rohr und ich... Würden Sie es bitte möglichst schnell reparieren? Der ganze Keller ist überflutet und ich glaube, unsere Katze ist hier unten. Naja, ich würde sagen, die Ersatzteile, die ich brauche, kriege ich frühestens in zwei bis drei Wochen, sofern ich sie heute noch bestelle. Aber das tue ich nicht. Das ist ja wirklich unglaublich. Batterie leer. Ein Notruf. Ich muss weg. Was sollen wir denn tun, bis Sie wiederkommen? Ach, stellen Sie einen Topf drunter. Das funktioniert ja gar nicht. Diese verdammten Verkehrsstaus. Die Radioverkehrsdurchsagen werden mich schon hier rauslosen. Hier ist Ernie Pie. Sieht aus, als gäbe es da unten einen kleinen Unfall, der einen riesigen Stau verursacht, so weit mein Auge reicht. Hallo, Dad. Ja, ja, ja. Hey, wieso hat man euch beiden hier so tolle Parkplätze zugeteilt? Das ist ein Geheimnis. Pssst, halt die Klappe. So. Super Sparschemel, zweite Wahl. Darauf kann ich verzichten. Ihr kommt auf meine Revanche-Liste. Hey, würdet ihr mir bitte helfen, meinen Hocker? Nun, nun, sag mal, wie kommt es, dass ihr beide bessere Sitzgelegenheiten habt als ich? Ach, das ist ein Geheimnis. Pssst, halt die Klappe. Kommt ihr beide heute Abend mit zum Bowling? Nein, wir haben keine Zeit. Ja, wir haben noch einiges zu erledigen. Ah, zum Beispiel? Das ist ein Geheimnis. Pssst, halt die Klappe. Lenny und Carl tauchen mittwochs nie mehr auf und sie verraten mir nicht, wo sie hingehen. Das ist wie eine Verschwörung. Eine Verschwörung, sagst du? Meinst du, sie haben irgendwas mit der Kennedy-Ermordung zu tun? Ja, genau. Wieso eigentlich nicht? Ich werde sie heute Abend mal beschatten und sehen, wo sie hingehen. Fang nicht wieder an Leuten nachzuschnüffeln, Homer. Das verstößt gegen das Gesetz. Weißt du noch, wie du Bill Clinton beschattet hast, weil du dachtest, dass er unseren Garten unterbühlt? Aber irgendjemand war's. Ich will nicht, dass du heute Abend wieder herumschnüffelst. Na schön, okay, ganz wie du meinst, Marge. Keine Angst, ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da, um Lenny und Carl zu beschatten. Nein! Jetzt brauche ich nur den gelben Farbstreifen auf der Fahrbahn zu folgen. Das ist unser geheimer Versammlungsort. Ja, ich würde sagen, gehen wir rein. Gut, anverstanden. Hoppla. Ich kann alles sehen von hier und wir sind um nichts klüger. Ein Eindringling. Er hat die härteste Strafe verdient. Ja, die härteste Strafe. Verschwinde hier. Ich habe gestern Abend in dem Tempel so einiges gesehen. Das war merkwürdig, eigenartig, krank, verdreht, ekelhaft und gottlos. Ich will mitmachen. Wir haben keine Ahnung, wovon du sprichst, Homer. Du kannst den Steinmetz nicht beitreten. Das ist zu exklusiv. Bis jetzt war es eine so nette Geheimorganisation, du Trottel. Steinmetze? Wie kann ich da beitreten? Es gibt nur zwei Möglichkeiten, Mitglied zu werden. Als Sohn eines Steinmetzes. Und? Oder das Leben eines Steinmetzes retten. Halt! Ich habe dir das Leben gerettet. Dieses Eibrot hätte dich mit seinem Cholesterin umgebracht. Vergiss es, Homer. Auch wenn man entdeckt hat, dass Eier Cholesterin enthalten, ist noch längst nicht bewiesen, dass dieses Cholesterin den Cholesterinspiegel im menschlichen Blutgeist auf erhöht. So ein Eierforscherkartell hat sich bei euch eingeschlichen. Das verstehst du alles falsch, Homer. So ist das ganz und gar nicht. Verzieh dich, du Ei! Warum mögen die Leute mich nicht, Marge? Aber es mögen dich doch alle. Du bist ein wunderbarer Mensch. Und warum lassen diese Dümmlinge mich nicht in ihren albernen Klub? Das hat bestimmt keine persönlichen Gründe, Homer. Oh doch! Das ist mir schon des Öftern im Leben passiert. Hey, Billy! Hey, Joey! Kommt nur rauf! Hier ist genug Platz! Nein, tut mir leid. Du nicht, Homer. Aber wieso nicht? Homer Clampett, hast du doch reingelassen. Da steht keine Homer in der Mehrzahl. Das bedeutet, einer darf rein. Ich fühlte mich immer ausgeschlossen. Kinder können manchmal so grausam sein. Können wir? Danke, Mom. Au, hör auf damit, Bad! Ich würde alles drum geben, zu den Steinmetzen zu gehören. Was machen die denn da, Dad? Ich bin Mitglied! Was die da machen? Du meinst, was sie nicht machen? Ach, die machen so vieles, die hören gar nicht mehr auf. Ach, was die alles tun, ich sehne mich danach. Du weißt gar nicht, was sie tun, ha? Nicht direkt, nein. Hier, ich bin ein Steinmetz. Dad, erinnerst du dich an den Selbsthypnose-Kurses, um Grandpa zu ignorieren? Ja, und ob und jetzt, nach fünf Jahren, halte ich mich immer noch für ein Kleinkind. Ich bin ein Kleinkind, man. Ja, ja, ich weiß, Homer. Vielleicht sollten wir ihm ausnahmsweise mal zuhören. Ich bin Mitglied! Hä? Was? Was? Hä? Du bist Mitglied bei den Steinmetzen, Grandpa? Aber natürlich sehen wir mal nach. Ich bin Prämiensparer, Freimaurer, dann Kommunist und Präsident der Schwulen- und Lesben-Vereinigung. Warum, weiß ich auch nicht. Ah, da ist sie ja, die Steinmetze. Hui, das ist sie. Meine Eintrittskarte. Als Sohn eines Mitglieds müssen Sie mich aufnehmen. Die Kommunisten-Mitgliedskarte nehme ich auch mit. Bahnfrei, ihr könnt mich nicht rauswerfen, mein Vater ist Mitglied. Ich gehöre zu und... Okay, ist ja gut, Homer, du bist dabei, aber richte nicht dieses Ding auf mich. Ach, danke, Lenny. Wann der nicht offiziell eingeführt? Sobald die Nummer 1 da ist. Die Nummer 1? Was ist denn das für ein dämlicher Würstchenname? Hallo, mein Name ist Nummer 1. Und so weiter. Wir rufen uns gegenseitig mit Nummer, nicht mit Namen. Karl ist Nummer 14, ich bin Nummer 12 und Berns Nummer 29. Ihr habt auch Mr. Berns aufgenommen? Natürlich, pass auf. Hey, Nummer 29, komm mal her. Na, danke, Sir. Krieg ich noch einen? Nur Geduld, Martin. Du kletterst die Leiter rauf. Ist das der Anführer? Unsere Sprengels. Überall auf der Welt gibt es Sprengel. Und es wurde verkündet, dass irgendwann ein Auserwählter erscheint. Schon gut, ich hab dich nicht nach deiner Lebensgeschichte gefragt. Lasst uns mit der Einführung beginnen. Alle Steinmetze müssen einen Vertrauenssprung machen. Wenn du diesen Sturz aus dem fünften Stock überlebst, hast du deinen Charakter bewiesen. Das ist das so. Ich glaube, ich muss das nochmal wiederholen. Meine Augenbinde ist verrutscht. Dieses Ritual nennt sich Durchquerung der Wüste. Und das nennen wir das nicht blinzelnde Auge. Hey, ist euch schon mal aufgefallen, dass die Durchquerung der Wüste genau wie das nicht blinzelnde Auge ist? Es erinnert mich auch sehr an das Frag des Hesperos. Und nun zur letzten Prüfung. Das Planschen des geschwollenen Hinterns. Mit Paddeln. Und bei diesem heiligen Pergament schwöre ich, wenn ich die Geheimnisse der Steinmetze verrate, möge mein Magen sich aufblähen und es sollen mir sämtliche Haare vom Kopf fallen bis auf drei. Ich finde, er sollte einen anderen Eid schwören. Alle schwören hier denselben Eid. Willkommen im Club Nummer 908. Du hast nun die heiligen Gebote der Steinmetze zu befolgen, die seit uralten Zeiten die Felsen der Ignoranz wegsprengen, die das Licht des Wissens und der Wahrheit verdunkeln. Und nun wollen wir uns mal trinken und Ping-Pong spielen. Ja! Der ist doch jetzt schon mehr als wehrfällig, findet ihr nicht? Um ehrlich zu sein, ich habe es bisher noch nicht geschafft, das Ersatzteil zu bestellen. Daher dürfte es wohl noch ein paar Wochen dauern. Ach, tatsächlich? Ja! Wirklich? Ja! Ja! Und was ist, wenn wir uns die Hand mal auf die Art schütteln? Was? Was? Wow! Wuiuiuiui! Wuiui! 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 Ich konnte ja nicht ahnen, dass du Mitglied bist. Hm. 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 Alles Gute, ihr Trottel! Du hast ja immer noch den alten Parkplatz. Ja, aber man hat mir diese Rollerblades geschenkt, damit ich leichtfüßig zum Haupteingang gleiten kann. Ja, fantastisch! Eifersüchtig? Wieso? Wieso denn? Wir haben doch alle denselben Stuhl. Ihr seid eifersüchtig. Deine Mitgliedsutensilien. Was ist das? Den klebst du an deinen Wagen, damit du keine Strafzettel kriegst. Der andere verhindert, dass der Notarzt dir die Brieftasche klaut, wenn er dich behandelt. Und quäl dich nicht mehr, den Notruf 911 zu wählen. Hier hast du die richtige Nummer. Wuhu! Ich glaub dir immer noch nicht, dass alle Gründungsväter Steinmetze waren. Nur weil du deinen dämlichen Schulbüchern mehr vertraust. Hier steht, was bei der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung wirklich passiert ist. Und eine Nation ist damit geboren. Nun lasst uns feiern, wie damals 1799. Ja! Schau! 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 Ja! Ja! Sie demolieren meine Einrichtung. Wir haben soeben die beste Demokratie der Welt erschaffen, du niederträchtiger, gemeiner Untertan. Hau! Willst du wissen, wie David Crockett wirklich in Alamo gefallen ist? Dazu musst du 18 sein. Koma, ein Mann, der sich selbst, du weißt schon, wie nennt, hat sich gerade zu einem geheimen Quick-Quack bei, du weißt schon, wo eingeladen. Du bist wirklich sehr beliebt, seit du ein Steinmetz bist. Oh ja! Bier reisen, Bier besäufnisse, Fass anstechen, anonyme Alkoholikertreffen, Bierabende. Es ist wunderbar, Marge! Ich habe mich noch nie in meinem ganzen Leben dermaßen geachtet gefühlt. Diese Leute blicken tief in meine Seele und teile mir eine Nummer zu, die der Rangordnung entspricht, in der ich beigetreten bin. Danke. Wir sind hier zusammengekommen, um des 1500. Jubiläums unserer glorreichen Vereinigung zu gedenken. Und zu Ehren dieses bedeutenden Ereignisses gibt es Rippchen. Ja! Oh, 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 oh. Ich glaube, ich brauche ein Lädtchen. Wenn ich auf meine Kutte sauber, könnte ich die Achtung meiner geliebten Brüder verlieren. Und nun wollen wir uns freuen und unser Mahl genießen im Schatten des heiligen, geweihten Pergabens. Homer! Oh ja, danke, Lennig. Oh nein, Homer, nicht! Das ist entschätzlich und empörend. Was denn? Habe ich was verpasst? Oh Gott! Oh nein, Homer, nicht! Bist du wahnsinnig, das darfst du nicht! Nein! Du bist zu dämlich! Und die offizielle Steinmetz-Unterwäsche gefälligst auch. Oh! Bitte werf mich nicht raus! Diese Vereinigung bedeutet ja alles! Bitte gebt mir noch eine Chance! Ich habe meine Lektion gelernt! Ein für alle Mal! Oh, Entschuldigung! Homer Simpson, wegen deiner fortgesetzten, geradezu empörenden Entweihung unseres geliebten, geheiligten Pergaments wirst du hiermit für immer aus der Steinmetz-Vereinigung ausgestoßen. Und als abschließende Demütigung wirst du nun nackt nach Hause gehen müssen und zur Strafe den Stein der Schande hinter dir herziehen. Er hat das Zeichen! Auch das? Das ist nur ein Geburtsmann und ich wäre euch dankbar, nicht dahin zu starren. Er ist der Auserwählte! Du bist der Auserwählte, von dem das heilige Pergament uns prophezeit hat, dass er uns zum Ruhme führt. Auf zum Gipfel des Mauns, bringt viel zur Krönung. Entfernt den Stein der Schande! Juhu! Legt ihm den Stein des Triumphes an! Oh! Ja! 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 Merz hat's nicht übertreiben! Uiuiui! 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 Guck für dich hoch! Ich hab mich immer gefragt, ob es einen Gott gibt. Jetzt weiß ich's. Es gibt einen. Und das bin ich. Du bist nicht Gott, Homer. Niemals vergessen, Dad. Aller Ruhm ist vergänglich. Und? Hüte dich vor den Eden des Merz. Nein! Ich weiß, dass du dich im Moment sehr glücklich fühlst, aber das dauert nicht ewig. Alles dauert ewig. Verstehst du das nicht? Wenn man immer alles bekommt, was man will, fühlt man sich irgendwann unerfüllt und freudlos. Entfernt die Kleine. Dad, du bist hier nicht bei den Steinmetzen. Hier gibt's keine Lakalen, die dir jeden Wunsch von den... und hier ein Treffer des Auserbete. Hurra! Juhu! Das war ein exzellenter Spielzug. Ja, wunderbar! Juhu! Ich passe! Nein, 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 Homer. Du hast ein Roll... eine Rollprobe. Oh, dann hab ich schon wieder gewonnen. Juhu! Ausgerechnet Wunsch! Ich hab das Gefühl, ihr lasst mich absichtlich gewinnen. Nein, 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 niemals. Das könnten wir... Nein, nein, nein. Ab sofort verlange ich, dass ihr ehrlich zu mir seid. Ich bin doch nicht unfehlbar. Äh, ja, ähm, ja. Ja, ähm, ja, 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 ja. Ähm, ja. Äh, äh, ähm, ja. Weg hier. Ja, weg! Der erhabene Anführer erbittet einen Moment deiner Zeit. Die Klasse ist entlassen. Äh, 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 äh. Boom. Oh, je. Lisa, du hattest recht. Mein Glück schwindet dahin. Jetzt erfährst du, was geistige Lehre bedeutet, weil deine Macht dich von anderen menschlichen Lebewesen isoliert. Was meinst du mit isoliert? Vielleicht solltest du dich mal an die Allgemeinheit wenden und anderen Menschen helfen. Hm, anderen helfen? Hm, das ginge schon. Ich besorge mir eine Affenbande, kostümiere sie und lasse sie dem Bürgerkrieg nachspielen. Dad, damit hilfst du niemandem. Aber es schadet auch nicht. Es sei denn, die Affen verletzen die Zuschauer. Was sie auch ganz bestimmt tun. Brüder! Brüder! Brüder, ich habe etwas Außergewöhnliches gelernt. Anderen helfen, verschönert unser eigenes Leben und macht uns zugleich zu besseren Menschen. Also, statt dauernd nur Billard zu spielen und Bier zu trinken, sollten wir Steinmetze uns dafür einsetzen, den weniger Begüterten zu helfen. Die Macht hat seine Gedanken verwirrt. Genau wie bei diesem Albert Schweitzer. Tageshort der Steinmetz-Vereinigung. Juhu! Ach, lieber Himmel, jetzt muss ich mir auch noch die Fresse polieren lassen. Verdammter Mist! Hey, ja! Hey, ja! Ich geb dir gleich höher, du verlauste kleine Ratte. Oh! Oh! Die Runde hast du gewonnen. Danke, Mr. Simpson. Jetzt sieht das Haus so viel besser aus, in diesem himmlischen Himmelblau. Du hattest vollkommen recht, Lisa. Ich hab mich noch nie im Leben geistig so erfüllt gefühlt. Und mit Unterstützung meiner Brüder der Steinmetze dürfte dies der Beginn einer besseren Welt für uns alle sein. Wir müssen ihn umbringen! Nur die Ruhe, Mo. Befragen wir den Steinmetz-Weltrat, bevor wir zu überstürzten Handlungen schreiten. Bringt ihn um! Bringt ihn um! Killt den Trottel! Ich kann leider Orville Jack und Mr. Tee nicht zustimmen. Kann man ihm nicht einfach andere Texte in den Mund legen? Wir müssen der Wahrheit ins Auge blicken. Solange wir Steinmetze sind, verfügt er über unser aller Leben. Schon möglich. Aber wer weiß, vielleicht haben wir plötzlich keine Lust mehr, Steinmetze zu sein. Treffen, der versprengt. Hier ist es viel schöner als in dem alten Steinmetz-Tempel. Ruhe! Hiermit eröffne ich das erste offizielle Treffen der alten mystischen Vereinigung, der Nicht-Homer. Hey, Freunde! Darf ich beitreten? Tut mir leid. Keine Homer. Meine treuen Steinmetze, fangen wir endlich an, die Schlacht von Gettysburg nachzuspielen. Homer, du kannst dich dauernd hier rumhängen und dich mit diesen Affen beschäftigen. Ja, irgendwann kriegen wir alle noch Flöhe. Ach, Marge, Kinder. Mir fehlt mein Club. Hey, Homie! Das hast du wohl vergessen. Du bist Mitglied eines sehr exklusiven Clubs. Der Black Panther? Aber nein! Der Familie Simpson. Und der besteht aus nur fünf Mitgliedern. Und nur zwei Mitglieder dürfen diese besonderen Ringe tragen. Ja! Ich meine doch unsere Eheringe. Ich muss zugeben, du hast recht, Marge. Die Familie Simpson ist mit Abstand der beste Club, die mich in Springfield überhaupt angehören kann. Ja! Au! 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 Ein Schnüttel! Da hab ich mir nicht unter Club vorgestellt. Au! 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 Hey, Haltbart! Jetzt ist Lisa dran! Ja! Hey, Halt, was? Oh, oh, Stein! Homie, was ist passiert? Äh, vielleicht erträgst du die Geschichte mit entspannter Hintergrundmusik etwas besser. Schalte auf 89,9. Wie die meisten meiner Probleme begann alles bei Mo. Also die Regel lautet, jedes Mal, wenn der Nachrichtensprecher Senator sagt, müssen wir einen trinken. Ha, schön, wenn jemand anders entscheidet, wann ich trinke. Nimmt mir den Druck. Channel 6 Hinweis-Hotline? Habe gerade zwei Senatoren beim Sex in der Gasse erwischt. Ähm, ich bin eine zuverlässige Quelle. Nicht-Quelle. Quelle! Quelle! Ku-u-u-e-l-e-l-e! Gerade erfahren wir von einer sehr zuverlässigen Quale Neuigkeiten über Senatoren. Ich nenne ihnen Senatoren. Vielleicht noch mehr Senatoren. Die später von anderen Senatoren genannt werden. Senator Appeloffi. Senator Felix Lee. Senator Bromant. Oh, verdammt. Der Putz bröckelt schon wieder. So berauscht hatten wir eine tolle Idee. Hey, schaukeln! Ich bin wieder ein Kind. Ich rette dich. Oh, der einzige Weg raus ist rein. Hey, guckt mich an. Ich rutsche eine Rutsche rauf. Hau, Ma! Hau, Ma! Zurück ist das Neue vorwärts. Hälsch mir, Jungs. Jungs. Keine Panik, Hau, Ma. Ich ruf die Bullen. Ich schreib meinem Senator. Senator! Oh, sterbe ich auf einem Spielplatz wie ein Kind mit unterentwickelndem Körperbewusstsein? Aber ich habe dabei auch etwas gelernt. Die Wasserspringer in diesem Park springen um drei Uhr morgens an. Danke, dass Sie ihn zurückgeworfen haben. Ehrlich. Ich werde mit der Feuerwehr wieder herkommen. Ich muss nur die Kinder zuerst zur Schule bringen. Oh, sind die Kinder dabei? Hi, Dad. Hau, Ma. Hallo. Warum habt ihr zwei euch denn versteckt? Wir wollen nicht mit dir gesehen werden, wenn du ganz unten bist. Hoffentlich geht es nicht noch weiter runter. Keine Sorge. Weiter runter geht es bestimmt nicht. Und darum habe ich mich heute verspätet. Und mit dieser Verspätung habe ich das legale Recht, körperliche Züchtigung anzuwenden. Willi, ich brauche eine Garte. Wo ist die, mit der Ihre Masi verprügelt hat? Die ist an meinem Hintern zerbrochen. Geschieht Ihnen recht dafür, dass Sie Marmelade aus dem Glas gelöffelt haben? Verdammt, das ist nicht mal ein Drehstuhl. Fahr. Fahr so schnell wie du kannst. Ich werde dich erwischen. Ich bin Rektorman. Das ist die Bildung, die du brauchst. Oh, bergauf. Das ist die einzige Richtung, in die mein Wagen nicht fährt. Wollen Sie eine Schätzung? Äh, ja. Der Verbraucherschutz schätzt, dass 30 Prozent aller Bio-Lebensmittel nicht gesund sind. Ihr Auto hat übrigens einen Totalschaden. Oh, in Sicherheit. Äh, nicht ganz. Ah, was, was machen Sie denn hier drin? Mich vor den Bullen verstecken. Also, ich brauche keine Bullen, die hier rumschnüffeln. Da sind vielleicht Mädchen dabei. Kann ich nicht kurz hierbleiben? Ich habe diesen Raub nur begangen, um meinem Sohn zu helfen. Das ist Jeremy. Er braucht eine Zahnspange. Wenn ich eine Zahnspange gehabt hätte, hätte ich öfter gelächelt. Ich wette, Ihr Lächeln ist super nett. Hä? Na, caramba! Bart, wir machen eine, wie heißt das noch gleich, Fahndung! Was wollen Sie denn hier? Das hier ist ein anständiges Baumhaus. Wollte nur sehen, ob du was gesehen hast. Man sagt, du lässt dich mit Süßkram kaufen. Aber doch nicht mit einem Riegel, wo Kokosnuss drin ist. Vielleicht ist das hier mehr in deiner Gegend. Gute Lage. Wir haben einen Deal. Also, was weißt du? Ich habe einen Typen gesehen mit einer Knarre und einem Schlangentattoo. Er sagte, er will sich oben auf dem Mount Springfield verstecken. Mount Springfield, hä? Hä? Schneid die Steigeisen an, Jungs! Eddie, hol meine Sänfte. Lou, du sorgst für meinen Sauerstoff, Essen, Wasser und Reinigung. Du musst mich reinigen. Sie reinigen. Vielen Dank, Junge. Warum hast du mir geholfen? Wir Gesetzlosen müssen zusammenhalten. Gesetzlos? Du? Geklaute Bowlingschuhe, 3D-Brillen, Krusty-Aufsteller und dieser Käfig für mein Haustier. Oh, womit fütterst du ihn? Mit meinen ADHS-Pillen. Hör mal, willst du vielleicht zwei Karten für das Schulmusical? Mein Sohn spielt mit. Er übernimmt die Rolle des Fleischers in Anatevka. An dem Abend habe ich was vor. Du, Glückspilz. Ist alles in Ordnung? Jetzt schiebt ihr nicht noch mehr rein. Ich will den Rekord. Welchen Rekord für den dümmsten Tod? Und? Ah! Ein Blatt! Merci beaucoup. Oh, bitte sehr. Das heißt Hallo auf Französisch. Ich glaube, das heißt eigentlich... Lucas Bordner, Wettkampfesser. Ein fetter Junge mit einem Traum? Da kann ich nicht mithalten. Was ist ein Wettkampfesser denn so alles? Viele coole Sachen. Pizza, gekochte Eier, Chicken Wings und die fette Enchilada, die keine Enchilada ist, sondern ein Hotdog. 69 Hotdogs ist der aktuelle Rekord. Wie der große Kobayashi sagt, dete kurotoki itaiyo. Und was heißt das bitte? Wenn's rauskommt, wird's wehtun. Ist Kobayashi die Nummer 1, der, ähm, äh... Der Fachausdruck ist Runterschlinger. Dann werde ich den Fachausdruck nicht verwenden. Praktisch jeder wendet seine Technik an. Die Japankehle. Soll ich es dir zeigen? Ähm, ich kann doch irgendwo allein sitzen. Oh, du tust das wirklich. Auf die Plätze. Fertig. Japankehle! Das will nicht runter. Das passiert ab und zu. Vielleicht ist das gar kein Sport für dich. Das ist doch kein Sport. Das ist mein Leben. Oh, ist der süß. Bin ich verrückt geworden? Erst wie Ralph, nur mit einem Traum. Dem Traum, sich nicht zu übergeben. Aber ich könnte ihn bestimmt ändern und auf den rechten Weg bringen. Wollen wir zusammen Mittag essen? Ähm, gern. Wie viele ganze Pizzas willst du? Ähm, kann ich nur ein Pizzastück haben? Interessante Technik. Wow. Du hast mir nicht gesagt, dass du ne Play Stadium 4 hast. Die seh ich heut zum ersten Mal. Für meinen Kumpel. Irgendwas ist hier faul. Wo ist die Geschenkquittung? Wo ist der Trockenmittelbeutel? Auf dem steht nicht zum Verzehr geeignet. Und glaub mir, er ist es nicht. Ich hab das Gefühl, diese Play Stadium ist von ihrem vorherigen Besitzer befreit und mir in großer Dankbarkeit übergeben worden. Sie wurde befreit? Du meinst gestohlen? In jedem Streich steckt ein Ich. S-T-R-E? Da ist es am Ende. Hallo, ist Lisa zu Hause? Allerdings. Und wer bist du? Lukas. Man spricht es Luke Dollar aus. Das ist mein Wettkampfname. Ich bin Wettkampfesser. Wettkampfesser? Hab ich richtig gehört? Ich könnte ein Wettkampfesser sein? Nein, du hast überhaupt nichts gehört. Doch, ich hab Wettkampfesser gehört. Das ist nur für Menschen, die noch keine Herzprobleme gehabt haben. Dann bin ich der erste schwarze Baseballspieler Jackie Robinson und du der rassistische Manager aus Philadelphia. Hör auf, mich mit irgendwelchen Reaktionären zu vergleichen. Das werde ich, wenn du dich für Veränderungen öffnest. Also, was sollen wir trainieren? Ähm, Wiener Würstchen, Blaubeerkuchen, Kurzdistanz, Haferflocken, Langstrecke, gebackene Bohnen, Freistil, Seewolf, uh, Rinderhirn! Bohnen, Bohnen! Wir nehmen die Bohnen! Hm, seit wann frisst der Speck die Bohnen auf? Ehrlich gesagt, bin ich doch ein wenig überrascht, dass Lisa ihn gern hat. Wirklich? Erinnert dich der kleine Fettklops nicht an jemanden? 800 Dollar? Um mich aus der Rutsche rauszuschneiden? Diese Feuerwehr ist doch nur hinter dem Geld her. Frauen heiraten ihre Väter, Marge. Vermutlich siehst du da draußen deine zukünftige Schwiegertonne. Schwiegertonne! Gott möge uns segnen! Du hast was Besseres verdient! Meine Schwestern spinnen. Ich bin glücklich verheiratet mit Homer. Meistens. Was zum... Viele Schwächen, keine Stärken. Vielleicht bist du für Wettkampfessen doch nicht so geeignet. Heißt das, du findest mich nicht fett? Nein, ich, ähm, finde nur... Vielleicht hast du nur noch nicht das richtige Essen gefunden, hä? Was hältst du denn von Eis? Ja, bei Eis kenne ich keine Schmerzgrenze. Oh mein Gott, mein Hirn friert ein! Oh mein Gott! Tritt mir gegen den Kopf, bis ich bewusstlos bin! Fester! Ich bin noch bei Bewusstsein! Du musst fester zutreten! Hier, Liebling! Ich hab die Schweinekoteletts gebraten, wie du sie magst! 20-fach! Danke, Babe! Tut mir leid, dass du das College abbrechen musstest, um mich Vollzeit zu füttern! Jetzt gib mir einen Kuss! Was zum... Mit Liebe geklaut! Langweilig! Noch ein Geschenk! Hoffentlich 64 Gigabyte! Hä? Einen Haufen Loser-Apps! Raudi-Vermeider, Nasenbuch, Instagramer... Das ist beim Millhaus gestohlen worden! Aus meinem Rucksack, in dem Papi Gugu schläft! Vielleicht wird es Zeit, dass du mir erklärst, was genau los ist! Entspann dich! Hör dir die Musik von diesem Blasenspiel an! So, Fried, fertig! Nein, so kommst du mir nicht davon! Du wirst mir jetzt endlich erzählen, woher du dieses ganze Zeug bekommst! Ich habe Snake aus der Klemme geholfen, also zeiht er es mir mit Liebesgut zurück! Es war eine ehrenvolle Abmachung, aber ich hätte nie gedacht, dass er dich beklaut! Snake, was? Ich hätte nie im Leben den einzigen Kriminellen in der Stadt verdächtigt! Kommt auf meine Rache-Liste! Du wirkst gestresst! Willst du einen Schluck Squishy? Sicher! Langsam, das ist purer Sirup! Das gibt man Pferden vor dem Wettrennen! Der Knast wurde, bekannt als Snake, mit dem richtigen Namen Albert-Nickerbuckereller-Wishers-Snake, wurde wegen Diefstahls verhaftet und könnte nach dem neuen Recht die Todesstrafe erhalten! Das alte Gesetz lautete, drei Fehlschläge und du bist raus! Doch ich dachte, es heißt, du bist raus! Also habe ich alle freigelassen! Doch jetzt heißt es, vier Fehlwürfe und du gehst! Direkt zum elektrischen Stuhl! Das ist, äh, viel klarer, Kent! Bart, es tut mir schrecklich leid! Ich wollte sein Leben ruinieren, aber nicht beenden! Du hast ihn verpfiffen? Oh, er hat ein Kind! Ein Kind? Es hat mich total fertig gemacht, meinen Vater zu verlieren! Dabei ist er nur ins Holiday Inn gezogen! Ich kann immer noch sehen, wie er auf dem Balkon steht und raucht! Es sah aus, als würde er was vermissen! Vielleicht mich! Also können wir nicht zulassen, dass Sie Snake grillen! Zeit für die Pyjama-Party, Detektives! Ich sagte nicht, dass du übernachten darfst! Dumm gelaufen! Ich habe einen Schlafanzug unter meinen Klamotten an und darunter meine Badehose! Eines Tages wird sich das alles auszahlen! Oh, da ist meine Zeitschrift! Sieh dir das an! Was jeder Vater für seine Tochter tun sollte! Oh, Marge, wenn du willst, dass ich was tue, sag's mir einfach! Versteck dich nicht hinter einer Zeitschrift! Gut, 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 Judy Kleinsmith, eine professionelle, freie Autorin, schreibt hier, Väter sollten mit ihren Töchtern zum Abendessen ausgehen und sie so behandeln, wie es ein Gentleman tun würde! Dann wird sie dasselbe von den Männern erwarten, die ihre Zukunft bestimmen! Warte, ich wiederhole nochmal! Sitzen und essen, das ist meine Bestrafung? Es ist keine Bestrafung! Aber du darfst dich nicht einfach nur hinsetzen und essen! Benimm dich wie ein Gentleman, nett und aufmerksam! Oh, Aufmerksamkeit kann ich vortauschen! Ich habe während des ganzen Gesprächs Football geguckt! Nicht vorgetäuscht aufmerksam, wirklich aufmerksam! Okay, okay, das wird witzig! Ich gehe mit ihr in den Krabbenladen! So viele Krabben, wie du knacken kannst! Du weißt, dass Lisa Vegetarierin ist! Sie darf einen Salat knacken! Nein! Homer, du kannst nicht einfach nur Dinge tun, die du tun möchtest! Du musst dich wie jemand benehmen, von dem du wollen würdest, dass Lisa ihn heiratet! Wenn du bist, wie du wirklich bist, dann wird sie vielleicht... Ähm... Oh, du weißt schon... Jemanden wie mich heiraten? Und das würdest du schlimm finden! Homie, ich liebe dich! Aber du kannst einen ganz schön fordern! Wie das tägliche Kreuzworträtsel! Marge, du hast mich gerade mit der Sache in der Zeitung verglichen, die mich am wütendsten macht! Aber ich habe nur versucht... Ich werde heute Nacht auf der Couch von Flanders schlafen! Unsere ist kacke! Also, Marge sagt, ich muss Lisa fragen, ob sie mit mir ausgeht! Weißt du noch, wie man Mädchen sowas fragt, Homer? Ja, ich meine, du warst lange weg vom Fenster! Lass Homer in Ruhe! Und du stell dich nicht so an und ruf deine Tochter an wie ein Mann! Äh, fühlt sich komisch an! Frag deine Tochter, ob sie mit dir zu Abend ist! Was soll's! Ah, er macht's! Er ruft ein Mädchen an! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Oh, es klingelt... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Hallo? Hallo, Lisa! Ich kenne deinen Bruder und... Oh, dämlich, dämlich, dämlich! Jetzt beruhige dich, sie weiß nicht, dass du es warst! Ah, verstecken, verstecken! Äh, hallo? Oh, sicher, Lisa! Dein Dad ist gleich hier! Dad, hast du gerade angerufen? Äh, ja, hör zu! Deine Mom glaubt, es wäre vielleicht gut, wenn du und ich mal zusammen Abendessen gehen würden! Du meinst nur wir beide? Ich wusste, du würdest es dumm finden! Das finde ich toll! Wir sehen uns heute Abend! Juhu, ich hab'n Date mit meiner Tochter! Hatten wir alles doch mal! Da muss man nicht so tun, als hätte man die Klimaanlage erfunden! Verstehen Sie, Chief Snake hat das ganze Zeug nicht aus Habgier gestohlen! Er hat es nur gestohlen, weil er mir dankbar war! Keine Gnade! Wärm den elektrischen Stuhl auf, Lou! Bist du noch nicht fertig? Die Bauernleitung ist auf Schwedisch! Wir haben den von IKILLA! Hey, ich kann total gut Schwedisch! Fließend? Ähm, ja! Tu, was er sagt, Lou! Aber, Chief! Aber, aber, diskutier nicht und gib ihm den Sechskantschlüssel! Au, au, au! Lass ihn raus, Lou! Lass ihn raus! Wir haben Waffen, eher nur einen Sechskantschlüssel! Der ist kalt! Äh, ah, na gut! Danke, dass du gekommen bist, Bart! Du wirst mich bestimmt kein drittes Mal retten müssen! Sie werden anständig? Nein, wenn ich erwischt werde, begehe ich selbst nur durch einen Kopf! Oh, das hört sich nicht gut an! Das bedeutet, dass du mich erschießen darfst! Ja, hört sich nach viel Papierkram an! Haarvolumenspray? Oder Toilette? Hallo, Marjorie! Homie, du siehst aus wie ein Versicherungsvertreter! Nun, es ist ein besonderer Abend und ich dachte, es ist besser, wenn ich nicht aussehe wie ein Affe! Mach dir keine Sorgen, ich werde dich nicht blamieren! Ich lege die Serviette auf den Schoß, verwende die Essutensilien, die vor mir liegen und wenn das Essen zu langsam kommt, werde ich meine Stirn höflich runzeln, so wie es in vornehmen Kreisen angebracht ist! Ist ja gut, ich hab schon verstanden! Hey, ich darf nichts falsch machen, sonst endet Lisa noch mit jemandem wie mir! Homie, ich hab doch überhaupt kein Problem mit dir! Außer, dass deine Knöpfe falsch geknöpft sind! Eigentlich ist das hier ein Kragenknopf, siehst du, und den muss man... Kannst du nicht einmal zufrieden sein? Maggie, hilf mir mit dem Hemd! Also hat Mr. Burns nie kapiert, dass Maggie das Kernkraftwerk gerettet hat? Nein, was ist mit deinem Getränk? Darf ich noch einen Tropfen drauflegen? Oh, im Augenblick nicht! Nun, haben wir gewählt... Können Sie mir helfen? Was ist die normale Anzahl von Vorspeisen für eine Person? Äh, eine, Sir! Ich meine für Erwachsene! Eine! Nein, ich meine für erwachsene Männer! Ja, ich wiederhole, äh, eine! Na gut, ich nehme die Lasagne! Sehr wohl, mit Fleisch oder vegetarisch? Oh, äh, oh, vegetarisch! Könnte die Soße vielleicht aus Kuhblut sein? Mal sehen, was wir tun können! Ist das Mom? Homer, kannst du mal kurz mit mir mitkommen? Krieg deine Eifersucht in den Griff! Das ist unsere Tochter! Wir müssen eine laut geflüsterte Unterhaltung führen! Äh, entschuldige bitte, Lisa! Eine alte Highschool-Freundin! Homie, ich hab mich schlecht gefühlt, als ich sagte, dass ich dich an der Backe hab! Aber dann wurde mir klar, ich hab dich unheimlich gern an der Backe, egal wie! Ich könnte niemals aufhören, dich zu lieben! Es tut mir leid, das ist alles sehr nett, aber ich kann nicht vergessen, was du gesagt hast! Ich weiß, Homie! Ich kenn dich gut genug, um zu wissen, dass du noch nicht bereit bist, mir zu vergeben! Aber ich kenne dich auch gut genug, um zu wissen, dass das hier funktionieren wird! Wo hast du das Kleid her? Du kennst doch die Nähmaschine, von der du sagst, dass ich sie nie benutze! Ich hab sie verkauft und dafür das Kleid erstanden! Wow! Wow! Das sieht genauso aus wie das Kleid, das du bei Project Runway getragen hast! Shh, shh, shh! Oh, natürlich! Ich mein, das sieht aus wie ein Kleid aus einem normalen Geschäft in Springfield! Alles ist vergeben! Lass uns Abendessen! Ähm, Dad, ich glaube, eigentlich hatten wir ein Date! Oh, natürlich! Du hast recht, Schätzchen! Ich werd, ähm, ich werd mich an der Bar parken! Ja, hallo! Und Ihre Lassagne mit Kuhblut, Sir! Danke, Mr. Frankreich! Ich bin kein Franzose, ich bin nur hochnäsig! Lukas! Du bist kein Wettkampfesser mehr? Nein! Mir wurde klar, dass das unrealistisch ist! Da bin ich sehr erleichtert! Ich will jetzt werden, was auch immer Adele ist! Nenn mich Pfund-Uka-Dollar! Wie wär's, wenn ich dir beibringe, zu pfeifen? Du kannst pfeifen? Mit deinem Mund? Hey, ich kann's schon! Ich klinge wie ein Vogel! Ja, du bist heute mal wieder sehr fleißig, liebe Sonne! Oh, verpflegst! Und hier haben wir die weltberühmten Beatles! Und zwar genauso, wie sie damals in der Ed Sullivan Show aufgetreten sind! Ich finde es unfair, dafür den vollen Preis zu verlangen! Ich stecke bis zu den Knien in der Originalbesetzung von Mesh! Die Sonne auf meinen Schultern macht mich glücklich! Au! Ach, Homer, ich zieh den Hut vor dir! Hier drin ist es doch schön kühl, mein Junge! Ich sag dir, für den Rest des Sommers werden wir einfach im Kühlschrank wohnen! Homer, für diesen Zweck ist der Kühlschrank aber nicht gedacht! Obwohl ich zugeben muss, dass es hier drin sehr angenehm frisch ist! Darauf bin ich gekommen, als ich gemerkt hab, dass es im Kühlschrank kalt ist! Überlastet das den Motor nicht? Marge, kannst du den Backofen auf kalt stellen? Eis! Schönes, kaltes Eis! Ist leider ausverkauft! Ehrlich, ich spür's! Eis! Schönes, kaltes Eis! Chili! Heißes, scharfes Chili nach Texas Art! Und dazu gibt's Ginger Ale! Kochend heißes Ginger Ale nach Texas Art! Alles wie in Texas! Damit müssen wir uns abfinden! Unsere Rettung kommt bestimmt nicht zufällig auf einem Lieferwagen vorbeigerollt! Ich muss unbedingt die Scheibe wieder einsetzen! Ein Coolmobil? Sieh mal, Lisa, ich hab fünf Badehosen erwischt, die gehören alle Martin! Mich kannst du damit nicht ärgern! Ich trage nämlich 17 Lagen! Das hab ich mir selbst eingebrockt! So, ihr Krachmacher, die Zeit ist um! Raus mit euch! Wird's bald! Die Zeit ist um! Irrtum, Lisa! Ich werd mich unter Wasser verstecken und mitfahren, wo der Pool hinfährt! Ich wünsch dir alles Gute! Tut mir leid, aber das Ding wird jetzt mit Pökelsalz gefüllt und dann schleifen wir's rüber zum Altenheim! Na schön, morgen um dieselbe Zeit, Otto! Haha, wie stellst du dir das vor? Im Budget vorgesehen ist nur ein Tag im Sommer! Soll wohl so ne Art Quälerei sein! Dad? Dad! Dad! Ja, Lisa? Wie du sicher weißt, Dad, waren wir schwimmen und wir haben eine Neigung dazu entwickelt! Darum haben wir einstimmig beschlossen, ein eigener Pool ist der einzige Ausweg! Bevor du antwortest, solltest du wissen, dass eine Ablehnung zur Folge hätte, dass wir dich monatelang nerven mit... Dürfen wir den Pool haben, Dad? 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 Dürfen... Ich hab verstanden! Feiern wir unsere neue Abmachung mit dem Hinzufügen von Schokolade in die Milch! Da drüben haben wir die Holzwanne, dann die Sofortrost, das ist der Blitzmagnet und das da, der Kitzler! Ui, der Kitzler! Das klingt vielversprechend! Den nehmen wir! Stimmt es, dass man nach dem Essen mindestens eine Stunde warten soll, bevor man reingeht? Tut mir leid, Genedis, aber diesen Job mach ich nicht hauptberuflich, ich spiele Keyboard! Und nun alle rein in den Pool! Ne schöne Scheune, aber nicht das, was man unter einem Pool versteht, Ungläubiger! Nein! Ist das jetzt dein Pool? Ja, Dad! Juhu! Wer kann denn das sein? Äh, hallo, äh, Mrs. Bart! Ist ihr Pool schon fertig? Bart! Sind etwa all diese Kinder hier Freunde von dir? Ja, Mom, Freunde und Schleimer! Hey, Bart! Hallo, Bart! Hallo, Bart! Alter Freund! Hallo, Mrs. Coverdale! Ja! Ja! Leute, es wird Zeit, dass wir mal über die Sicherheitsbestimmungen im Pool sprechen! Spring, Bart, spring! Spring, Bart, spring! Gebongt, mach ich! Hey, Bart, sieh mal! Deine Epidermis guckt raus! Tatsächlich? Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Mit Epidermis meint man eigentlich die Haare! Also rein technisch gesehen stimmt das! Und das ist im Grunde der Witz daran! Entschuldige mich einen Moment! Ha, ha! Hey, Nelson! Er ist wirklich verletzt! Ich glaube, er hat sich das Bein gebrochen! Ich hab doch gesagt! Ha, ha! Bring dem Jungen eine Illustrierte! Ein Notfall! So leid es mir tut, junger Mann, aber das Bein muss weg! Ha, 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 ha! Hab ich Bein gesagt? Ich meine natürlich die Badehose! Tja, und den gebrochenen Knochen werden wir eingipsen müssen! Och, so ein Mist, dann kann ich den ganzen Sommer vergessen! Keine Sorge, mein Junge! Wenn man so einen Beruf hat wie ich, dann kann man jeden Sommer vergessen! Erstaunlich! An dem Tag, an dem ihr den Pool gekriegt habt, ist uns klar geworden, dass wir dich mögen! Vom Timing her fabelhaft, findest du nicht? Hallo Bart! Hey Bart! Hey, schreibt was auf meinen Gips! Schreibt eure Namen drauf! Hey Leute! Millhouse! Oh, äh, hallo Bart! Der getreue Millhouse! Du wirst die langen, heißen Tage doch sicher an meiner Seite verbringen! Ich glaub, ich hab meine Brille in eurem Pool verloren! Ich spring lieber mal rein, um sie zu suchen! Aber du hast die Brille doch auf der Nase! Nein, das stimmt nicht! Hey, seht mal, Bart ist ganz allein! Vielleicht sollte ich ihm Gesellschaft leisten, zumindest für eine Weile! Hey, seht mal her! Hier geht's, Action! Äh, ich komme! Sieht aus, als wären wir beide ganz allein, Bartyboy! Na toll! Jetzt muss ich den Sommer mit meinem Hirn verbringen! Was ist an einem Pool schon Besonderes? Ich kann mich genauso gut in der Badewanne amüsieren, wenn ich eine Plastiktüte über den Gips klebe! Ah! Ferretta! Macht nur eure Späße im Pool! Ich kann mich auch amüsieren! Und zwar allein! Ich muss sagen, ich find's gar nicht mal so übel! Ich verbringe den Sommer damit, einen alten Freund genannt, Fernsehen etwas besser kennenzulernen! Hoffentlich hat's euch Spaß gemacht, Kinder! Denn Krusty verabschiedet sich für den Sommer! Doch stattdessen zeigen wir euch... Krusty Klassik! Viel Spaß! Guten Abend! Mein Gast heute Abend ist der Gewerkschaftsvorsitzende Hutz Gmeini! Wir reden über die Tarifneuordnung mit dem Arbeitgeberverband! Es ist mir eine Freude, hier zu sein, Krusty! Ich frage unverblümt, haben wir nicht eine Arbeitsplatzkrise in Amerika? Es kommt darauf an, was Sie unter dem Wort Krise verstehen! Oh! Ah, es gibt nichts Schöneres, als mit der Sonne aufzustehen und eine ruhige, friedliche Runde in seinem eigenen Pool zu schwimmen! Juhu! Lisa, fass mich nicht an, der Grünspan hat nichts, sonst kriegst du ihn auch! Dad, man muss jeden Tag ein bisschen Chlor ins Wasser tun, damit es sauber bleibt! Chlor? Aha! Mein Gesicht brennt wie Feuer! Hm, Osima, da ist Bart! Wink ihm zu! Hm, vielleicht sollten wir Bart doch etwas mehr Zeit widmen! Wenn man so isoliert ist, wird man schnell wunderlich! Ich schwöre, ich weiß nicht, wo die Bomben sind! Das wissen nur die Mineure! Vielleicht wird das deine Zunge etwas lockern! Uah, 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 bäh! Äh, Bart! Nicht das Licht anmachen! Entschuldige, ich wollte nur mal fragen, wie es dir geht! Gut, ich kann mich nicht beklagen! Was schreibst du da, ein Theaterstück? Äh, nein! Oh doch, Beschreibung der Rollen! Ein Vizekönig Pleitegeier, ein echtes Herzchen von einem Mann! Er damit! Ist noch im Entstehen begriffen! Na? Gefällt's dir bei allen so beliebt zu sein? Ach, was, Quatsch! So toll ist das überhaupt nicht! Bart, das ist das Schönste, was mir je in meinem Leben passiert ist! Aber warte, ich hab dir ein Geschenk mitgebracht! Und zwar das Teleskop, das ich beim Optik-Festival gewonnen hab! Es gab ein Optik-Festival und man hat mich nicht informiert! Verschwinde wieder! Aber... Geh! Was haben wir denn da? Das leichtfertige Leben der Hippies? Die interessiert gar nicht, auf wessen Zehen sie treten! Das war eine hinreißende Idee, Hubie! Komm her und küss mich! Nur keine Angst! Ihr könnt weiterhin nackt wagen! Na, was ist denn? Macht weiter! Nun kommt schon! So, Lou, eröffne das Feuer! Das Universum ist unheimlich langweilig! Ich hab's! Ich werd damit mal in Springfields pikantem Nachtleben herumschnüffeln! Aha! Und er stellte sich heraus, das war sein böser Zwillen! Grace, komm her! Da ist ein finster, dreinblickender Junge, den ich dir zeigen möchte! Ach, was soll's! Mit diesem blöden Ding kriegt man bestimmt nie was Interessantes zu sehen! Das kommt aus Flanders Haus! Oh, nja! Oh mein Gott! Was hab ich getan? Ich hab's hier umgebracht! Es kann nicht so sein, wie es aussieht! Immerhin handelt es sich hier um Flanders! Ich werd da ein bisschen fernsehen! Und nun, worauf ihr schon lange wartet! Eine weitere endlose Raga mit Ravi Shankar! 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 Ein Blumenkind! Oh! Hä? Oh nein! Es kann nicht so sein, wie es aussieht! Es muss noch eine andere Erklärung geben! Wenn es doch bloß eine andere Erklärung dafür gäbe! Aber die gibt es nicht! Ich bin ein Mörder! Ich bin ein Mörder! Dann ist das bestimmt nicht der echte Net Flanders! Ich bin ein Mordio-Mörderchen! Wenn das nicht Flanders ist, dann hat er seine Rolle gut gelernt! Daddy, wo ist Mami? Sie fehlt uns! Mami hat uns verlassen! Sie ist jetzt bei Gott! Ja! Dürfen wir beide da auch hin? Ja, bald genug! Ja! Rott und Tott will er auch noch umbringen! Das ist ja furchtbar! Prinzipiell gesehen! Sieh mal, Lisa! Ich hab hier unten auf dem Boden des Pools Geld gefunden! Hier, ich schenke's dir! Danke, Nelson! Verdammt! Jemand hat mir mein Spritgeld geklaut! Lisa, komm doch mal am Wochenende mit zu meiner Familie aufs Land! Da kann man jagen, Silbenrätsel lösen und es gibt massenhaft erbauliche, romantische Missverständnisse! Die nutzen dich nur aus wegen des Swimmingpools, ist dir das klar? Halt die Klappe, Hirn! Ich hab jetzt Freunde, ich brauch dich nicht mehr! Tja, äh... Ja! Ich würd gern mal mit dir rausfahren! Ah, mein Plan scheint den langersehnten Erfolg zu haben! Bald bin ich die Königin des Sommers! Oh, der König! Mhm! Klar! Unser Flüsterfreund sagt, ein noch blöderes Kind hätte noch einen viel besseren Pool als den hier! Ja! Äh? Hallo! Hey, ich komm hier nicht mehr raus! Ich muss mir was einfallen lassen, wie ich hier rauskomme! Ja, ja, ja! Mal sehen, wer da zurückgekrochen kommt! Ich sage euch, Ned Flanders hat seine Frau ermordet! Aber wieso? Sie ist doch so ein Fuchs! Ich meine, was läuft bei Fuchs heute Abend? Irgendwas Schlüpfriges bestimmt! Hä? Endlich auf, schlimme Gerüchte über andere zu verbreiten! Weißt du noch, wie du Grandpa hast herren und federn lassen? Na klar! Das war vor 20 Minuten! Ich leg mich mal in die Badewanne! Entschuldige, Bart, dass ich mich in letzter Zeit nicht um dich gekümmert hab! Ich hab einen Höhenflug gekriegt, weil ich plötzlich so beliebt war! Aber da ich jetzt wieder unbeliebt bin, möchte ich dir nur sagen, ich bin immer für dich da! Das kannst du mir auch sofort beweisen! Pass auf! Die Flanders verlassen das Haus! Du sollst dich reinschleichen und Beweise sammeln und herbringen! Und was Süßes für später! Bart, und zwar immer, aber ich brich doch nicht bei anderen Leuten ein! Na schön, du hast recht! Ich sag nichts, reden wir nicht mehr darüber! Ich werd dir aus meinem Theaterstück vorlesen! Bücklinge zum Frühstück, Tante Helga? Haben wir denn heute Petri-Heil-Gedenktag? Oh ja, antwortete Tante Helga! Oh nein, bitte hör auf, ich geh ja schon! Der Kopf eines Menschen! Oh, was für ein Glück! Oh nein, er kommt zurück! Flanders ist wieder da! Lisa, mach, dass du da rauskommst! Nein, geh nicht nach oben, du sitzt in der Falle! Eine Axt! Er hat eine Axt! Ich werde dich retten, Lisa! Ich werde dich retten, indem ich die Polizei alamiere! Hallo, herzlich willkommen beim Rettungsruf des Polizeipräsidiums in Springfield! Wenn Sie die Bezeichnung des begangenen Verbrechens kennen, wählen Sie die Eins! Wenn Sie die Verbrechensliste abhören möchten, wählen Sie die Zwei! Wenn Sie ermordet worden sind oder von einem Telefon mit Wählscheibe anrufen, bitte bleiben Sie dran! Nein! Sie haben sich für Königsmord entschieden! Wenn Sie den Namen der Königin oder des Königs kennen, die oder der ermordet wurde, wählen Sie die Eins! Ich werde dich retten! Gibt's oder nicht gibt's? Oh Mann! Ich werde dich retten, Lisa! Mit oder ohne Abfall! Oh nein! Dieser finster dreinblickende Junge kommt her, um mich zu ermorden! Hilfe! Hilfe! Es wird Zeit, dass du wegkommst! Du kommst weg, ob du willst oder nicht! Mann! Nein! Hey! Was zum Rolledröpschen ist denn hier los? Ich will verhindern, dass Sie Lisa ermorden, so wie Sie Ihre Frau ermordet haben! Ermordet? Er ermordet? Nein! Ich bin nur eine Woche auf dem Land gewesen! Aber ich habe deutlich gehört, wie er gesagt hat, Mord wäre bei Gott! Das stimmt sogar! Ich war im Bibellager! Ich wollte dort lernen, einsichtiger zu werden! Aber ich habe den Mord beobachtet und gesehen, wie Sie die Leiche im Garten vergraben haben! Na schön, es stimmt! Ich bin ein Mörder! Ich habe Mords Lieblings-Fikuspflanze zu viel Wasser gegeben, bin in Panik geraten und habe die Überreste vergraben! Ich wollte eine neue besorgen, bevor du nach Hause kommst! Aber ich habe den Schrei einer Frau gehört! Hä? Das kann ich dir leider nicht erklären! Wir haben sie gefunden! Oh, ich würde sagen, damit wäre alles geklärt! Nein, nicht alles! Bleibt immer noch die Frage nach dem Aufenthaltsort deiner Frau! Ähm, ich bin doch hier! Oh, das sehe ich! Und damit habt ihr alles in niedliche kleine Schächtelchen verpackt! Das meine ich ernst! Tut mir leid, wenn es sarkastisch geklungen hat! Mehr Freunde! Mehr Verbündete! Mehr von allem! Hängt die, die von weniger reden! Da drüben sind noch ein paar Zentimeter frei! Mein wunderschöner Pool und seine Lebensartausstattung! Nein! Hier ist das langweilig! Kommt ja nie! Schaut's jetzt bald! Hier ist es langweilig! Oh, der zärtliche Hauch einer sommerlichen Brise! Weihnachtslicht! Weihnachtslicht! Das macht mich so schwach und schwindelig! Angeblich werden bald die Weihnachtsgeschenke von der Firma verteilt! Wer hat dir das erzählt? Insider-Info! Ein Typ aus der Personalabteilung treibt es mit meiner Freundin! Oh, sieh an, Mr. Beziehungs-King! Hoffentlich ist es besser als das Wiese-Geschenk vom letzten Jahr! Ein Totalausfall! Ah, so wie das Geschenk hier! Der Chef-Stressball! Beim nächsten Quetschen sind sie gefeuert! Jetzt bin ich gestresster denn je! Ausgezeichnet! 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 Ich glaub, dir geht's nicht ausgezeichnet! Ho-Ho-Humbug! Der Weihnachtsmann kommt zu richten und zu strafen! Wow! Endlich mal ein tolles Geschenk! Der Ugelglotzer! Eine Brille für erweiterte Realität! Man trägt sie wie eine normale Brille! Sie zeigt Informationen über Dinge und Personen in ihrer Umgebung an! Oh, endlich bin ich nicht mehr Sklave meiner dummen menschlichen Augäpfel! Oh! Huh! Wow! Brille, Lenny anrufen! Oh, ich werde angerufen! Anruf annehmen! Hallo? Lenny, ich bin's! Roma! Hm, ich dachte immer, es heißt Simpsen! Wirklich? Guckst du denn niemals in den Himmel? Hab mich immer gefragt, was das soll! Sir, Ihre plötzliche Großzügigkeit besorgt mich! Der Arzt sagt, ich soll sie bei aufkommender Freundlichkeit einliefern lassen! Oh, keine Sorge! Dieser Weihnachtsmann hat immer noch Krallen! Ab jetzt trägt jeder dieser Nukleartöpel eine Videokamera und sendet alles zu mir! Sie spüren Jensi aus? Smithers! Wie viel hat diese Firma letztes Jahr durch Diebstahl vom Büromaterial verloren? 7.043 Dollar! Das ist vorbei! Dank dieses 26 Millionen Dollar teuren Überwachungssystems! Gebt acht, ihr Kakerlaken! Ich sehe alles mit meinen transplantierten Augen! Oh, das Beste habe ich Ihnen noch gar nicht gezeigt! Jeder dieser Knöpfe steht für einen Mitarbeiter! Wenn ich ihn drücke, wird er oder sie sterben! Was ist mit dem Ding? Gas! Nicht vergessen, Kinder, die Schule sagt, dass ihr für jeden in eurer Klasse eine Valentinskarte schreiben sollt! Das verliert doch seine Bedeutung, wenn jeder dazu gezwungen wird! Was habe ich zum Thema Herausheben der Sinnlosigkeit von Dingen gesagt? Ich soll es nicht tun! Nelson bekommt von mir keine Karte! Er ist ein Raudi und ich liebe ihn nicht! Jesus sagt, du sollst deine Feinde lieben! Ja, aber nur weil Jesus weiß, dass er seinen Feinden eines Tages ins Auge schauen und sagen kann, es war übrigens ich, der dich in die Hölle geschickt hat! Bart, deine Schule verlangt von dir, dass du für jeden eine Valentinskarte hast! In einem Briefumschlag mit einem Spaßaufkleber! Euer Lehrer hat eine E-Mail rausgeschickt! Und zwar mit einem angehängten Video! Willkommen bei Firstline! Heute Valentinstag! Immer ein Blutbad! In dieser Schule dürfen Kinder entscheiden, wem sie Valentinskarten schicken! Danny ist unbeliebt, denn Gerüchten zufolge schläft er noch bei Mami und Papi im Bett! Junge Menschen haben die Fähigkeit, Valentinskarten zu zählen und Danny wird klar, dass er geschnitten wurde! Frühere Generationen von Kindern waren es gewohnt, abgelehnt zu werden, aber die Kinder von heute, die mit Videospielen und Instant-Messengern aufwachsen, sind hypersensible Spinner! Am 15. Februar um 2 Uhr morgens, nachdem er das letzte Mal den Briefkasten überprüft hatte, starb Danny beinahe an einer Überdosis kleiner Zuckerherzen! Viele Monster der Geschichte haben nie eine Valentinskarte erhalten! Attila der Hunne, Mao Zetong und ich, Will Lyman! Das war Firstline! Schön, Nelson kriegt ne Valentinskarte, aber ne alte aus der Kiste! Perfekt! Schlechter Film, schlechtes Foto und schlecht verarbeitet! Was ist so witzig? Ich guck mir Videos von Idioten an, die diese Brille tragen und nicht mehr auf die Umwelt achten! Unglaubliche Trottel! Ich versteh nicht, was an dieser hochmodernen, solarbetriebenen Computerbrille so toll sein soll! Probier sie mal, nachdem ich entschieden hab, ob diese Videos witzig oder tödlich sind! Witzig, witzig, tödlich, tödlich, witzig, witzig, aber der Typ ist tot! Au! Jetzt wird ein simpler Sonntagsausflug die versteckten Geheimnisse unserer Stadt enthüllen! Juhu! Nein! Das Rathaus von Springfield wurde für den Spencer Tracy Film Treff mich im Rathaus gebaut! Es war 30 Jahre lang nur eine flache Wand mit nichts dahinter! Dad, Bart ist auf meiner Seite der Rückbank! Dad, Lisa ist meine kleine Schwester! Der Rückspiegel wurde 1911 erfunden, um nach hinten zu blicken! Toll, und wann wurde der Ausdruck Halt die Klappe erfunden? Bereits 1859! Halt die Klappe wurde damals... Ui, ich glaube, die Kinder haben jetzt einfach Hunger! Brille, navigiere mich zum schönsten Restaurant, das ich mir leisten kann! Suche Suppenküchen! Was? Du, das reicht, ich werde dich abnehmen! Ah, die Realität! Tut mir leid, Sir! Okay, mal sehen, was wir hier haben! Oh! Bäh! Hier, kneifen, umdrehen, innehalten für Liebesgeflüster! Oh, Brille, du bist so wunderbar! Hä? Verwendest du deine Brille etwa zum Kuscheln? Aber der Avatar sieht genauso aus wie du! Homer Simpson, trägst du diese Brille, herrscht in der Kiste Stille! Brille, such mir ein Geschenk für meine Frau! Unter fünf Dollar! Das habe ich gehört! Brille, schick mich zwei Minuten in die Vergangenheit! Marge? Wegen der Brille! Es tut mir wirklich leid! Hier ist dein Frühstück! Äh, echt nur fünf Pancakes? Du willst mich umbringen! Ich bin nicht sehr zufrieden mit dir! Ich weiß, bei dieser Brille handelt es sich um radikale, moderne Technologie, die nur in Maßen getragen werden sollte! Habe ich recht, Brille? Ja, wie ich dir gesagt habe! Auf jeden Fall werde ich mich von ihr trennen! Wer es wagt, sie zu nehmen, soll sie haben! Und schwupp! Na, komm schon, Mom! Ausnahmsweise schnapp ich mir mal das Leckerli! Also sind die Gerüchte wahr! Moms können auch Dinge wollen! Hübsch gemacht, Louis! Ein Transformer, der sich in ein Herz transformiert? Ich liebe es! Diese Schokopraline ist geschmolzen! Nicht gut! Meine Mom hat sie auf dem Armaturenbrett liegen lassen! Meine Mom! Jetzt kannst du mir deine geben, Simpson! Nein! Keine Valentinskarte für dich! Sag das nochmal! Ich würde einem Loser eine Karte schreiben, auch einem Trottel würde ich eine schreiben, sogar einem Mädchen würde ich eine schreiben, aber ich schreibe keine Karte für einen Rowdy! Folgendes wird jetzt passieren! Du hast eine Woche, um mir die schönste Valentinskarte aller Zeiten zu machen! Und wenn ich es nicht tue? Simpson, ich werde ein Herz in meine Hand halten! Entweder aus Papier oder deins! Hallo, Freunde! Merkwürdig! Ich höre eine Stimme, aber ich sehe gar kein User-Icon! Karl, ich bin's! Ich bin hier! Wirklich hier! Hey Homer, viel Info über dich! Ich blätter mal durch! Oh, nein! Hey, was? Oh, niemand kann in einer nicht erweiterten Realität leben! Ich brauche dringend eine neue Brille! Charlie, dein nächster Zug im Muppetschach! Ganz so auf, Fossi 7! Oh, das ist Kermit Matsch! Waka waka! Oh, warum ist das Rezept, das man braucht, immer das, auf dem Homer seine Cocktail-Ideen verewigt? Vielleicht kann diese Pling-Pling-Brille mir ja helfen! Okay, Marge Simpson betritt nun die Matrix und sucht ein Brownie-Rezept! Hier sind meine bestbewerteten Rezepte! Uh, unendliche Möglichkeiten, Maggie! Mr. Burns? Sir? Kann ich vielleicht noch so eine Brille haben? Am besten zwei! Eine für Strandhaus? Kriege ich auch ein Strandhaus? Zwei Strandhäuser! Hä? Monitore? Was zum? Burns hat uns diese Brillen also gegeben, damit er uns ausspionieren kann! Das ist eine klare Verletzung unserer Menschenrechte! Okay, dann sehen wir mal, was wir sehen können! Solitär? Zylinder auf Ebay? Angry Birds Fanfiction? Superleichtes Kreuzfurtrissel? Lenny schminkt Karl als Clown? Da arbeitet wirklich jemand? Maggie? Wer ist Mamis kleines Mädchen? Ahnenforschung.org sagt, du! Du bist es! Du bist es! Ah! Moment mal! Da Marge meine Brille trägt, kann ich alles sehen, was sie sieht! Oh, ich sollte mir das nicht ansehen! Du bist so ein liebes Baby! Du hast dir ein Eis verdient! Augenblick! Marge hat gesagt, wir haben kein Eis mehr! Oh, was verbirgt Marge sonst noch vor mir? Maggie, er ist da! Oh, hat sie etwa eine Affäre? Danke für die Einladung zum Mittagessen! Oh, warum hat sie keine Affäre? Wie wär's mit einer Valentinskarte, auf der steht Rowdy für dich? Hm, interessant. Interessant bedeutet nein. Interessant bedeutet nein. Melhouse, du bist ein Genie! Wirklich? Was hab ich denn gesagt? Ach, gar nichts. Wenn im Fernsehen jemand etwas Lahmes sagt, sagt ein anderer, er ist ein Genie und hat eine Idee. Ich dachte, das klappt bei mir. Was soll's? Du hast Genie zu mir gesagt. Das bedeutet mir viel. Ich hasse diesen dämlichen Tag, den kann man doch nur voll versauen. Das ist es! Bart, du bist ein Genie! Wenn du das Wort dauernd verwendest, verliert's an Bedeutung. Wer sind sie? Mr. Burns! Oh, tut mir leid, Mr. Burns. Ich werde sie nicht widerstören. Marge, das ist ein Parkplatz nur für Kleinwagen. So was, wer hätte gedacht, dass du so eine Rebellin bist? Erfahren wir etwas mehr über die Geheimnisse im Leben meiner Frau. Geheimnisse, die nur gut sein können. Hallo Marge, Dr. Karluk wartet schon auf Sie. Danke. Und Marge, wie geht es Ihnen so? Ganz gut, glaube ich. Marge ist in Therapie? Ich hasse es, wenn ich hierher komme und das erste Wort, das ich sage, Homer ist. Aber ich muss es tun, mal wieder. Homer hat unser Geld angelegt, aber nicht in Aktien, sondern in Sandwiches. Hat sich das Alkoholproblem von Homer verbessert? Naja, er trinkt nur noch zwei Bier in der Dusche. Das sind doch bloß Helle, bitte! Konzentrieren wir uns vielleicht auf ein Problem, seine Unbeherrschtheit. Ach, alles in der Zeitung macht ihn wütend. Nicht die Kartons, niemals die Kartons! Die Zeitungskartons waren furchtbar heute. Außerdem ist Marge in Therapie und hab mir nichts davon gesagt. Wow, und damit hat sie eine Grenze überschritten? Woher weißt du es? Hab sie mit einer Kamera ausspioniert. Sie glaubt, ich bin egoistisch und dass ich nicht genug Zeit mit den Kindern verbringe. Oh, das ist doch ein Witz. Du arbeitest in einem radioaktiven Höllenloch und was hast du davon? Nicht eine miese Superkraft. Es bleibt mir nur noch die Chance, ihr zu sagen, was ich weiß und warum ich's weiß. Augenblick, Junge! Schlechte Idee. Nein, nein, Beute stehen dich darauf zu hören, dass sie ausspioniert wurden. Ich spreche aus langer Erfahrung. Du musst es so aussehen lassen, als hättest du es zufällig rausgefunden. Oh! Nächste Woche machst du einen Termin bei ihrem Therapeuten, der auf ihren folgt. Und dann triffst du mich ganz zufällig im Wartezimmer. Wow, das ist klasse. Woher hast du nur solche Ideen? Die meisten meiner Freunde sind geschieden. Hallo, Homie. Das Essen ist fast fertig. Schweinekoteletts mit meiner geheimen Gewürzmischung. Ja, du hast so deine Geheimnisse, nicht wahr, Matsch? Nicht die Kontrolle verlieren, Homer. Der Grundstein jeder Ehe ist ein langes Schweigen. Hey, wo ist sie hin? Gut, du hast dich nicht verplappert. Denn, hey, wo bist du hin? Will niemand einen Ratschlag von mir haben? Okay, hör zu, Fifi. Wenn du da draußen das Eichhörnchen siehst, machst du erst mal einen auf cool, verstanden? Ich hab Angst vor dir? Das bedeutet der Valentinstag für dich? Das ist das, was jeder hier denkt. Wie kannst du jemanden zwingen, zu sagen, dass er dich lieb hat? Die schreiben dir alle nur Valentinstkarten, weil sie Angst davor haben, was passiert, wenn sie's nicht tun. Nelson, es hilft nichts, wenn ich mich verstelle. Ich fürchte dich mehr als die Hölle. Du bist ein Psychopath und brauchst dringend ein Bart. Ganz bestimmt landest du mal in der Todeszelle. Hm, man kann richtig die Angst an der Karte riechen. Ich hab sie an Miller ausgerieben. Simpson, du hast den Hintern meines Herzens berührt. Warum umarmst du dich selbst? Warum umarmst du dich selbst? Wenn Nelson nicht bald was Rowdy-mäßig ist, macht sich ihm die Unterhose zwischen die Arschbacken. Nelson trägt keine Unterwäsche. Rau! Er ist immer einen Schritt voraus. Ähm, ich bin hier für meinen 3-Uhr-Termin. Bitte füllen Sie dieses Formular aus, Mr. Falscher Name. Es heißt falscher Name. Ich nenn sie einfach Elias. Das heißt Alias. Letzter Therapeut. Irgendein Trottel. Endlich. Zeit für das große, zufällige Treffen. Nächste Woche zur selben Zeit, Marge. Worauf Sie sich verlassen können. Diese Sitzungen helfen mir auf Kurs zu bleiben. Dr. Carlock ist sowas wie mein Reset-Schalter am Mittwoch. Mittwoch? Okay. Nach der Therapie ist sie immer gut gelaunt. Oh mein Gott. Marge braucht das hier. Es spendet ihr Licht auf dem dunklen Pfad durch die Ehe mit mir. Kommen Sie, Mr. Falscher Name. Nicht nötig, alles ist gut. Tut mir leid, einen Termin können Sie nur 24 Stunden vorher absagen. Tja, wenn ich Ihnen die Zeit sowieso bezahle. Oh, wo haben Sie Haare schneiden gelernt? Sie brauchen eine Aggressionstherapie. Schnippeln, nicht plappern. Ich habe vergessen, dir was zu erzählen, Homie. Ich habe Helen Lovejoy heute getroffen und du wirst es nicht glauben. Das muss ich nicht wissen. Du sollst deine Geheimnisse haben, Marge. Das ist kein Geheimnis, sondern eine witzige Story. Okay, Marge, aber zuerst, naja, es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Etwas, das ich getan habe und das dich wütend machen wird. Zu Recht. Oh, ich wette, meine Geschichte ist viel interessanter. Juhu, hab's versucht. Okay. Okay, Helen Lovejoy hat erzählt, dass sie ihren berühmten Zimtplätzchen-Gugelhupf für das Kirchenfest gemacht hat. Und dabei hat sie Salz statt Zucker reingetan. Ja, und? Das war's. Das ist die Geschichte. Wo ist dieser Kugelhupf? Er wurde verkauft. Und an wen? Dr. Hebert. Entschuldige, er muss telefonieren. Komm bald wieder zurück, ja? Hebert ist in der OP, aber sie lassen ihn anpiepsen. Warte, da stimmt was nicht. Schon besser. Oh, großer Gott. Hi, Ralf. Ähm, ich wollte dir nur sagen, da war ein Zahn in der Valentinskarte, die du mir gegeben hast. Wenn du ihn einpflanzt, dann wächst ein neuer Ralf. Ich brauche keinen neuen Ralf. Ich mag den alten. Glückwunsch zum Valentinstag. Ralf macht sich lieber fertig für den St. Patrick's Day. Internationales Olympisches Komitee. Jetzt mit Myanmar, früher Burma. Aber Paris wäre ein Trebonplatz für die nächsten Olympischen Spiele. Und, äh, wessewegen? Denn wir müssen Ihnen wohl kaum erklären, was Ihnen an uns gefällt. Ich erwarte eine Antwort. Ich empfehle Moskau, wo man für einen amerikanischen Dollar sieben Rubel kriegt. Zwölf Rubel. Sechzig Rubel. Eintausend Rubel. Ich muss nach Hause. Mein Vorschlag ist Motown. Detroit? Nein, nein, Mongolia Town. Die Heimat des Motown-Sound. Da, 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 da. Uh. Seid ihr alle verrückt? Die Antwort lautet Buenos Aires. Hokkaido. Budapest. Glifflen. Uganda. Angkor. Freunde, Freunde, bitte. Ihr vergesst, worum es bei den Olympischen Spielen geht. Um die Vergabe von Medaillen aus wunderbarem Gold, dann gerade noch Silber und billiger Bronze. Ich habe hier einen interessanten Brief von einem kleinen Mädchen mit Namen Lisa Simpson. Sie meint, ihre Stadt sei vielleicht nicht wichtig genug, um die Olympischen Spiele auszurichten. Aber sie bittet darum, ob die Fackel nicht ihre Stadt passieren könne, um wenigstens ein bisschen von der Glut zu spüren, die wir tagtäglich empfinden. Ich schlage vor, wir bringen dir nicht nur die Fackel nach Springfield, wir veranstalten die Olympischen Spiele dort. Wer ist dafür? Hä? Hä? Es ist mir egal, ich habe entschieden. Springfield wurde heute von der Nachricht geschockt, dass es die Olympischen Spiele ausrichten soll. Fachleute meinen, unsere Stadt werde dieselbe explosionsartige Entwicklung erleben wie Sarajevo nach den 84er Spielen. Und das nur, weil du diesen Brief geschrieben hast, Lisa? Dabei habe ich den nur geschrieben wegen unseres Schulprojekts. Alle anderen haben den Backstreet Boys geschrieben. Zu Ehren unserer ausländischen Freunde und Feinde veranstaltet Kanal 6 einen Wettbewerb, um ein Maskottchen für die Spiele in Springfield zu finden. Der Sieger wird gleichgestellt mit anderen denkwürdigen Maskottchen wie dem What's it in Atlanta und dem Vampir von Montreal. Ein Maskottchen-Wettbewerb? Den werde ich gewinnen. Es sei denn, einer von euch will mir in den Rücken fallen. Niemand fällt dir in den Rücken, Homer. Wir werden dich tatkräftig unterstützen. Ja, hol die Goldmedaille, Dad. Halt die Klappe, das halte ich nicht aus. Ich habe behauptet, ich kann sowas nicht, aber hier ist es. Darf ich vorstellen, Abby, die getigerte Katze. Was hast du gemacht, damit die Augen sich bewegen? Du hast meine Katze in Pappmaché eingepackt. Ja, aber nur für den Prototyp, mein Schatz. Da ihr meinen ersten Entwurf immer ablehnt, habe ich mir noch was einfallen lassen. Darum bitte ich um einen olympischen Applaus für Springy, den Springfield-Springer. Das sind doch keine Hunderaugen, oder? Hey, der ist niedlich. Gut gemacht, Dad. Das ist ein Spaßmacher für die gesamte Familie, und an den Enden ist der Messer scharf, um unser Land und seine Interessen zu schützen. Au! Gott möge Amerika schützen. Aber Springfield, das ist der sauberste Abwasserkanal, den ich kenne. Und wir sind positiv inspiriert worden von Ihrem Solarelektrizitätswerk. Die Sonne liebe ich. Und wir werden alles tun in jeder Beziehung, uneingeschränkt, um Ihnen den Aufenthalt hier so erträglich wie möglich zu machen. Ja, ungeachtet aller Gesetze seines Waffen-Frauen-Bargeld. Was immer Sie brauchen, bekommen Sie. Uh! Und das ist noch nicht alles. Wir haben soeben unser offizielles olympisches Maskottchen gewählt. Ja! Oh, Sie haben Springy genommen. Jetzt seid ihr platt, Patty und Selma. Na und, wir mögen dich trotzdem, Ziggy. Ja! Dieser Leim verstärkt die Wirkung noch. Wie wir alle wissen, Ladies und Gentlemen, sind die Kinder unsere Zukunft. Darum wollen die Kinder der Grundschule von Springfield uns einen Song vorstellen mit dem Titel The Children Are Our Future. Kinder? Ich habe mir noch nie so sehr ein Bier in meinem Leben gewünscht. Ich liebe dich, mein Schatz. Redest du mit mir oder mit dem Bier? Mit dir, mein sprudelnder, langhalsiger, in Buchenholz gealterter Liebling. Cheers! Muy bien. Hiermit darf ich voller Stolz und Freude offiziell verkünden, dass die nächsten olympischen Spiele niederfreundlichen Start... Moment, Moment, wir sind noch nicht fertig. Hier noch ein patriotisch-komödiantischer Auftritt von Bart Simpson. Danke, danke. Danke, Sie kommen also aus Russland, ha? Ja. Sind Sie schon betrunken? Ja. Aus Polen, aha, das ist zu einfach. Hallo, wie geht's Deutschland? Wissen Sie, wie ich mir eine Frau aus Deutschland vorstelle? Küss mich oder ich brech dir die Knochen. Das haben wir doch schon immer gedacht. Ich nicht, das war einmal. Hey, Schwitzerli, es besteht überhaupt kein Grund zu schwitzen. Bleibt bei eurem Käse. So ein frechers Birkli. Nun noch ein paar letzte Worte an die Vertreter des olympischen Komitees. Wenn es eine Medaille gäbe für schlechtes Publikum, hättet ihr sie gewonnen. Lebt wohl! Kinder! Wie konnten Sie diesen Burschen mit seinen unverschämten Äußerungen auftreten lassen? Als er geprobt hat, klang das alles noch ziemlich komisch. Und seine zweideutigen Bemerkungen hat er sogar weggelassen. Ha, 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 lacht nur, ihr Mini-Rebellen. Aber ihr und dieser Komiker hier haben die Stadt Springfield die olympischen Spiele gekostet. Thomas, wo stammen Sie her? Hä? Oh, geboren bin ich in Transvestitien, studiert habe ich an der Universität in Hoden, danach zog ich nach Kuitus, Pennsylvania. Warum fragst du? Keine Sorge, Sir, ich werde den Kindern schon Respekt vor ihrer Stadt beibringen. Ich verurteile euch, 20 Stunden für die Gemeinde zu arbeiten. Oh! Kuitus! Und wenn wir uns weigern, hä? Dann wirst du ganz einfach nicht versetzt. Wo bleibt denn da die Drohung? Skinner? Eine gute Idee. Würden Sie mich bitte entschuldigen, ich fahre nämlich jetzt den Urlaub an den Titikakasee. Mal sehen, was dir dazu einfällt, du vorlauter Bengel. M-m. Jugendliche Freiwillige. Martin, deine Aufgabe besteht darin, ein mitternächtliches Basketballturnier für die Straßenbanden in der Innenstadt auszurechten. So, ihr Banden, die einen spielen mit, die anderen ohne Hemd. Darf ich bitte... Ah! Millhouse, bist du gern am Strand? Na klar, wer nicht? Gut. Dann sammel bitte all den medizinischen Abfall ein, der hier an die Küste gespült wird. Au! Ich hab mich gestochen! Das macht nichts. An die Arbeit. Früher oder später stichst du dich an dem Gegenmittel. Oh! Und was hab ich zu tun? Bart, der Dienst für die Gemeinde besteht nicht nur aus Bandenkriegen und gefährlichen Infektionen. Und um dir das zu verdeutlichen, zeige ich dir jetzt deinen Arbeitsplatz. Feuerwerkskörper, Süßigkeiten und Tierhandlung? Nein, rechts daneben. Springfield, Altenheimburg. Na wollen wir wetten, ist das ne Beule oder ne Delle? Okay, atme durch den Mund und frag erst gar nicht, wie's denen da drin geht. Oh, Mann! Oh, so was hab ich ja ewig nicht gefehlt. Ach, bitte sei doch so lieb und zieh mir meine Krampfadernstrümpfe hoch. Es ist 2 Uhr, auf zum Fitnesstraining. Die Glocke hat mich gerettet. Augenblick, wo willst du denn hin? Oh, nein, Lisa, haben sie dich auch hierher verbannt? Verbannt? Was soll das heißen? Ich arbeite hier seit einem Jahr als Freiwillige. Hallo, ich möchte ein paar Zahlen hören. Ich hab ja nämlich ne herrliche Diagonale. B, 3. Damit hast du mein Schlachtschiff versenkt. E, 52. Hey, schon wieder ein Schlachtschiff versenkt. Halt hier, Bingo! Was hab ich gewonnen? Eine Banane! Was, ne Ganze? Ja! Das ist der Siegesbrei, ist eine Banane? Ihr natürlicher Brei verhindert Erstickungsanfälle und fördert die Verdauung. Das sind doch keine Babys, Lisa. Gib ihnen was Vernünftiges, wie Zigarren oder Schnaps. Zu Weihnachten haben wir ihnen mal Eierpunsch gegeben. Da haben sie sich nur gegenseitig die Schals weggenommen. Tja, das kommt eben davon, wenn man sich den Schal so eng um den Hals schlingt. Okay, 4 Uhr, Zeit fürs Nachmittagsschläfchen. Sie sagen denen, wann sie schlafen sollen? Pst, weck sie bloß nicht auf. Während sie schlafen, saugen wir übermäßigen Schmutz und Krümel ab. So, hier, und du darfst nicht eine Falte auslassen. Cool. Grandpa, Oma. Grandpa, Oma. Hör auf, mit den Gesichtern zu spielen. Na Bart, wie war dein erster Tag der Erzwungenen Freiwilligkeit? Der Laden ist widerlich. Die Schwestern lassen Grandpa gar nichts tun. Sie kauen ihm praktisch das Essen vor. Diese Glückspilze und ich kann mich hier mit der Schuhsolle rumplagen. Ein herrliches Steakschatz. Die Älteren sind nun mal nicht wie du und ich, Bart. Die stehen auf Beständigkeit, Vorhersehbarkeit und ein Leben ohne Überraschungen. Finde ich gar nicht mal so übel. Ich geh schon. Ich hab hier eine Lieferung für Homer Simpson. Juhu, bei den Federn, sie sind endlich eingetroffen. Wir haben die Olympischen Spiele an Shelbyville verloren. Ja, aber es dürfte kein Problem sein, tausend Federn zu verkaufen. An wen? An Idioten. Ich sage euch, das wird lustig. Mit Zauberin. Die besten Stellen haben sie rausgeschnitten. Hey, hat in diesem Film nicht irgendein Krieg stattgefunden? Komm mit, wir haben dich gewarnt. Seht euch vor, ihr seid auf einem wunderschönen Segelboot. Ach ja, und fühlt ihr schon die herrliche frische Brise in euren Haaren? Oder auf der Glatze von mir aus? Hey, ich höre ein Nebelhorn. Langweilig. Nicht, Bart. Wir wollen die alten Leute nicht überfordern. Sie haben gerade Pudding gegessen. Hallo, Kleines. Ist deine Mami zu Hause? Dann bitte sie um fünf Dollar, um dir den besten Freund von Mr. Spring ins Feld zu kaufen. Hey, ich kenne sie. Ihr Großmaul von Sohn hat uns die Olympischen Spiele gekostet. Oh, wer ist da, Mutter? Bart Simpsons Vater. Oh, ich komme sofort runter. Au. 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 Hey, Lenny. Du siehst ja völlig verhungert aus. Hier ist ein paar Nüsse. Oh, danke. Au. Mein Auge. Au. 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 Ich will euch umgehend diese hinten reißende Neuigkeit bestellen. Oh, mal verschwinde hier. Aber Mo, wieso bist du denn so wütend? Hier, nimm ein paar Nüsse. Oh, danke. Au. Oh Gott, mein Auge. Au. 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 Art, was soll denn das? Ich versuch das Ganze hier ein bisschen aufzupeppen. Die sollen endlich mal wieder Motorrad fahren und Elektrogitarre spielen, wie die alten Leute im Fernsehen. Entschuldigung, aber als die Piraten an Bord gekommen sind, habe ich aus Sicherheitsgründen meinen Ehering verschluckt Ich brauche unbedingt ein Brechmittel, um ihn wieder auszuspucken Sie ist weg, jetzt brechen wir aus und amüsieren uns Oh, da müssen wir um erlauben Ich verstehe, muss aber jemand meinen Stuhl mitnehmen Überleg dir das, das ist der einzige mit Polsterum Polsterum Was ist mit dir, Häuptling? Möchtest du nicht frei sein wie ein Adler? Ich wohne hier doch gar nicht, ich verteile nur Reklame von unserem Indianercasino Petition 217 musst du mit Ja ankreuzen Hey, die Tür war aber doch offen, großer Häuptling, mach alles kaputt Kommt Leute, ihr wollt doch nicht an einem Ort bleiben, wo man euch staubsagt, während ihr schlaft Was machen die? Das ist unsere Chance, raus hier Oh nein, Bart hat unsere Alten geklaut Ich hab meinen Hut vergessen Ich muss sagen, das heutige Gras ist viel härter als in meiner Jugend Hey, was haltet ihr von einem echten Bootsausflug? Nicht eine einzige heiße Braut dabei Volle Kraft voraus, wir trotzen den Torpedos Was hat er gesagt? Wir fahren nach Schweden? Aber nein, wir sind verwegen Willkommen in der Küche von morgen Schon heute Marge, wie viel zahlst du für eine selbstwendende Hamburger-Tanne? Gar nichts Antworte nicht vorschnell Sieh dir an, wie einfach es ist, Hamburger zu wenden mit Gottes großartigster Schöpfung Der Feder Aufgepasst Alles in Ordnung? Ein paar Verbrennungen im zweiten Grade, aber ein paar erstklassige Hamburger Ich verlange, dass du diese Federn sofort wegwirfst Augenblick, dann sieh dir erstmal das Baby von morgen an Tada! Wenn ich sie fallen lasse, gibt's keine Tränen mehr Gib mir mein Baby Gib's auf, halt, ich lande den Treffer Diese Federn haben umgehend aus dem Haus zu verschwinden Man spült eine weg, sie wirbelt herum Und das mit fast tausend Federn, zu dumm Du spülst diese Federn doch wohl nicht die Toilette runter? Natürlich nicht! 999 Federn bis weg, ich spüle sie runter hinaus in den Track Merkwürdig, hier hat es doch mal von russischen U-Booten gewimmelt Jetzt sind es nur noch vier Ein Junge Heuer! Bart Dimpsen! Sag mal Bart, bist du verrückt? Du musst diese alten Leute auf dem schnellsten Weg in ihr Altenheim zurückbringen Auf keinen Fall, jetzt haben sie endlich mal ein bisschen Spaß Ja, Bart, vielleicht hast du recht Die merken nicht mal, dass sie ihre Medikamente nehmen müssen Medikamente nehmen, ja wunderbar Hier damit, hier damit, hier damit Die nehmen alles, was auf Wachen wird Ja, aber ich hab euch doch befreit Kein Mittagsschlaf mehr, kein Bingo Ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt Gut, spielen wir Bingo Ja, ich spiele Bingo Immerhin hast du mein Schlachtschiff versägt Sagen Sie, Smithers, haben Sie all Ihre Marine-Kameraden so gemalt? Bis ich unehrenhaft entlassen wurde, Sir Verstehe das nicht, Grandpa Wenn ihr euer langweiliges Leben so gemocht habt, warum seid ihr mir dann gefolgt? Um uns die Zeit zu vertreiben bis zum Bingo Wie können Sie ein so großes Boot übersehen, das direkt auf uns zusteuert? Oh, tut mir leid, ich hab zwei Glasaugen Oh, das find ich nicht fair Ich will aber jetzt noch nicht sterben Ich dachte, ich sterbe bei einem verrückten Motorradrennen im Alter von 15 Haha, ihr seid noch nicht tot, ihr verweichlichten Winzlinge Jack LaLane Keine Angst, ich rette euch auf meine Jack LaLane-Art Was ist hier eigentlich? Ach, was für ein Jammer, nicht ein heißer Feger dabei Sag mal, arbeitest du morgen wieder im Alten Heimbad? Oh, ich glaube, mein Dienst für die Gemeinde ist beendet Oh, schade Aber ich kann dich gern nach der Schule mal wieder besuchen und dir einen Limbo-Stab bringen Ja, wunderbar Bitte mach, dass das ein Bär gewesen ist Oh, oh, wie viel hab ich gegessen? Oh Du kannst nicht weiter Raubbau an deinem Körper betreiben Pff, ich bin so gesund wie ein Pferd Pferde werden aber nur 30 Jahre alt Hahaha, was? Wenn du nur wenigstens damit aufhören könntest, nach 3 Uhr morgens zu essen Mehr verlange ich ja gar nicht Altsch hat recht Ich werde nach oben gehen, sie in meine Arme nehmen und dir sagen, dass ich von jetzt lang gesund leben werde Die Beine marschieren, das Blut fließt, zwei auf einmal Das Herz explodiert Oh, Salami Das Einzige, was bleibt so klug in letzter Worte Wir betrauern den Verlust von Homer J. Simpson Geliebter Ehemann, Vater und schlecht informierter Sportfan Er wusste beim Fernsehen nie, welches Team er anfeuert Mein herzliches Beileid für diesen schlimmen Verlust Wenn du eine Weile angemessen getrauert hast und so weiter und dann auf einen Kaffee gehen willst, bitte ruf an Ja Danke, Mo Hört auf! Hört auf mit dem Jammern und Heulen und dem Oje Homer ist nicht tot Ich habe eine Kopie gemacht Ich bin Nummer zwei Du bist am Leben Wie ist das möglich? Ich habe es geschafft, Homers Erinnerungen in den Körper eines Klons zu pflanzen, der in jeglicher Hinsicht identisch mit dem Original ist Ich wollte ein Schaf klonen, aber ich musste mit etwas Simplerem beginnen Da kam er mir recht, weil er das Gehirn eines Einzellers hat Oh, Dad, du bist wieder da, gerade rechtzeitig für meinen Liederabend Kann mich jemand umbringen? Homie, ich hoffe, du nutzt diese zweite Chance dazu, etwas vernünftiger zu leben Amen, Baby Hast du Kartoffelsalat für den Leichenspaß gemacht? Ja Dieser Mann hat seinen Kartoffelsalat wirklich geliebt Ah, hey Mitch Da sind wir schon wieder Und, oh, hier, meine neue Karte Ja Bin wieder da Komme schon Ich kann so oft sterben, wie ich will Frank hat so viele Homers, wie die Tüllerien-Parkbänke haben Hä? Wo habe ich das denn her? Ich habe ein Chip mit abendländischer Geschichte eingepflanzt, aber sie haben sich nur die Orte gemerkt, an denen man sitzen kann Klasse! Homer, Sie werden wieder gesund, aber keine feste Nahrung für die nächsten zwei Wochen Oh, zwei Wochen? Wir betrauern ein weiteres Dahinscheiden eines weiteren Homers Simpson Geliebter Vater, immer in unserem Herzen Lokalgröße und so weiter Gut, wir sind bereit für das Robo-Krematorium Augenblick! Fahr nicht zu weit weg, Cremo Oh, Mo, schon wieder die alte Nummer Ganz ehrlich, nein Ich habe es satt, mir Hoffnung zu machen Du und dein unsterblicher Ehemann können mich mal kreuzweise Ich bedauere das ausgesprochen, aber dieses Mal ist es mir nicht gelungen, Homer wieder zum Leben zu erwecken Ach, du Vollidiot, Mo, musstest dich ausgerechnet heute so benehmen, wie du bist Es ist nicht alles verloren, ich habe es geschafft, Homers Gehirn auf einen USB-Stick runterzuladen, das wird reichen müssen Hey, wo ist mein Körper? Sie haben all ihre Klone verbraucht, sie fettes, fettes, verantwortungsloses fettes Schwein Ab jetzt senden sie ein Gesicht auf einem Monitor Viel Spaß im Bildschirmschoner-Modus Oh, da kommt eine Ecke Ich werde das noch einmal sagen Mir geht's gut Hey, Kinder, wollt ihr Grandpa Homer durchs Haus jagen? Ja, toll! Nach 35 Jahren ehefraulichen Gehorsams bin ich mit einem Gesicht auf einem Bildschirm verheiratet Glaub mal nicht, dass ich Spaß dabei habe, Marge Uh, Lolli-Schnappen Juhu, Doppelbock und Power-Up Wie geht es dir, Milhouse? Mit Lisa läuft es nicht sehr gut Wenn es das Eichhörnchen nicht gäbe, das unser Vogelfutter frisst, hätten wir nichts, worüber wir reden können Wie ich dir bei unserem Gespräch vor einem Monat sagte, leiste ich ehrenamtliche Arbeit für die Untotenstiftung Äh, Marc, Entschuldigung, ich glaube, ich brauche einen Neustart Steck die Spitze von deinem Stift in dieses Loch und halte ihn für 15 Minuten Nein, ich werfe dich aus dem Haus Du kannst bei deinem nutzlosen Sohn leben Aber was habe ich denn getan? Gar nichts, die letzten 30 Jahre Ihr passt perfekt zusammen Nein, 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 nicht rausziehen, bevor du mich abmeldest Das tut sau Na, Dad, was hältst du von meiner Bude? Junge, kannst du mich kurz auf 3D schalten? Na, warte, du Kleiner Ich werde dich lehren, meine Faulheit zu kopieren Okay, Jungs, Zeit, dass ihr zu eurer Mutter geht Die Haustür von eurer Mom Hi, Jerry Hey, Bart, schön, dich zu sehen, Mann Wie geht es dir? Gut, gut, wie ich sehe, bist du noch mit Jenda zusammen Ist sie da? Oh ja, sie kommt gerade aus der Dusche Hey, toll siehst du aus, Mann Gehst du ins Fitnessstudio? Nein Da kannst du froh sein, wenn ich nicht täglich in die Muckibude gehe, bin ich voll Hey, Baby Beeilt euch, Jungs, wir campen dieses Wochenende Aber Camping ist unser Ding gewesen In einem Auto zu leben, bezeichne ich nicht als Camping Und du hast recht, Babe Wiedersehen, Baby Pass auf dich auf, Bart Hey, der Scheck ist am ersten fällig, egal ob es ein Wochenende ist oder nicht Dad, wenn ich je einen väterlichen Rat nötig hatte, dann jetzt Nun, liebes Publikum, Jolly hat es ganz toll gemacht und sich auf die Hinterbeine gestellt Was kriegt sie jetzt? Eine Ziege Kopf hoch, Bart, du darfst mit Dinosauriern arbeiten Oh, ich vermisse meine Kinder Du bist zu haben und du bist runtergekommen Ich kenne ein paar Stripperinnen, die mit meiner Mom arbeiten Ist deine Mom nicht 87? Nachdem es keine Rentenversicherung mehr gibt, kann sie sich den Ruhestand nicht leisten Wie konnte das in einem Senat mit 99 Demokraten passieren? Der eine Republikaner kann sich ziemlich gut durchsetzen Gehirne Tut mir leid, Terrence, das ist eine synthetische Substanz Produziert für Zombie-Veganer oder C-Ganer Was willst du denn hier? Du bist nicht ans Telefon gegangen Ich hatte Angst, ich hätte vielleicht einer gebissen Oh, Zombies sich nicht können kontrollieren Wir tun nur Beißen, Beißen, Beißen Sie, Sir, sind Rassist Ich bin sicher, Sie gehören zu den Guten Nicht, dass ich damit sagen will, dass es Schlechte gibt Aber alle Klischees und Vorurteile basieren auf... Auch bäh Ich glaube, ich bin noch nicht dazu bereit Alter, es ist zwei Jahre her, dass du geschieden wurdest Oh, ich liebe dein Parfum Riechen wir uns später noch? Warum riechen wir uns nicht gleich? Das sah nicht so schwierig aus Weißt du was? Mit meinem Job mache ich Ladies glücklich, die noch größere Monster sind als du Geschieden? Ohne Selbstbewusstsein? Kommen Sie rein Bart Simpson Mann, das nenne ich zielgerichtete Werbung Nach dieser Prozedur werden Sie Ihre Scheidung völlig verarbeitet haben Und wie lange dauert das? Es wird vorbei sein, bevor ich diesen Satz beende Wow, es funktioniert Ich trauere meiner Ex-Frau überhaupt nicht nach Nehmen Sie Eheringe als Trinkgeld Da steht ein Glas Noch ein Schuss in zwei Wochen und Sie sind wieder fit Bis dahin werden Sie unter Zombieismus leiden Gehirne Die sind für den Unterricht Wie Plastik-Sushi vor einem japanischen Restaurant Schaufenster-Sushi gefälscht? Schaufenster-Sushi gefälscht Eikaramba, ich hab's wirklich verarbeitet Hallo, mittelmäßig schöner Mann Tut mir leid, aber dieser Bildschirmschoner ist mir ein bisschen unheimlich Mach dir keine Sorgen, der ist schon seit Tagen so eingefroren Gehirne! Gehirne! Gartengehirne! Äh, scharfe mexikanische Gartengehirne? Zu viel Natrium Gib mir dein Geld! Haaaah! Was haben wir denn hier für ein Hoppala? Ja, ich bekämpfe das Verbrechen! Jetzt mach ich aber einen Aufstand! Da, aufgestanden! Der alte Milhouse wäre hilflos gewesen und hätte einen Asthmaanfall bekommen Nicht atmen! Nicht Asthma! Ich liebe es, wie du die Grammatik aufs Simpelste verkürzt Klugheit, Kürze, Würze Äh, was kochst du da? Gar nichts Weißt du, Dad vermisst dich wirklich sehr Also ich vermisse seinen ganzen Quatsch nicht Er hat sehr viel auf die Waschbären geschoben Von dem ich jetzt doch glaube, dass er selbst war Vielleicht hätte ich das nicht tun sollen, aber ich habe ihn mitgebracht Oh! Die Real Housewives von der Venus Entschuldige, ich habe Dad wohl mit was anderem überspielt Aber als du noch dachtest, er ist es Hast du dich gefreut? Natürlich vermisst man einen Mann, den man 127 Mal begraben hat Hey Homer, dein Robo-Körper ist endlich da Wurde auch Zeit Hä? Hm? Hm? Hey, wo ist mein Zauberstab? Hm? Oh Hallo? Hallo? Haaaah! Ihr zwei seht glücklich aus, ha? Ja, aber Mom ist traurig Jerry ist nämlich ausgezogen Ich dachte, er ist der richtige Bart Ich habe einen Salzwassertank gekauft, in dem er sein Exoskelett abwerfen konnte Und wenn ich jetzt dran vorbeigehe, fühle ich mich so blöd Er ist der Blöde, du bist toll Das sagst du doch nur, weil du es sagen musst Ich muss überhaupt nichts sagen, glaub mir Kein Kerl will, dass seine Ex scharf oder süß aussieht Das macht ihm nur klar, was er verloren hat Wow, wow, du bist erwachsen geworden Wir sollten mal Abendessen gehen Dad, kannst du auf die Jungs aufpassen? Ja, natürlich Körper, geh zu Mo Hey, du bist heute ziemlich schmerksam, Homer Ganz ehrlich, das war ein sehr schöner Abend Viel Vergnügen bei Ihrem Nachtisch Mann, wann ist dein Stimmbruch endlich rum? Ich habe auf einmal Lust auf einen anderen Nachtisch Oh, ja, ein bisschen weiter ausholen Oh, ja, sehr gut Zeigt eure schlimmste Seite Kommt schon, umarmt euer Grandpa Bedrohung registriert, terminieren, terminieren Kinder haben so viel Angst davor, terminiert zu werden Du siehst gut aus, Hybrid-Rupprecht Vater, was bin ich? Jungs, setzt euch Unser Leben wird sich etwas verändern Oh oh, sowas ist nie gut Das hier schon Euer Dad und ich versuchen es nochmal miteinander Wie eine Rockband, wo der ehemalige Aussteiger plötzlich Geld braucht Wow, alle sind wieder zusammen Außer Grandma und Grandpa Äh, ich glaube, das wird sich demnächst ändern Gehst du nicht arbeiten, Dad? Einer muss bei euch zu Hause bleiben Und eure Mom kann ihren Job bei Google nicht aufgeben Wir müssen diese fahrerlosen Autos einfangen, die bösartig geworden sind Du bist wieder an einem Rastplatz vorbeigefahren Ich halte nicht wieder an Aber ich habe eine große Limo getrunken Ich sagte, nimm die Kleine Die war nur 50 Cent teurer Spielen wir das Schweigespiel Also kann jemand eine Dollarnote hochhalten Oh oh, da haben wir wohl jemanden beim Mittagsschläfchen gestört Aber wenn du schon wach bist, kannst du uns ja mal zeigen, wie du jonglierst Milhouse, du solltest doch heute für deine letzte Anti-Zombie-Injektion zu mir kommen Ja, aber, äh Ich sollte gerade auch im OP sein Also kneifen wir wohl beide Aber wenn du willst, dass Milhouse wieder so wird wie früher Musst du ihn morgen in die Praxis bringen Aber Doktor, so wie er jetzt ist, finde ich ihn viel interessanter Verstehe Sehen Sie nun, wie majestätisch und elegant Sie sich fortbewegten Der Ohrring, den ich beim Teleportieren verloren habe Ist offensichtlich in Florida Ja, das war kein Ich hab dir zugehört Ja, du guckst irgendwas Was? Ich? Das ist doch lächerlich Ich wusste es, wir wollten Zeit miteinander verbringen Und du glotzt dieses Spiel Du hast mich ignoriert, du schreibst SMS Ja, aber nur um mich darüber zu beschweren, dass du mich ignorierst Nichts weiter Wenn ich dich ignoriert haben soll, wie ist mir dann aufgefallen, dass du ignoriert hast, dass ich dich ignoriere? Ha Und ich hab gedacht, dieses Mal wird alles anders Ist es auch Du bist vier Jahre älter Wow Was willst du mir damit sagen? Äh Hey Bart, was darf's sein? Ein großes Bier und keine Frauen, die einen verurteilen Das ist so typisch für dich Was machst du denn hier? Ich muss mir überlegen, ob ich Milhouse... Ach... Wieder menschlich mache Ich mag sogar seinen jetzigen Geruch lieber In unserer Gefriertruhe ist Fleisch schlecht geworden und mein Herz ist gehüpft vor Glück Pfff, ihr zwei wisst doch gar nicht, was eine schwierige Ehe ist Mom, ich muss es wissen, verrat's mir endlich Was ist das Geheimnis? Warum bist du mit Dad so ewig zusammengeblieben? Als ich acht war, hielt ich ihn für einen magischen Gorilla Na, hört zu Das Leben ist hart, es ist nicht einfach durchzukommen Aber eines weiß ich genau Wenn man eine Entscheidung getroffen hat, die aus dem Herzen kommt, dann bleibt man dabei Genauso wie meine Ehe Oder meine Scheidung Oder meine Entscheidung darf man im Alter zu unterstützen Darf man hat's immer noch drauf, Party zu machen, oh ja Warte Mom, heißt das du verzeihst Dad und nimmst ihn wieder zurück? Nein, ich werde mich für immer zu ihm gesellen War das jetzt Liebe, Selbstmord oder ein echt langweiliges Videospiel? Lisa, ihrem Mann geht es wieder bestens Keine Spur von Zombieismus mehr übrig Sind Sie sicher? Ja, ich werde ihm dieses saftige Gehirn zeigen Ich falle in Ohnmacht Hurra Also, Gender, ich weiß nicht, was Liebe ist, aber ich weiß, was es nicht ist Und wir sind es nicht Ja, du hast recht Deswegen bin ich wieder zu Jerry, ohne es dir zu sagen Hey, Kumpel, wie geht es dir? Was? Weißt du was, Gender? Ich bin nicht mal sauer, weil ich die Sache mit dir endgültig überwunden habe Beende Moment, warum bin ich wieder hier? Sie waren nie weg Was Sie zwischen dem Knopfdruck und jetzt erlebt haben, war ein neurologisches Implantat in Ihrem temporären Hirnlappen Ähm, gucken Sie mal in mein Profil Nicht sehr klug in Kindersprache reden? Es war alles ein Traum Und du darfst jetzt nach Hause Bin ich auch sicher geheilt? Keine Gefühle mehr für meine Ex? Absolut, wir behandeln hier viele Obsessionen erfolgreich Und es beginnt ein neuer Tag für gar nichts, Stu Wow, ich bin frei, mach dich bereit, Welt Es gibt ne Menge neuer Fehler, die ich machen kann Äh, der alte Gil könnte einen Neubeginn brauchen Waren Sie nicht heute früh schon hier? Ich hatte einen schlechten Tag Nach 35 Jahren Ehe haben wir es nun endlich richtig hinbekommen Ja, selbst meine Persönlichkeit hat ein, wie sollen wir es nennen, Upgrade bekommen Oho, das ist ein kleines Juhu wert, in der Tat Lies, ich hoffe zwischen dir und Millhouse läuft's gut, aber falls nicht, weiß ich genau, wo du hinkannst Danke, aber Millhouse und ich können uns gerade echt nicht beklagen Obwohl er gar kein Zombie mehr ist? Nein, das ist doch nur in deiner falschen Erinnerung passiert Es gibt keine Heilung für Zombieismus Tote Blume von totem Ehemann Und ich war auch nur eine falsche Erinnerung Nein, du warst echt Oh, Mist Hör auf, Bart Lass das! Lass das! Lass das! Mom! Bart schneidet Grimassen! Hör auf damit, Bart, Huber, sag es ihm! Bäh, bäh, bäh Dämliche Viecher Ah, die gute Tageszeitung Oh, das Obdachlosenasyl für Männer verschenkt 60 besudelte Matrassen Warum liest du überhaupt diese zu verschenken Annoncen? Da findet man nie was Brauchbares Oh, meine Güte! Was ist denn? Ein Tramampolin, äh, ein Tramampolin Was denn nun bitte? Ach bitte, Humor, schlepp uns nicht noch mehr alte Krücken an Das könnte dir so passen Das Tramampolin kriegt Hey, das Wasser ist nicht gratis Kasti! Ich bin's! Kommen Sie wegen des Trampolins? Ja, wie sieht's denn aus? Bei meinen Auftritten gab's immer viel Artistik Stattdessen werd ich jetzt mehr schmutzige Limericks ins Programm nehmen Es gab mal einen Mann namens Enes Und das Ding darf ich umsonst mitnehmen? Klar doch, jetzt gehört es Ihnen Du bist ein braver Hund, ja, das bist du doch auch, oder? Hallo, Junge! Hallo, Junge! Hallo, Junge! Wow! Wow! Ich kann es einfach nicht glauben! Wow! Juppie! Juppie! Das lässt dich fast vergessen, was für ein trostloser Fahrzeug du all die Jahre warst Wow! Juhu! Juppie! Davon werd ich nie genug kriegen! Davon werd ich meine Hochzeit feiern! Wow! Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist Marsch, das ist die beste Gymnastik, die es gibt Und es verdoppelt den Wert unseres Hauses Außerdem gab's das umsonst Ist es auch stabil genug? Aber selbstverständlich Und das ist erst der Anfang Ich habe nämlich Große Pläne Das riecht aber komisch da drin Nein, es riecht nicht Otto, bist du verletzt? Nein, reg mir nur die Schulter wieder ein Danke, mein Junge Hey, jetzt hat er sich vorgedrängt Au, mein Arm Juhu, au, ich hab mir in die Zunge gebissen Jeder Sprung bringt einen näher zu Gott Fang mich, Gott, fang mich Au Was haben wir getan, dass Gott wütend auf uns ist? Du wirst schuld Springt nicht auf mir rum, ich bin verletzt Kinder, Kinder, wenn einer verletzt ist, beiseite treten und andere springen lassen Zuma, das ist ja furchtbar Okay, ist ja gut, ich werd mir was einfallen lassen Ich hab dir gleich gesagt, das ist keine gute Idee Naja, wie du meinst Dann schaffe ich das Trampolin wieder weg Hey, Krusty Ich möchte in das Trampolin Fahren Sie weiter Und zwar sofort Weg ist es Das war das letzte, was wir von unserem Trampolin gesehen haben Damit sind wir es endgültig los Wenn das ein Trickfilm wäre, würde der Felsen jetzt abbrechen Ich hab Durst Schachmatt, Mr. Trampolin Na schön, im Moment hast du zwar gewonnen Aber eines Tages wirst du rosten Rosten wirst du Dad? Dad? Willst du das Trampolin wirklich loswerden? Oh ja Pass mal auf, das ist ein Fahrradschloss Und jetzt drehen wir uns um und zählen bis drei Eins, zwei, drei Zählen wir doch bis fünf Jetzt hab ich endlich ein Bett, sehr gut Leise, sonst wächst du den alten Simpson auf Hey, das Trampolin ist weg Dann hüpfen wir stattdessen auf dem Auto rum Ich nehm zu, das Trampolin war ein Reinfall Aber weißt du was? Zumindest versuche ich mich zu entfalten Wenn's nach dir ginge, würden wir nur arbeiten und in die Kirche latschen Nein, das ist nicht wahr Dann nenn mir eine Sache, die im letzten Monat Spaß gemacht hat Ich kann dir sogar zehn nennen Ähm, ich hab'n einen Top gekocht Der war gar nicht komisch Bitte sag mir die Wahrheit, Kinder Bin ich wirklich humorlos? Nörgle ich immer nur rum? Ähm, naja Du hättest anrufen können, ich hab' mir Sorgen gemacht Tut mir leid, aber wir müssen sparsam sein Bad Fluch hier nicht dauernd Und du wirst diese Operation nicht selbst durchführen Siehst du, Marsch? Ich hatte keine Ahnung, dass die Leute mich so einschätzen Bist du jetzt wütend? Nein, überhaupt nicht Ich werde meine Schwestern besuchen Passen Sie auf, Marsch, was hätten Sie mich angedellt? Dein Blutdruck wird schon gar nicht mehr angezeigt Und deine Urinprobe gefällt mir auch nicht Du bist auf dem besten Weg zum Nervenzusammenbruch, halte ich an Brad Goodman Seine Informationssendung läuft rund um die Uhr auf Kanal 77 Danke, Martha Quinn Sie haben es selbst gehört Spontane Äußerungen von berühmten und wichtigen Persönlichkeiten Sie zählt zu meinen Lieblingen Ich fand sie toll in dem Dings, den ich gesehen habe Mein Kursus kann Ihnen bei jeder Form von Persönlichkeitsstörung helfen Die im Bereich der Regenbogenskala Ich fühle mich nicht wohl liegt Sehen wir uns den Regenbogen an Was sagt er uns? Depression, Schlaflosigkeit, Schwarzsucht, Augenrollen, Unentschlossenheit, Entschlossenheit, Romkommandieren, unkontrolliertes Hinfallen, altersbedingte Vulgärsprache oder AVS Und chronisches Nörgeln 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 Tut mir leid, das hat er manchmal Nörgling Das gibt's, Marge Ich seh mir ne Videokassette an, die vielleicht unser Leben verändert Oh, hallo, ich bin Troy McClure Sie kennen mich vielleicht noch aus den bekannten Selbsthilfe-Videos wie Rauchen Sie sich schlank oder mehr Selbstvertrauen, Dummkopf Heute will ich Ihnen vom einzig wahren Weg zu geistiger Gesundheit berichten Ganz recht, es handelt sich um die Brad Goodman Das kann ich nicht mehr genau erkennen Marge, darf ich draußen spielen gehen? Psst, noch vor ein paar Wochen war ich ein abgetakelter Schauspieler Mit Alkoholproblemen Dann lief mir Brad Goodman über dem Weg Er gab mir diese Rolle und eine Dose mit hochprozentigem Stoff Ach, schon ein kleiner Schluck lindert den Schmerz Und nun will ich Ihnen den Mann vorstellen, der Ihren Lebens Inhalt aufbessern wird Brad Goodman Ich bedanke mich ganz herzlich, Troy Es freut mich übrigens gar nicht, dass du noch immer trinkst Aber wenigstens hast du's von über 50 auf eine reduziert Man fragt mich häufig nach meiner Qualifikation, Freunde Nun, ich mag nicht viele Urkunden oder eine tolle Ausbildung haben Aber eins versichere ich Ihnen Ich habe eine Doktorarbeit abgeliefert, was Schmerzen betrifft Und nun möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihr Leben grundlegend ändern können Troy, dieser Kreis bist du Wahnsinn, als ob Sie mich mein ganzes Leben schon kennen würden Tja, Doktor, damit haben Sie alle meine Probleme gelöst Dieses Video hat mir die Augen geöffnet Jetzt sehe ich, dass ich nur passiv-aggressiv mitschuldig bin Durch mein Nörgeln, wenn du Dummheiten machst, unterstütze ich nur deine Lebensauffassung Und das versetzt mich in eine Schamspirale Ah, genau Ab sofort werde ich nicht mehr nörgeln, sondern nur noch lustig sein Huma, hast du all die Buttercreme-Törtchen vom Blech verputzt? Oh oh, jetzt bist du dran, Dad Marge, ich schäme mich sehr für das, was ich getan habe Ja, Huma, ich höre, wie sehr du dich schämst Und ich spüre, dass du hörst, wie ich mich schäme Ich empfinde Ärger und Frustration Aber auch Toleranz Damit fühle ich mich in meinem Gefühl bestätigt Gut, ich freue mich über dieses Gespräch Ich auch Wow, und gratis Überzählige Eimer mit Mayonnaise aus dem Golfkrieg Oh, Brad Goodman kommt zu uns auf Tournee Aber Marge, uns beiden geht's doch gut Wozu brauchst du Brad Goodman? So, da wären wir zum Vortrag von Brad Goodman Das wissen wir auch Ich wollte euch nur daran erinnern Immerhin haben wir einstimmig beschlossen, dieses Selbsthilfe-Seminar zu besuchen Was für eine abwegige Bemerkung Ja Okay, Leute, dann erzählt, was euch bedrückt Keine Hemmungen, schreit es heraus Alle miteinander Ich bin zu keiner festen Beziehung fähig Ich bin zu nett Ich hab Probleme mit Und ich muss immer alle Leute unterbrechen Okay, okay Dann würde ich jetzt sehr gern mit euch ein interessantes Experiment machen Es ist kein Trick dabei, es ist nur ein ganz einfacher Trick Schließt für einen Moment die Augen Und lauscht der Stimme tief in eurem Innern Dem Kind in euch Hört ihr, was es sagt? Einfach durchhalten, großer Nett Das machst du super Da kommt das Essen rein Allerdings, oh ja Hey Mo, was ist denn mit dir passiert? Du sprichst ja plötzlich nicht mehr mit Akzent Mama Mia Rektor Skinner Versuchen wir es mal mit Wut ausbrüchen Ich darf Sie bitten, sich einfach vorzustellen, diese Puppe wäre Ihre Mutter Okay, ich versuch's Und nun erzählen Sie dieser Mutter Puppe, was genau Sie empfinden Es kann losgehen Ich bin sauer auf dich, Mutter Nicht einfach sauer, stocksauer Immerhin bin ich ein erwachsener Mann Und kann mit allem selbst fertig werden Psst, ich bitte Sie, beruhigen Sie sich Ergreifend Sie kann sich wieder hinsetzen Trotzdem gehen wir Samstag auf den Flohmarkt, ja Mutter? Da seht ihr es, Leute Wir versuchen immer, es anderen recht zu machen Und zu gefallen Wir sind also nicht nur menschliche Wesen Sondern vielmehr menschliche Täter Und wie geht es weiter? Mit dem menschlichen Siegverdrücker Bart, sei still Junge, das war fabelhaft Komm mal zu mir herauf Was hat dich zu diesem Zwischenruf veranlasst? Keine Ahnung Du wolltest dich einfach irgendwie ausdrücken Stimmt's? Ich tu wohl nach mir hin Absolute Spitzenklasse Das hätte ich selbst nicht besser formulieren können Ich tu, wonach mir ist Freunde, dieser junge Mann hier Ist das Kind in sich, von dem ich eben gesprochen hab Was? Sag mal, du hast nie ein Buch von mir gelesen, oder? Erd an Langweiler Das soll vermutlich Nein bedeuten, hm? So schwer von Begriff bin ich nicht Deine Eltern haben fantastische Arbeit geleistet Mama, Papa, würdet ihr mal zu mir raufkommen? Ja, uhu! Danke! Haben Sie vielen Dank! Das ist wirklich mehr als bemerkenswert Hier haben wir einen Mann mit einem gestörten Verhältnis zum Essen Und eine Frau mit einer bizarren Frisur, die sie, ich bin sicher, nur trägt, um zu schockieren Und dennoch ist es ihnen gelungen, einen emotional gesunden Jungen groß zu ziehen Das finde ich fantastisch Oh, danke! Von diesem jungen Mann hier könnten wir alle eine Menge lernen, denn unser... Rüdiger! Gut, Rüdiger Wenn wir also alle ein bisschen mehr wie unser kleiner Rüdiger wären Der heißt aber Bar Der Name ist unwichtig Wichtig ist nur, dass der Junge hier über ein vollentwickeltes, ungebrochenes Ego verfügt Mit, ähm, klar definierten Grenzen Niedlich! Freunde, ich bin begeistert Ich spüre, dass heute Abend ein Wandel in der Luft liegt Ja, ihr werdet alle anfangen zu leben Richtig zu leben Ja! Leben! Leben! Seid wieder Junge! Wir sind wieder Junge! Wir sind wieder Junge! Jetzt nur die Damen! Wir sind wieder Junge! Wir sind wieder Junge! Nur die Senioren da hinten! Leid in der Lunge! Leid in der Lunge! Wahnsinn, der verkauft Ihnen nichts weiter als ein paar abgedroschene Allgemeinklätze Ja, und was für welche! Ein neuer Duft liegt in der Luft von Springfield Frisch wie ein feuchtes Erfrischungstüchlein Endlich stehen die Leute zu ihren Gefühlen und verkehren ohne Hemmungen ganz offen miteinander Ich kann nur sagen, es wurde auch S*** Zeit Dieses Ausleben der positiven Vibrationen verdanken wir einem frechen Jungen, der uns gelehrt hat Was Spaß macht, soll man tun? Lisa, seit heute bin ich ein Gott Sitzt du aus diesem Grund auf einer Eiscremeschnitte? Igitt, igitt! Hier! Statt euch mit einer endlosen Predigt zu langweilen, verlese ich nur einen Leitsatz aus dem Buche Band Tut etwas, was ihr schon immer tun wolltet Machen Sie eine Pause, Mrs. Fish Halt, Augenblick noch, nicht weglaufen Der drahtlose Funk war eine Erfindung von Giulielmo Marconi Wer kann mir sagen, wie sein erster Funkspruch lautete? Ich möchte meinen Namen ändern Sehr witzig, Miller Noch jemand? Wie war der erste Funkspruch? Der zehnte Anrufer bekommt Eintrittskarten für Supertramp Oh, meine Güte, hier ist wohl jeder ein Komiker Ich bin traurig, ich werde mich mit meiner patentierten Spuckorgie von der Brücke trösten Das gibt's nicht! Lisa, jeder hier in der Stadt führt sich jetzt auf wie ich Warum ist das so ätzend? Ganz einfach, Bart, du hast dich selbst als Rebell definiert Und in der Mangelung eines repressiven Milieus wird nun deine soziologische Nische übervölkert Verstehe Seit dieser Hilfe der Selbsttyp aufgetaucht ist, hast du deine Identität verloren Du bist durch den Rost unserer Schnellreparatur ein Stundenfotopulversuppengesellschaft gefallen Das hat zur Folge? Damit hast du die Chance, eine neue und bessere Identität zu entwickeln Darf ich einen gutmütigen Fußabtreter vorschlagen? Klingt gut, Schwesterchen, was soll ich tun? Springfield feiert an diesem Samstag sein erstes jährliches Tuwo Nacht der Ist-Festival Wann es Ihnen passt, schauen Sie vorbei Eine willkommene Abwechslung zu unserem Tu-Was-man-der-sagt-Festival 1946 von unseren deutschen Siedlern ins Leben gerufen Ach, wenn ich Bürgermeister wäre, würde ich euch sofort alle umbringen und euer Trick des Tiers in Schuttodach fliegen Ich weiß, dass es an ist Fakt, wo ihr wollt, Leute, ich bin heute nicht auf dem Vorschriften-Trip Ich fühle mich heute ganz als Freigeist und genieße in vollen Zügen meinen Eise-Creme Er ist im Geiste dieses Festivals und überhaupt habe ich mich entschlossen, Ihnen zu gestehen Ich liebe Sie Hm? Da in diesen bunten Farben Warum mache ich mir was vor im Bootshaus? Was war die Gelegenheit? Finde ich toll Endlich kann ich mal ausgehen, wie ich will ohne von Polizisten aufgemischt zu werden Garopp, danke Ihr müsst mir immer alles nachmachen Au! Einen schönen guten Tag und willkommen zum Tu-Wonach-der-ist-Festival Die Dame neben mir ist übrigens nicht meine Frau Allerdings schlafe ich mit ihr Ich erzähle euch das, weil ich mich über meine Schürzenjägerei selbst sehr freue Yeah! Und nun werden die Pforten zu einer neuen Ära, des sich wohlfühlens geöffnet von dem König des Souls, James Brown Au! Hey, Augenblick mal einen Moment Das Podium ist nicht richtig verschraubt worden, ha? Mir war nicht danach, ich habe keine Lust gehabt Das kann ich dir nachfühlen, mein Lieber Ich will Ihnen Ihr Recht auf Ihre Egozentrierung durchaus nicht streitig machen Aber mein innerer Kritiker sagt mir, Sie hätten ordentlich arbeiten sollen Hey, jetzt aber Schluss, Marge Sollen Sie mir bitte den armen Kerl nicht zu Tode Als nächstes jagen Sie mir Schuldgefühle ein, weil ich keine Lust hatte, das Riesenrad zu höhlen Dem Geiste dieses Tages entsprechend darf ich wohl sagen, was ich denke, ihr beide habt einen Riesenmist gebaut Augenblick, mir ist zufällig nicht danach, mich von Ihnen beschimpfen zu lassen Und mir ist danach, dass Sie den Mund halten Sie gehen mir auf den Senkelskinner mit Ihrem abgenudelten Einheitshaarschnitt mit Ihrer ewig strammen Haltung Ja, und mir geht der Klang Ihrer Stimme auf die Nerven Ach wirklich? Verschwindet! Halt, sofort aufhören! Das ist kein Grund, gewalttätig zu werden Das sehe ich anders Ich hab's gewusst, hätte ich doch nur noch mehr benerben Gottes Zorn trifft uns Wir haben diesen Bright Goodman zu unserem Götzen gefühlt Sie glauben, sich keine Vorwürfe zu machen, Reverend Der kleine Junge da drüben hat schon, der hat angefangen Fass ihn! Und Ja! Lebt wohl, ihr Tortel! Verdammt! Ganz langsam, aber sicher entfischen uns die beiden jetzt Die fahren zu der alten Mühle! Stimmt gar nicht! Was soll's? Gehen wir trotzdem zur alten Mühle und holen uns Apfel mal Ach ja, wenn unser Bart doch nur ein besseres Vorbild für alle gewesen wäre Das ist nicht fair! Wir haben daraus gelernt, dass man Selbstverwirklichung besser Leuten überlässt, die in Großstädten wohnen Nein! Selbstverwirklichung kann man schon erreichen, aber nicht im Schnellverfahren Es ist eine lange, mühsame Reise auf dem Pfad zur geistigen Entdeckung Genau das hab ich doch gesagt Wir alle sind richtig, so wie wir sind Ui, da läuft ja die neue Serie mit dem Polizisten, der in seiner Freizeit Verbrechen aufklärt Lauter Humer! Sie haben diesen drucken Schuppen ziemlich übel zugerichtet, McGonagall Mussten Sie das ganze Mobiliar kurz und klein schlagen? Was soll das, Boss? Sie hatten von Ihrem Schreibtisch aus doch die beste Aussicht Ja, ja, McGonagall lindert den Schmerz Der Fall wird Ihnen entzogen, McGonagall Nein, Ihnen hat man was entzogen, Boss Was soll das heißen, bitte? Das heißt, er hat Ergebnisse vorzuweisen, du blöder Bulle! Dad, setz dich! Oh, entschuldige Hm, wilde ich mir das ein oder ist heute irgendwas seltsam? Du hast recht Es gibt etwas, das heute bei den Simpsons anders ist Dein Vater trägt eine Krawatte Oh, also das ist anders heute Das und sonst nichts Maggie, hör bitte auf, es wird nicht mit dem Essen gespielt Oh, die sind so süß, wenn sie du bloß sind Äh, ja, ist das der Spielzeugladen? Aha, ich soll meiner Tochter ein Geburtstagsgeschenk kaufen Hm, wie hieß es gleich? Da steht's, Perky Patties Prinzessin ins Schloss Es tut mir so leid Aber ich hab ne tolle Ausrede Ich wurde beim Fahren abgelenkt Ach, ist doch kein Problem Zum Glück spüren wir keine Schmerzen Hey, das sind Affenbeine Komm zurück, ich bin ein Clown Ich kann's mir nicht greifen, lächerlich auszusehen Hey, Bart, guck mal, was ich zum Aktionstag dabei hab Wow, ein Stinktier Wen stinken wir zuerst voll? Wir haben ihm die Stinkdrüsen rausoperiert Boah, der Zigeuner, der es mir verkauft hat, hat gelungen Ja, es ist da rein Hört auf, wenn ihr die Steine da rausreißt Könnt ihr die ganze Schule zusammenbrechen Da drin ist ein Stinktier Ja, schottisches Steak Du baust die Schule Stein für Stein wieder auf Das steht aber erst ab zwölf Jahren Altersbeschränkungen sind konservativ Nun noch ein paar aufmunternde Worte von deinem Schulkameraden Danke, Nelson Ein Perky Pattys Prinzessinnen-Schloss, bitte Ah, schön, dass es noch mehr EMPFs gibt Hä? Erwachsene, männliche Prinzessinnen-Fans Es ist für meine Tochter Es ist immer für die Tochter Merkwürdig Kommt mir vor, als hätte ich das schon mal gesehen Gefällt's dir, Schatz? Ich find's toll, Dad Dankeschön Dann viel Spaß beim Zusammenbauen Warte, willst du's nicht mit mir zusammen aufbauen? Auf der Schachtel ist kein Bild von dem Dad Will keinen Ärger bekommen Natürlich machen wir das zusammen Erstaunlich Es hat mir Spaß gemacht, mit dir zu spielen Mir auch, Dad Nein, 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 hör zu Wir haben gespielt Und es war nicht langweilig Wir haben schon oft gespielt Natürlich haben wir das Weil du mein Mädchen bist und ich dich liebe Aber ich verrate dir ein Geheimnis Wenn Eltern mit ihren Kindern spielen Dann finden sie es unerträglich Ich bin keine Ausnahme Oh Plötzlich kann ich nicht mehr atmen Jede Faser meines Wesens schreit nach einem Schläfchen Und wenn mir jemand ein Telefonbuch geben würde Ich würde es lesen Ich schwör dir, ich würd's lesen Wow Aber es gibt doch Millionen von Eltern auf der Welt Ich bin sicher, manche von denen spielen gern mit Null Prozent Überleg mal, was ihr Kinder mögt Tee-Partys ohne etwas Echtes zu essen Versteckspielen, wo jeder gucken darf Und die unmenschlichste Folter, die der Mensch je erfunden hat Candyland Aber das, das ist tolerierbar Eine verrückte Vision Eine Welt, in der nichts aus Bausteinen ist Außer Spielzeug Hey, lesen Sie das Schild Keine Außenrealitäten Marge, ich sage dir, es war völlig verrückt Mein Körper war schwabbelig Und meine Hände sahen aus wie Schlangen aus Fleisch Es war furchtbar Oh Homie, das war vermutlich nur ein Minischlaganfall Das sagst du nur, damit ich mich besser fühle Was du auch gesehen hast, es war nicht echt Denn so funktioniert die Welt Alles passt an alles andere Und niemals wird jemand verletzt Ich weiß Oh, vielleicht brauchst du nur jemanden, der dich ein wenig davon ablenkt Das brauche ich immer Aber ich frage nie Denn ich möchte ja nicht, dass ich abgewiesen werde Oh Baby, ich fühle mich dir gerade so unglaublich nahe Marge, hast du unseren normalen Spiegel mit einem Zauberspiegel vertauscht Den du in einem seltsamen Laden gekauft hast Der nicht mehr da wäre, wenn wir nochmal hingehen würden Nein Homer, reiß dich zusammen Ich bin sicher, dass viele Leute jedes Mal, wenn sie in den Spiegel gucken Ein gräßliches Fleischmonster sehen Wird nicht mehr passieren Na, leg mich am Ärmel Lass mich in Ruhe Warum gehst du nicht dahin zurück, wo du herkommst? Ich habe dasselbe Recht, hier zu sein wie du Ich, Sir, bin im Adventskalender 18. Dezember, letzte Woche Ich werde verrückt, ich muss so viele meiner Gehirnzellen wie möglich töten Da helfe ich gern Was zum? Das ist kein Bier Bier ist aus Plastikscheiben Wie soll ich das bitte trinken? Habt ihr das auch gesehen? Oh, es wird schlimmer Ach, dieselbe langweilige Schule wieder aufbauen Ich könnte aus dem Schuppen sowas Cooles machen, wenn sie mich nur lassen würden Was hast du aus meiner Schule gemacht? Ich habe eine Kletterwand eingebaut Jedes Klassenzimmer ist ein Skatepark Seilrutschen statt Treppen Terminator als Sportlehrer Ihr Büro ist jetzt ein Spukwald mit extra Gespenstern Und sogar zwei Schwungballstangen Kinder lernen nichts, wenn sie sich nicht wie im Kinderknast fühlen Hey, ich habe dieselben Bausteine verwendet Und Ralph You saw Sprachlabor Geile Kirche, ich habe zu viel damit zu tun, verrückt zu werden Komm schon, Homie Wenn ich aufgewühlt bin, dann finde ich immer Trost in der wasserdichten Logik der Religion Bevor die Welt begann, gab es nur einen leeren Tisch Dann schnitt der große Baumeister Plastikbeutel Nummer 1 auf Und ließ das Universum rauspurzeln Dann kam die Zeit des großen Sortierens, Farbe zu Farbe und Form zu Form Und ein Stapel nur aus Fenstern und Türen Und alles war erschaffen aus ewigem Acrylnitril, Butadiens, Tyrol Oder trivial gesagt, Plastik Aber was ist, wenn nicht alles aus Plastik gemacht ist? Ich glaube, in dieser Welt steckt mehr Sie meinen Aufkleber? Die Orthodoxen benutzen sie nicht, doch wir sind eine reformierte Gemeinde Nein, ich meine einen Ort, an dem nichts ineinander passt Und man die Kinder nicht einfach in der Spülmaschine waschen kann Homer, so ein Ort könnte höchstens in einem magieerfüllten Rocksong existieren Wir leben in einer perfekten Welt, in der alles zusammenpasst und niemand verletzt wird Aber ich habe dauernd Halluzinationen Gerade jetzt sehe ich an meiner Hand wieder diese komischen Wurmdinger Ich glaube, die haben Namen, aber ich kann den Finger nicht drauflegen Sieht nicht hin, Jungs Was? Ihr seht sie auch? Er ist ein Freak! Nimmt ihn auseinander und verliert die Teile unter der Couch Also ich finde ihn nicht abstoßend Oh, das ist aber labbrig Komm, Marge, wir brauchen Antworten Und die kriegen wir nur an einem Ort Mal sehen, Finger Komm schon, hier muss doch was über Finger stehen Ich habe schlechte Nachrichten Unsere Religion ist unwahr Tut mir sehr leid Ausgesprochen leid Ich glaube, wenn ich die Schachtel berühre, habe ich wieder eine Erinnerung meines alternativen Ichs Wenn ich von dort nicht mehr zurückkomme, sagen Sie meiner Frau, dass ich sie geliebt habe Ich stehe hier Versprechen Sie es mir Warum habe ich nur so viel Zeit verschwendet, mit Bar zu spielen, wenn ich mit dir hätte spielen können? Ah, unser Mini Springfield wird wirklich richtig klasse Das Rathaus, die Bank, die so komisch riecht, die Entzugsklinik Krusty Burger? Krusty Burger Express? Der Krusty Burger, wo der Gouverneur erstochen wurde? Oh, ihr zwei seid süß Seht mal, was ich im Kunstwochenend-Todesanzeigenteil der Zeitung gefunden habe Ein Lego-Wettbewerb! Wir müssen unser Mini Springfield einreichen, wir sind ein tolles Team! Bin dabei, ich räume mir den Termin frei Hey Lenny, wir wollten uns doch mit den zwei Surfern prügeln, das musst du allein tun Du hast dich auf ihre Fischtrakos gesetzt Na schön, mit dir zu plaudern Lisa, Lisa! Ich habe den ganzen Arbeitstag an einer Dachbrauerei für unser Mini Springfield gebaut Ich will nicht angeben, aber sie kann wirklich braun Hä? Wo ist sie? Okay, ich habe uns Karten für Survival Games um 19.30 Uhr besorgt Ich war noch nie im Kino in einem Film ab 12 Ich frage mich, was das eine Schimpfwort sein wird Vielleicht ist es... Oh, das habe ich ja noch nie gehört Mein Grandpa hat es an Thanksgiving gesagt Wir hängen sonst nicht mit Zweitklässlern rum Aber wir haben deinen Aufsatz über das Buch Survival Games gelesen Und wir waren sehr schwer beeindruckt Du hast wirklich verstanden, dass es in dem Buch eigentlich um Liebe geht Hallo, ältere Mädchen, ich bin Homer Simpson Lisas Spielkamerad und allerbester Freund Ich gehe davon aus, Lisa hat euch erzählt, dass sie eine Mini-Stadt baut Mit ihrem übergewichtigen Vater Oh ja, das wird echt mörder-cool Komm, Liebling, ich will Steine klicken hören Na los! Ich weiß nicht, was er hier oben macht Er bleibt normalerweise im Keller unten Schon okay, Lisa, wir haben auch Väter Ich habe drei Dads Dann bis Freitag Freitag? Aber da ist unser Wettbewerb Ähm, tja, weißt du, am Freitag ist die Premiere von dem neuen Survival Games Film Und die haben mich eingeladen Aber das war unser Ding Ich weiß, tut mir leid Aber ältere Mädchen wollten noch nie etwas mit mir zu tun haben Eine von ihnen benutzt Diodorant Ich weiß aber nicht welche Oh, alles klar Danke, dass du das verstehst, Dad Was ist da gerade passiert? Es liegt nicht an dir Lisa wird älter Es ist wirklich eine schwierige Zeit im Leben eines Mädchens zwischen acht und eigentlich von da ab bis zum Ende Oh, endlich habe ich was gefunden, was ich gern mit meiner Tochter mache und es ist vorbei Ich passe nicht in ihre Welt Das ist für die Tacos Tacorache! Was haben Sie gebaut? Mhm Ach, das ist die doofe Armbrustschützendusse, die mir meine Tochter weggenommen hat Kinder Wildwill ist eine moderne, feministische Heldin Stark, unabhängig und erfinderisch Sind Ihre Brüste größer als auf dem Filmposter? Meine Arbeit an dieser Front endet nie Ich würde so gerne in Mini Springfield leben Alles passt zusammen und nie wird irgendjemand verletzt Okay Unsere ganze Welt ist wohl eine Fantasie eines emotional zerstörten Homer Simpson Dazu möchte ich eine grundsätzliche Frage stellen Wieso? Der echte Homer fürchtet um die Liebe seiner Tochter Also erfindet er diese Spielzeugwelt, in der sich nie was verändert Was macht Sie da so sicher? Ich habe mein Leben zweitklassiger Science Fiction gewidmet Glaubt mir, es besteht kein Zweifel Also wenn ich hier keinen Weg rausfinde Könnte ich für immer in einer Fantasie gefangen bleiben? Ich fürchte ja Juhu, ich bin für immer in einer Fantasie gefangen Lenk meinen flachen Plastikarsch, Realität Der Daddy-Tochterspaß wird niemals enden Diese Spielzeugwelt zu erfinden, war das Schlaueste, was mein hirnloses Hirn je gemacht hat Hier kann nie was Schlimmes passieren Guter Wurf, Homer Ab in die Tupperware damit Wir bauen ihn morgen wieder zusammen Homie, du solltest dich fragen, ob du in einem Paradies leben willst, von dem du weißt, dass es nur vorgetäuscht ist Marge, wer würde aufhören in der Matrix-Steak zu essen, wenn er dafür Schleim in Zion schlürfen müsste? Diesen Film gibt es bei uns nicht Jetzt kann Lisa mich nie abweisen und ich kann für immer mit ihr spielen So, ich bin fertig, mit allen zwölf Ich werde nie wieder bauen, was ich will Lektion gelernt Leider habe ich die zum Geburtstag bekommen Man schenkt mir immer die Schule Funken Einhorn, möchtest du noch etwas Tee? Oh ja, gib mir noch mehr von diesem imaginären Nektar Du warst noch nie so begeistert bei einer Tee-Party Davor hatte ich immer das Gefühl, du musst dich dazu zwingen Das ist vorbei, Lisa Ich habe eine perfekte Welt erschaffen, ohne Filme ab zwölf, die dich mir wegnehmen können Denn in einer Spielzeugstadt bleibt alles perfekt und wunderbar, genauso wie ich es will Du wirst immer mein kleines Mädchen sein und Maggie immer mein riesiges Baby Bart wird nie zu Hause ausziehen Ich werde für immer für Mr. Burns arbeiten Marge und ich werden nie zusammen alt werden und wie fette Katzen von der Rente leben Großer Gott, ich werde nie die Belohnung für ein gut gelebtes Leben einstreichen Den sanften Schlummer des Todes Marge, das war ein schlimmer Fehler Die Zeit mit den Kindern ist deswegen besonders, weil sie älter werden Ich muss in meine Welt zurück Hättest du das nicht sagen können, bevor ich Essen eingekauft habe? Aber ich verstehe dich Leo, Marge, du bist genauso cool wie die echte Marge Wer? Niemand, niemand Plastik-Comic-Verkäufer, ich muss nach Hause Ach so, aber sie haben die Freuden einer Spielzeugwelt kennengelernt, in der nie was Schlimmes passiert Aber ich vermisse es mir, den Mund an Pizza zu verbrennen Und Stuntman-Shows im Fernsehen, wo die Typen wirklich sterben können Sagen Sie mir, wie ich hier rauskomme Sie müssen nur die Schachtel zu ihrer sogenannten Realität öffnen Aber das kann ich nicht zulassen Hä? Sie sind der Böse? Ich dachte, Sie sind der, der erklärt, wie es läuft Als Erwachsener, der sich mit Kinderspielzeug umgibt, repräsentiere ich den Teil ihrer Psyche, der diese Kunstwelt bevorzugt Wie haben Sie das geschafft? Als der größte Sammler aller Zeiten besitze ich jedes Bauset, das jemals rausgebracht wurde Typen in Pyjamas Ich komm hier nie raus Wer könnte so was Tolles bauen, das mich rettet? Wer? Denk nicht mal dran, Junge Du denkst dran, Junge, oder? Ich schick euch dahin, wo ihr herkommt Nach Dänemark Was ist das für ein Ding? Ich hab keine Ahnung, aber es wird ihn fertig machen Der Roboter ist aus Badmobil, Hobbit-Höhlen und SpongeBob-Sets gebaut Das ist Illigugal Kinderpower Löwenfeuer Laserschwertkotze Rektor abfeuern Das erheitert mich seltsamerweise Nein, nein, nein Ich werde ewig Spaß daran haben, mit dem Ding zu spielen Ich bin ein kreativer, aber undisziplinierter Konstrukteur Leb wohl, Homie Deine labbrige Fleischfamilie kann sich glücklich schätzen, einen Mann wie dich zu haben Oh, Baby, egal in welcher Realität, du bist das Beste darin Das war jetzt etwas seltsam, oder? Ein kleines bisschen Dad, wach auf, wach auf Oh, Fleischschließer, du bist es Alles in Ordnung? Oh, ich hatte einen verrückten Traum Ich war in einer Welt, die aus Legosteinen bestand Und hab viel über Eltern und ihre Kinder gelernt Hm, ist das nicht auch die Handlung von... Nein, ist es nicht Die Handlung ist völlig neu Liebling, was machst du hier? Wolltest du nicht deinen Film schauen? Hab mich umentschieden Ich weiß, wie viel dir das hier bedeutet Nein, nein, geh mit deinen Freundinnen ins Kino Denn ich habe eins gelernt Ich kann dich nicht davon abhalten, älter zu werden Ich hab dich lieb, Dad Ich dich auch, Kleine Faison, Joshua Zwingt mich nicht, mich zwischen euch zu entscheiden Bevor ich wieder in den Schlachtendom muss Wir werden dich für immer lieben Auch wenn du uns auf ewig hinhalten willst Auf ewig Auf ewig Wie soll ich zwischen zwei Jungs entscheiden? Der eine gefährlich, aber gut aussehend Der andere stark, aber super süß Oh mein Gott, das ist ja furchtbar Wann schlachten die endlich die Kinder ab? Augenblick, das gefällt dir doch nicht Sie probiert gerade Kleider an Oh, ich wollte doch nur Kinder sehen, die sich gegenseitig abschlachten Hey, wer hat Beetle Bailey ausgeschnitten? Ich brauche meinen Miss Buxley-Schuss Ich mag's nicht, wie du sie verliebt anstarrst Warum liest du nicht Kathy? Die ist richtig lustig Die ist mir zu sehr belastet Oh, mein Horoskop Stier, heute wirst du sterben Was? Und du bekommst ein Kompliment von einem attraktiven Mitarbeiter Lenny? Steht da wirklich sterben? Das ist eigentlich etwas ungewöhnlich für ein Horoskop Dann will ich meins auch mal lesen Am heutigen Tag wird dein Mann sterben Oh, Homer, ich habe Angst Ach, habt ihr etwa Angst vor der Zeitung? Bitte tu mir nichts, Horoskop Ich fürchte mich so vor Au, hey, ich habe mich am Papier geschnitten Hast mich nicht erwischt? Dämliches Horoskop Dämliches Horoskop Oh, hey, ich habe dich erwischt Hau mal, wenn ich dir ein Kompliment machen darf Ja, nur zu Das ist aber eine reizende Klapperschlange, die dir da gerade in den Arm beißt Das kann man sagen, ganz bezaubernd Hast du keine Angst, dass du daran stirbst? Nein, in einer Stunde wird sie müde und hört auf zu beißen Schlangen, die Angsthasen der Natur Das Horoskop war reiner Blödsinn Nichts ist passiert Die Hacke in meinem Kopf, der Klapperschlangenbiss und die Hodengeschichte Was gibt's als Nachtisch? Den gibt's erst, wenn du dein Brokkoli aufgegessen hast Gut, bitte Ein weiterer Todesfall durch Brokkoli Aber ich dachte, Brokkoli wäre... Aber ja, eine der tödlichsten Pflanzen der Welt Er versucht auch uns zu warnen mit seinem grässlichen Geschmack Das geht ganz einfach, wenn sie steif sind wie der hier Ein trauriger Beruf Petrus, jetzt bin ich vor dir im Himmel, Flanders Ich würde mich nicht zu früh freuen, Mr. Samson Ich sehe nicht eine einzige gute Tat neben deinem Namen Ach, weißt du, das liegt bloß daran Homer, beruhige dich Ich gebe dir eine Chance, in den Himmel zu kommen Du hast 24 Stunden Zeit, um zurückzukehren und eine gute Tat zu vollbringen Wie bitte, wie viele Stunden oder gute Taten? Ach, Homie, ich kann immer noch nicht glauben, dass so ein Stückchen Brokkoli dich umgebracht hat Was habe ich mir bloß dabei gedacht? Ich habe den Brokkoli nochmal gegessen Äh, jetzt hast du noch 23 Stunden Marge Simpson Homer, bist du's? Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen Da hast du dich geirrt, tödlich geirrt Hey, musst du so merkwürdig reden? Nein, nicht unbedingt Marge, hilf mir, ich muss eine gute Tat vollbringen, um in den Himmel zu kommen Ich habe eine ganze Liste mit Hausarbeiten Garage fegen, Haus anstreichen, Kacheln verwundet Moment, ich will da nur reinkommen, ich will nicht Jesus werden Okay, nur eine gute Tat Hallo Hey, eine Chance für eine gute Tat Da, na los, Jungs Nein, die gehört mir Oh mein Gott Was, was, was ist plötzlich mit mir los? Die Leute können mir unters Kleid ziehen Jetzt ja aufzulamentieren Oh oh Ich war ziemlich sicher, dass sie der nächste Hitler wird Hallo, gute Tat vollbracht Mal sehen, eine gute Tat Ich muss eine gute Tat vollbringen Warte mal, bist du verrückt? Bingo! Dein, das ist tot, meiner sitzt nur im Klass Nelson! Wer hat das gesagt? Ich bin der Geist, Frau Ich bin nicht Mann, Hilfe, Hilfe Ich habe nur noch eine Minute, um in den Himmel zu kommen Ich werde doch noch eine gute Tat vollbringen können Komm schon, komm schon, denk nach Jetzt hör schon auf zu schreien Mann, bist du ein Würfling Was für ein Wunder Dem Himmel sei Dank Juhu! Hast du das gesehen? Ich habe es geschafft Mach auf Oh, es tut mir leid Ich habe nicht hingesehen Hey, ich dachte, ihr hier oben seht alles Nein, du meinst wohl den Nikolaus Ach, ich will verdammt sein, verdammt Das fürchte ich auch, ja Ich bin Homer Simpson Ruhe, du Sünder Ab jetzt wirst du in Ewigkeit schreckliche Schmerzner dulden Oh nein! Sei jetzt hellig still, sonst wächst du noch John Wayne Ach, ich bin schon längst auf Mein Sohn, du sollst nicht so ins Feuer starren Das ist zu grell Ach, du versäumst das beste Schwesterchen weg mit dem blöden Buch Diese Märchen lenken mich ab von der rauen Wirklichkeit des Bauernlebens Ach, so schlimm ist es nicht Au! Dabei habe ich mich gerade erst von der Pest erholt Hallo, Weib Hallo, Kinder Wer hat Lust auf ein fröhliches Tänzchen? Ach, das soll wohl ein Witz sein Ich bin ganz und gar nicht fröhlich Ich habe meinen Job als Einfallspinsel verloren Was? Wieso werden Einfallspinsel immer als Erste rausgeworfen? Versuch's doch mal als Dummkopf Meinst du? Hey! Na, was ist? Findet ihr mich lustig? Da, da! Ich bin kein Dummkopf, ich bin als Einfallspinsel geboren und werde so sterben Aber Mann, wie sollen wir ohne deinen wöchentlichen Hungerlohn unsere Kinder ernähren? Keine Sorge, in meinem Haus wird kein Kind vor Hunger sterben Macht's gut, Kinder Viel Spaß in eurem neuen Zuhause Und grüßt eure beiden anderen Geschwister Eure beiden anderen Geschwister? Gebt's zu, sie sind keine guten Eltern Halt, unter dieser Brücke wohnt bestimmt ein Troll Alles in diesem Wald beruht auf einem Märchen Und mit diesem Buch sind wir immer einen Schritt voraus Ach Mist, ich bin wieder zu heftig vorgegangen Dabei bin ich so verzweifelt einsam Hallo? Liebenswerte für irte Waisenkinder? Schüsseln mit Haferbrei Hey, das kommt mir irgendwie bekannt vor Mal sehen Oh, verdammt, zu heiß Oh, zu kalt Dazu muss man kein Genie sein Wir sind hier im Haus der drei Bären Das war knapp Ich frag mich, wo Goldlöckchen war Ach, dieses Bett war genau richtig Wenn man seine Kinder im Wald aussetzt, macht man sich ganz schön die Hände schmutzig Was? Du hast unsere prächtigen Babys in den Wald geworfen? Wir hätten sie verkaufen können Zwei Hühner oder Höchstgebot Hol sie sofort wieder her Ich hab eine bessere Idee Ich weiß, wie wir diese Kinder ersetzen können Sohn? Tochter? Es tut mir wahnsinnig leid Tapferer Ritter Ich flehe dich an Klette herauf und rette mich Au! Au! Halt! Warte! Wow, sieh nur ein Lebkuchen auf Kommt nur rein, meine kleinen Schätze Die besten Süßigkeiten sind hier drin Warte, lass mich im Buch nachsehen Die scheint ganz nett zu sein Ich verlasse mich auf deinen Instinkt Du hast wahrscheinlich recht Fege, schneller! Es ist bald Zeit, dass du verprügelt wirst Ach, ist das nicht furchtbar? Ja, furchtbar lecker Dabei mästet sie dich nur, um dich anschließend aufzufressen Dagegen kann man nichts machen Dann hör wenigstens auf, dich so voll zu stoppen Hör auf zu quatschen, nun Fege, lieber Das Haus ist schmutzig Ist doch egal, du hast sowieso keine Freunde Doch, ich hab einen Freund Ja, sicher Wieso? Ehrlich? Tatsächlich? Wie heißt er denn? Äh, George Kochkessel George Kochkessel? Vielleicht macht er mich mit Ed Kochlöffel bekannt Es reicht! Ab in den Ofen mit ihr! Nein! Was? Hm, Lebkuchenwende Vater, ich hab gewusst, dass du uns rettest Euch retten und mich mit Süßigkeiten vollstopfen Alles wird gut Nicht, das ist ein Zuckerbleistock, du dämliche Einfallspinsel! Ach, aber da! Hier, Trudeau! Bitte, das hast du nun davon Hm, Fisch! Frisch vom Grill! Das bin ja ich! Hilfe, ich will hier raus! Einen Augenblick! Oh Gott, nein! Lass mich raus! Größere Schmerzen gibt es nicht! Hallo, ich bin George Kochkessel Ist Suzanne schon fertig? So gut wie Geben wir ihr noch 20 Minuten Ja, aber das Konzert beginnt um 8 Tja, wir sind zwar immer noch arm Aber dank eurem Vater werden wir niemals verhungern Apropos, wie lange dauert's noch? Sofort! Und nun brauchen wir einen Freiwilligen, der mit Snorki herumtollt Hebt die Hand, wenn ihr Lust habt! Was las ich, wenn ich den? Ach, Snorki! Wir werden jetzt das Hummerbecken aufheizen, Leute Lauf drüber, um sie nochmal zu streicheln, bevor ihr sie esst So, jetzt sind sie endlich weg Jetzt kannst du... Hey, wo willst du hin? Oh, du möchtest zu deinen Freunden? Nur befugtes Personal, keine Delfine Ähm, oh Er versucht zu fliehen Leg ihn um Na los! Schwimm in die Freiheit! Schnell! Ah! Tja! Alkohol und nachts baden gehen Eine wunderbare Kombination Haie! Die Mörder des Meeres! Oh, ihr seid keine Haie, sondern Delfine Die Clowns des Meeres Au! Au! Hey, was soll denn das? Au! Au! Hm, Schnapsnase, Prellungen, Atemlochverbrennungen Flossenabdrücke Scheint das Werk von Teenager-Rodis zu sein Lo, sag den Schülerball ab! Hm... Hm... Arr! Es geht los! Die Delfine haben es auf uns abgesehen Und nur dieser alte Seebeer weiß, wie man ihnen Einhalt gebieten kann Und nur dieser alte Seebeer weiß, wie man ihnen Einhalt gebieten kann Zwei Crusty Shakes, einen Donut Burger mit Käse und einen Party Eimer voll mit Flan Mhhh... Ja, ich hätte gern Pommes frites dazu Um nicht arbeiten zu müssen, tun die heute alles Unsere Hauptschlagzeile, die Killer-Delfine Killer-Delfine? Die seit kurzem aufgetretene Mordwelle Habe ich eben gesagt Killer-Delfine? Ich meine natürlich Killer-Italiener. Graue, schnapsnasige, intelligente Italiener. Intelligente Italiener? Da stimmt doch was nicht. Es sind die Delfine. Wir müssen ihnen Einhalt gebieten. Wenn wir mit Niederfrequenzstimme reden, können sie uns hoffentlich nicht... Diese Delfine sind zum Morden abgerichtet. Wir müssen sofort Grandpa warnen. Die Leitung ist besetzt. Scheint alles in Ordnung zu sein. Nicht verfasst er gleich seinen kräftigen Leberhaken. Leute, bitte! Wir haben alle Angst und sind erregt, aber wir sollten uns nicht von ein paar Killer-Delfinen vom Leben und Treiben abhalten lassen. Willy, müssen Sie das jetzt machen? Ach, wollen Sie strieben? Denn wenn Sie mich unterbrechen, gibt's sofort welche. Seht nur, er geht ans Podium. Ja, aber er kann doch gar nicht sprechen. Snorki, redet menschlich. Tut mir leid, ich fang nochmal an. Vor Eronen von Jahren lebten Delfine auf dem Land. Was hat er gesagt? Dass Delfine mal an Land gelebt haben. Was? Aber dann haben eure Vorfahren uns ins Meer getrieben, wo wir Millionen von Jahren gelitten haben. Aber ihr wirkt doch so glücklich im Ozean. Wir sehen euch springen und spielen. Wir haben versucht, da wieder rauszukommen. Es ist kalt und nass. Jeden Morgen wache ich auf und bin verschleimt. Und das ganze Abwasser, das ins Meer fließt. Das warst du? Das war sie. Ja, nimm sie dir. Sie hat dich ungerecht behandelt. Ich, König Snorki, verbanne hier mit alle Menschen ins Meer. Also, das ist ja nicht bereich, dass ich hier... Ich hab abgeschaltet. Wo gehen wir hin? Halt! Wartet, wir können diese Delfine austricksen. Vergesst nicht, was wir erfunden haben. Computer, Fußwärmer, biegsame Strohhalme, Schrimps zum Selbstfällen, den Heiligenschein und den Puddingbecher. Ich lass mich nicht von ein paar durch Ringer springende Thunfischmampfer herumschubsen. Ich eh... Oh je, so viele Delfine. Oh nein, du armes Ding. Hier, au! Du verdammter... Hey, lass meine Tochter in Ruhe. Was ist hier, Menschen? Wir haben schon ganz andere Spezies ausgerottet. Das können wir doch wieder tun. Freunde, treiben wir sie zurück in den Ozean. Ja! Das verdanken wir alles diesen Delfinen. Die haben es unbedingt so gewollt. Ich wünschte, ich hätte ihren Anführer nicht befreit und damit den Untergang der Menschheit eingeleitet. Ach Schatz, ich würde das nicht als Untergang bezeichnen. Das ist nur sowas wie eine Neuordnung. Weiter nichts, aber... Igitt? Es ist kaum zu glauben, Kodos. Sie haben uns aus ihrer Halloween-Sendung ausgeschlossen. Bist du sicher, dass das Weltraumtelefon funktioniert? Leg auf! Vielleicht rufen Sie jetzt gerade an. Ich hab's geahnt. Wir hätten Ihnen einen Kuchenkorb schicken sollen. Kodos-Produktion? Ja. Aha. Augenblick. Sollen wir eine Werbung drehen für eine Ladenkette, die Old Navy heißt? Na ja. Job ist Job. Unser Gott Buddha sagt, das Geheimnis des Daseins ist es, die Angst zu überwinden. Mein Bruder steht davor, Angst kennenzulernen. Und wie üblich, wird er nichts überwinden. Wach auf, Lies, es ist der letzte Schultag. Wach auf, Max, es ist der letzte Schultag. Letzter Schultag, letzter Schultag. Ich hab jetzt mein Sommer-Hobby-Töpfe aneinander schlagen. Keine Angst, Matsch. Dir zuliebe werde ich diesen liebenswerten kleinen Arsch in einem Frischluft-Sommercamp unterbringen. Das sind Straßenarbeiter aus dem Knast? Bei denen war ich letzten Sommer. Darf nicht wieder hin. Lieb wohl für immer, Multiplikation. Nicht genug Faktoren. Feuerwerk am 4. Juli abgesagt? Kein Feuerwerk. Kann diese dämliche Stadt mich nicht an einem Abend im Jahr unterhalten? Die Stadt ist pleite. Die Feuerwehr muss nebenbei Pizza ausliefern, um Geld zu verdienen. Mein Baby! Spare-Rips! Matsch, gerade wenn man pleite ist, muss man auf sein Erscheinungsbild achten. Am 4. Juli zieht unsere Stadt ihre High Heels und ihr Schlauchtop an und lehnt sich durch Amerikas offenes Wagenfenster. Gott möchte sie segnen. Der letzte Schultag. Projekttag, an dem man lernt, ein Ei auf einem Löffel zu balancieren und an jemanden gefesselt zu rennen, der nie mit einem reden würde. Hey, kommst du nach dem Schulschluss auch zu der Poolparty? Jetzt nicht mehr. Oh, das ist nicht fair. Der hat wirklich drei Beine. Lass meinen Sohn drei Fuß in Ruhe. Er hat rechtmäßig gewonnen. So wie meine Zwillinge Schub und Karre. Jetzt bringt euren Bruder zum Partyschminken. Aber ich will nicht, dass ihr danach wie Freaks aussieht. Eins, zwei, drei, werfen. Die Eier sollen zwischen den Schülern geworfen werden und nicht auf den Rektor. Nochmal und los. Wir machen das so lang, bis ihr es könnt. Soll das das letzte Bild sein, das ihr von der Schule habt? Zieht fester, was ist bloß los mit euch? Hey, auch ich habe Daumen. Ich mag die Knetmasse, die aus dem Popo kommt. Bis nächsten Juni, Macaroni. Und nun der Höhepunkt, das Rennen um die Schule herum. Ehemalige Gewinner sind Tingeltangelmel, Senora Hummelmann und der Olympionike Edwin Moses. Die größte Hürde war es wohl, ihre Heimat zu verlassen. Jede Hürde ist gleich hoch. Mann, was ist das für ein Loser? Ich habe ein Geheimnis, Bart. Das ist gut. Soll ich es dir verraten? Nein. Mein Geheimnis ist, dass ich für dieses Rennen trainiert habe und damit rechnet keiner. Ich habe ein gefaktes Bauch, zieh dir das rein. Ich werde gewinnen und das wird mein Leben verändern. Wow, das Bond zu zerreißen hat dein Asthma kuriert. Fabelhaft. Wechs auf Bar Fimfel. Zwei auf einen, Sieg von uns. 20 auf Milhouse. Milhouse? Das ist eine Chance von 1 zu 1000. Vielleicht sollte ich doch lieber bei Willi wetten. Ich nehme keine Wetten mehr an. Kann mir das Büro nicht mehr leisten. Die Miete ist überfällig, Willi. Bis Freitag kriegen Sie sie, Mr. U., ich schwöre es. Wir akzeptieren deine Transaktion. Wetten mehr an. Und nun das 79. Wettrennen um die Schule herum. Waffe in der Schule. Wasser. Lauft er einfach los. Das Rennen läuft. Ein Rudelfünfklässer liegt dicht beisammen. Simpson in der Mitte, während Database und Cooksheim noch die Windstärke testen. Nach der ersten Kurve liegt Louis in Führung. Gefolgt von Lovejoys Tochter, Fat Tonys Neffen, Brockmans kleine Mädchen und Snakes Sohn. Und dahinter der Huckepack-Senatra. Danach laufen alle Kinder, die wir auch sonst niemals sehen. Was ist das? Milhouse übernimmt die Führung. Der Junge, der sich beim Morgengebet die Schulter ausgerenkt hat. Wenn Milhouse gewinnt, verlieren wir ein Vermögen. Keine Angst, die Strecke ist hinter ein paar Bäumen für keinen einsehbar. Wenn Milhouse dort ist, weißt du, was zu tun ist. Oh ja, total. Ich meine, es ist so offensichtlich. Hau ihm eine rein. Ganz genau. Direkt auf den... Es gibt keine falsche Antwort. Und Milhouse, der Junge, den niemand liebt, baut seine Führung aus. Und wo muss er drüber springen? Über gar nichts nämlich. Ich verschwinde. Gut gemacht, Edwin. Ich werde es schaffen. Ich werde es schaffen. Und wenn ich gewinne, ändere ich meinen Namen in irgendwas Cooles wie... Äh, Winnie, bist du hier, um mir einen Becher Wasser zu reichen? Der beste Tag meines Lebens ist gerade zu jedem anderen Tag in meinem Leben geworden. Bart stand vor einer schrecklichen Entscheidung. Mit seinem Freund verprügelt zu werden oder sich wie ein Feigling davon zu stehlen. Und wie bei jeder Multiple-Choice-Frage, die er jemals gesehen hatte, entschied Bart sich für B. Der Sieger ist Bart Simpson. Bart gewann eine blaue Medaille. Aber war es das wert? Lisa, du musst baden. Mom, ich erzähle hier. Das Wasser wird kalt. Ist ja gut. Als die Nadel auf der Rückseite der Medaille Barts T-Shirt durchstieß, kroch langsam eine Vorahnung seiner wohlverdienten Strafe aus dem Unterholz. Junge, was ist dir an dem dunklen Ort hinter der Schule zugestoßen? Etwas Gutes? Ich erinnere mich leider nicht mehr. Traumatische Amnesie. Vielleicht erinnert er sich nie daran, was passiert ist. Aber das Wichtigste ist, das Rennergebnis ist offiziell. Jetzt muss ich mich um Eiswaffelkopfschmerzen kümmern. Hilf mir, Bart! Hilf mir, Bart! Warum habe ich Albträume? Ich bin kein Feigling. Eine Hühnerfeder? Warum gibst du die mir? Oh, du musst herausgefunden haben, dass ich ein feiges Huhn war. Jedenfalls urteilst du nicht über mich. Ich bin ein Schnulli, du bist ein Schnulli. Während Bart von einem Baby vorgeführt wurde, schien der Gehirnofen unseres Vaters etwas auszubraten. Wenn diese dämliche Einreaktorstadt kein Feuerwerk machen will, dann mache ich's. Ich habe einen Plan gemacht. Vielleicht sollten wir einfach Wunderkerzen hinter dem Haus anzünden. Ich hatte so meine Probleme mit Wunderkerzen. Jippie, 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 jippie. Das Feuerwerk am 4. Juli war etwas anderes. Es bedeutete meinem Dad mehr, als meine Mom je ahnen konnte. Es war der einzige Abend des Jahres, an dem er seine Eltern nicht streiten hören konnte. Er glaubte, es lag daran, dass sie das Feuerwerk genauso mochten wie er. Ich will einen Kurs belegen. Warum bist du nicht zufrieden damit, meine Hemden zu bügeln? Ich brauche Freiraum. Schließ die Augen und stell dir vor, du bist auf Hawaii. Als seine Mom weg war, brauchte Homer einen Helden. Und keiner war ein größerer Held als der magische kleine Mann hinter dem Kontrollpult. Bist du Gott? Nein, nein, aber ich schieße Raketen in seine Gesichter. Hier ist meine Karte. Du solltest sie gut aufbewahren. Mal sehen, in welcher Hose ist diese Karte? Bermuda-Shorts? Bermuda-Shorts? Da haben wir es. Ka-wumm! Giuseppe, ich will, dass Sie aus dem Ruhestand zurückkommen und das größte Feuerwerk Ihrer Karriere abbrennen. Warum komme Sie her und erinnere mich an eine Zeit, in der ich einen Haufen Geld damit verdient habe, etwas zu tun, das ich liebte? Aus den Expendables-Filmen haben wir eins gelernt. Die Menschen leisten dann ihre beste Arbeit, wenn sie schon alt und vergessen sind. Nun, ich bin jünger als Sylvester Stallone. Sie haben mich überredet. Hey, Kumpel. Boat, mein echtester Freund. Ich hab eine Torte für dich. Erinnere dich an nichts? Das ist ein merkwürdiger Spruch. Aber was soll's, Tortenglasur hat immer recht. Willst du Cassidy das Krokodil mit mir zusammen gucken? Ähm, das ist doch eine Babysendung. Mit was anderem kann ich im Moment nicht umgehen. Henrietta Kätzchen, möchtest du mich heiraten? Miau, miau, vielleicht. Ein Kätzchen soll ein Krokodil heiraten. Das würde sie fressen. Pssst. Die Aussetzung der Ungläubigkeit. Freunde helfen Freunden in Schwierigkeiten. Nein, schalt das ab. Das ist zu hart für mich. Manche Leute können mit Krokodilen einfach nicht umgehen. Ist das schon vorbei? Und wenn sie aus irgendeinem Grund unzufrieden sind, erstatte ich ihnen das Geld in Form von Eicheln wieder. Ach, nee, in diesem Schwarzpulver ist Crystal Meth enthalten. Crystal Meth? Was hab ich dann den kolumbianischen Drogenbaronen verkauft? Brandine, wir haben wieder Krieg mit den Escobars. Heißt das, ich rede nicht mehr mit Maria? Äh, ja. Homer, wir besorgen das Feuerwerk woanders. Das Schwein hat wieder C4-Klumpen gefressen. Wir haben einen neuen Athleten in unser Wohltätigkeits-Dream-Team eingeladen. Bitte begrüßen Sie das leichtfüßige Wunderkind, Bart Simpson. Hey Leute, ich hab jede Menge Aufmerksamkeit für meinen Sieg beim Schulrennen bekommen. Ja! Absolut verdient! Ja, ja, danke Mel, aber ich bin nicht hier, um über mich selbst zu reden. Milhouse, willst du zu mir aufs Podium kommen? Was ist los? Ernsthaft, was ist Phase? Ich muss was klarstellen, denn in diesem Rennen lag mein Freund Milhouse in Führung, als etwas Furchtbares passiert ist. Bart wusste, es wäre das Schlimmste, jetzt Lüge an Lüge zu rein. Und genau das tat er. Statt rauszufinden, was wirklich los war, hat Milhouse versucht, es zu überwinden. Das nenne ich einen wahren Helden. Schön gesprochen. Jetzt verteilen wir unsere Gratis-Gummi-Armbänder. Tragen Sie sie nicht im Bett, Sie riechen wie LKW-Reifen. Sie sind ekelhaft. Zwischen die Beine oder Kopf? Äh, zur Abwechslung mal Kopf. Huah! Bart Simpson! Du bist abgehauen, als ich verprügelt wurde! Bart ist ein Feigling! Er hat uns belogen! Nicht weiter tätowieren! Äh, ich könnte ne Einkaufstüte draus machen. Gut, aber ich will, dass oben ein Baguette rausguckt. Au! 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 Seht nur, wie er jetzt laufen kann! Bart war als Feigling entlarvt worden. Und jetzt schien die ganze Welt gegen ihn zu sein. Haben Sie sich je eine Umkehrhypothek überlegt? Deswegen hocke ich hier in dem Loch. Grandpa, alle sagen, dass ich ein Feigling bin. Dann willkommen im Club. Jeder, der alt wird, muss zumindest teilweise Feigling sein. Komm schon, du warst im Zweiten Weltkrieg. Weißt du, wie ich denn die Idee überlebt hab? Nee, kein Problem. Nur ein Tag am Strand. Ich komm dann mal 1946 wieder! Aber die Menschen hassen Feiglinge doch. Das schon, aber wir überleben die Tapferen. Und verbringen als Feiglinge Zeit mit den Witwen der Helden. Nach Korea bin ich in weiblichen Bristen geschwommen. Wow, das hört sich ziemlich cool an. Es hat seinen Preis. Warst du schweißgebadet mitten in der Nacht auf? Ja. Nun, ich auch. Zum Einschlafen zähle ich die Menschen, die ich enttäuscht habe. Das sind Cherry, Issy, Brooklyn, die O'Donnell-Jungs, das verschollene Schiff PT108, die armen Schweine vom Fleischerberg, die Andrews-Sisters. Ich verstehe. Du hast Prinzipien. Ich übernachte zwar hier, aber ich bin wütend. Ich mach das nur, weil es schon vereinbart war. Bart war in der Hölle. Und Homer umgab sich fröhlich mit Feuer und Schwefel. Okay. Dann machen wir mal ein Feuerwerk. Dann fahren Sie jetzt langsam und vorsichtig zu meiner Werkstatt. Sie liegt im Kopfsteinpflasterbezirk. Oh Gott sei Dank, eine wackelige Brücke. Keine Sorge, im Gaslampenviertel sind wir sicher. Darf ich was vorschlagen? Selbstverständlich. Bum-Badabum-Bum-Bum-Badabum-Bau-Badabau-Bum-Bum-Bum. Das ist gut. Falscher Feiertag, Charlie Brown. Edge. Haha. Den schnappen wir. Schießpulver einfüllen, Kugel einwerfen, Stopfen nicht vergessen. Stopf, stopf, stopf. Feines Pulver in die Pfanne. Anlegen, vorsichtig zielen und... Nicht genug gestopft, Chief. Schießpulver, Kugel rein. Stopp, 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 stopp. Feines Pulver in die Pfanne. Komm schon. Oh, mein Junge hat einen schlechten Abend. Wir sollten mit der Show anfangen. Die Zeit ist noch nicht reif. Wenn Sie auf Ihre Uhren blicken und murmeln, hey, wann fangen die Ärsche endlich an? Dann erst sind Sie bereit, verzaubert zu werden. Legen wir endlich los. Ich ertrage es nicht, meine Familie an Amerikas heiligstem Tag traurig zu sehen. Eigentlich hat der Kongress am 2. Juli die Unabhängigkeit erklärt. Und das ist das Datum, das man im Grunde feiern sollte. Hey, Super Mario, erzähl Sie mir nichts über Amerika. Idiota, ich habe recht. Nein, haben Sie nicht. 2. Juli, ich zitiere John Adams. Wer soll denn das sein? Du liebe Zeit, das Wort Zielpublikum erhält auf diese Weise eine ernste Konnotation. Mellhaus, ich kann alles wieder gut machen. Was hast du jetzt schon wieder vor? Steig in den Bus, ich erkläre es dir während der Explosion. Keine Panik, wir sind völlig sicher, solange keiner den Starteknopf drückt. Knall Bart's Dad ein auf den Hintern. Zubefehl. Hast du den Wind mitberechnet? Nein. Keine Angst, Jungs. Ich bleibe bis Berlin bei euch. Und wer ist unser Held? Ich hoffe, es ist Karl. Nein, leider nicht. Ich habe gerade das getwittert, was ich für meine letzte Mahlzeit hielt. Hot Dog und Pommes. Milhouse ist unser unwahrscheinlicher Retter. Hör auf, alles zu erklären. Lass ihn reden. Es ist gar nicht mein Verdienst. Es war Bart, der... Genau gesehen hat, was du getan hast. Milhouse ist hier der Held. Glaubt mir, dem Jungen, der euch dauernd belogen hat. Milhouse! Milhouse! Ach, jetzt verstehe ich. Dankeschön, Bart. Milhouse bekam also die Erlösung, die er verdient hatte. Und Bart in gewisser Hinsicht auch. Feigling! 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 Was bedeutete, dass mein Bruder endlich mal wieder durchschlafen konnte. Feigling! Feigling! Das hat wieder gut gemacht. Also werde ich deine Feder nehmen und gute Nacht sagen. Oh, wo kommen die denn alle her, Maggie? Oh, ich verstehe. Das wolltest du also... So besser, Kleine? Ihr Lieblingsprogramm, die Nachrichtenparade, präsentiert Ihnen die Nachrichtenparade. Ihr Lieblingsprogramm. So wie die Leute sich hier aufführen, könnte man meinen, die Straßen wären mit Gold gepflastert. Das sehen Sie doch. Habt ihr ein paar Pennies übrig, Freunde? Ja, aber die kriegst du nicht. Alle wollen immer irgendwas umsonst. Ich bin alt, zahlt mir gefälligst was. Hey, da ist etwas, was man nicht jeden Tag im Klo findet. Hat jemand seine Brille verloren? Letzter Aufruf. Die Summe der Quadratwurzeln der beiden Seiten eines gleichschenklichen Dreiecks entspricht der Quadratwurzel der verbliebenen Seite. Das ist mein rechtchenklichen Dreieck, du Idioten! Vielen Dank für Ihren Besuch in unserem Kernkraftwerk, Dr. Kissinger. Hat Spaß gemacht. Ich rufe an, sobald Ihre Brille auftaucht. Tja, ich habe sie sicher im Wagen liegen lassen. Niemand darf erfahren, dass sie mir ins Klo gefallen ist, ausgerechnet mir, dem Mann, der die Pariser Friedensvereinbarung aufgesetzt hat. Die Buchhaltung jammert, die Wirtschaftskrise hat uns schwer getroffen. Das sind schwere Zeiten. Ich habe schon zwölf Rezessionen überlebt. Acht Börsencrash und sechs Jahre Nixonomie. Dann überlebe ich das auch. Trotzdem würde es nicht schaden, ein paar Angestellte zu entlassen. Ja, sehr gut. Nichts wie weg mit dem, dem, dem und dem. Den Eierkopf sollten wir behalten. Man weiß nie, warum man ihn braucht. Dad, man soll keine Brille tragen, die ja nicht verschrieben worden ist. Lisa, nur weil du drei Meter groß bist, heißt das noch nicht, dass du mir Vorschriften machen darfst. Ich bin Bart. Her damit! Henry Kissinger wurde heute ins Krankenhaus eingeliefert, weil er gegen eine Mauer gelaufen ist. Wir schalten um zu Kent Brockman und seinen schlimmen Wirtschaftsmeldungen. Auch hier läuft es nicht mehr so fröhlich wie früher auf der Arbeitslosenmeldestelle. Arbeitslosigkeit ist nicht mehr nur den Philosophieabsolventen vorbehalten. Auch nützliche Wesen bekommen den Druck zu spüren. Seit nun schon sechs Jahren ist es mir nicht gelungen, Arbeit zu finden. Oh, und welche Ausbildung haben Sie? Über fünf Jahre Ausdruckstanz und sechs Jahre Stipptanz. Der wirtschaftliche Niedergang begann, als die Regierung Fort Springfield auflöste und damit dem Schnapshandel und der Prostitution den Todesstoß versetzte. Selbst auf die Gefahr hin, unpopulär zu werden, mache ich als Reporter Sie die Zuschauer für all das verantwortlich. Ich schlage vor, dass ich den Rest der Stadtkasse in eine aufstrebende Stadt mitnehme, um dort als Bürgermeister zu kandidieren. Sollte ich tatsächlich gewählt werden, lasse ich euch alle sofort nachkommen. Ich bitte um Verzeihung, Bürgermeister. Der Vorsitzende erteilt dem kleinen Mädchen mit dem Hoffnungsschimmer in den Augen das Wort. In dem Schwein hier sind 15 Dollar, die ich von meinem Taschengeld gespart habe. Es ist nicht viel, aber ich möchte gern helfen. Oh, die Summe brauche ich für den Gepäckträger am Flughafen. Wissen ihr, was diese Stadt groß gemacht hat? Unser guter alter Unternehmungsgeist mit ein bisschen Ellbogenfett kann man alle Probleme lösen. Also lasst uns die Ärmel hochkrempeln und... Aber Leute, ich darf doch bitten, bleiben wir lieber auf dem Boden der Tatsachen. Ich habe Hemmungen, so etwas vorzuschlagen, aber eine Reihe von Städten hat ihre Wirtschaft hochgepäppelt mit... ...der Zulassung von Glücksspielen. Ein Teil der Einnahmen könnte zur Unterstützung unserer unterfinanzierten öffentlichen Schulen verwendet werden. Ich muss sagen, das mit dem Glücksspiel gefällt mir. Und was meinen Sie dazu, Reverend? Ja, sobald etwas staatlich genehmigt ist, ist es nicht mehr unmoralisch. Ja! Mit dem Bau eines Casinos kann ich meinen Würgegriff um diese trostlose Stadt noch enger ziehen. Ja! Oh? Ja! Letzte Frage. Gibt es irgendwelche Einwände? Hm? Gleich Marge. Ich bin davon überzeugt, das ist unsere Wirtschaft. Hilf. Was? Ausgezeichnet. Statt aus dieser Stadt zu flüchten, bleibe ich hier und mäste mich mit Prozenten und Bestechungsfonds. Ja! Es könnte ein Neubeginn für Springfield werden. Und weißt du auch, was das Beste daran ist? Wir haben der Jugend damit einen guten Dienst erwiesen. Wir sind begeistert, dass Sie sich entschlossen haben, Ihr Casino gleich an unserem Hafen zu errichten. Ich werde die sorglosen Tage meiner Jugend auf dieser alten Promenade nie vergessen. Ach, sag mal, bist du... Oh, der junge Burns. Fahr nur weiter, mein Junge. Ah! Ah! Mein Ball ist ab, ah, verzeihen Sie. Oh, worüber habe ich gerade gelacht? Ja, richtig, über den verkrüppelten Iren. Sir, die Architekten sind da mit ein paar Modellen für Ihr Casino. Gentlemen, ich präsentiere Britannien. Glücksspiel mit dem Glitzer den Glanz der britischen Inseln. Alle Tänzerinnen und Bedienungen sind echte Britinnen. Frisches Blut aus den Straßen von Sussex. Einen frischen Drink, Gouverneur? Haut ab! So, das wäre echt geil, das Glücksspiel im Grünen. Verschwinde! Ey, mach keinen Stress. Leise rieselt der Karl. Raus! Also, ich brauche drei Schiffe und 50 kräftige Männer. Wir segeln ums Kap Horn und kommen mit Gewürzen und Seide zurück, wie ihr es euch in euren Träumen nicht vorstellen könnt. Ich will doch nur ein Casino bauen. Herr, geben Sie mir fünf Minuten. Alles Idioten. Ich werde das selbst planen. Ich weiß, was den Leuten gefällt. Es muss Sex Appeal haben und einen schicken Namen. Mom, wir veranstalten einen Geografieumzug in der Schule und ich weiß nicht, als welcher Staat ich gehen soll. Da das Glücksspiel bei uns nun offiziell erlaubt, das geht doch als Nevada. Nein, bei Nevada wirkt mein Hintern zu dick. Na schön. Warum gehst du da nicht als Florida? Du süffelst Orange, sagst du, und alle alten Leute mögen dich. Dad, was meinst du? Psst, ich versuch dem Baby beizubringen, wie man mit Karten spielt. Wozu? Ich hab einen Job im Burns Casino. Wie du weißt, war es immer schon der Traum meines Lebens, Blackjack-Dealer zu werden. Nein, der Traum deines Lebens war, Kandidatin der Gongshow zu werden, und den hast du dir vor 20 Jahren erfüllt, weißt du noch? Wir haben mehr Gongschläge gekriegt, als der Tanzroboter, der vorher gefangen hat. Hallo, ich bin der alte Schwergewichtsmeister Gary Cooney. Willkommen in Mr. Burns Casino. Wenn ich irgendwas tun kann, um Ihnen den Aufenthalt angenehmer zu machen, sagen Sie mir Bescheid. Oh, schön, danke, bis dann. Und vergessen Sie nicht, sich bei unserem VIP-Plating-Club einzuschreiben, wegen des Sonderrapports. Puttenberg, verschwinde! Oh! Mal sehen, 18, 27, 35. Die Bank verliert, da habt ihr alle wieder gewonnen. Oh, hau mal! Ich schenk dir mal einen Hut, der bringt Glück. Ich hab ihn an dem Tag getragen, als Kennedy ermordet wurde, und er hat mir seitdem immer Glück gebracht. Vielen Dank, Senator. Oh, ich werd ja gleich schon abgelöst. Komm schon, du Glück-Sieben! Papa braucht ein paar neue Gamaschen, und so ein bisschen Pinke-Pinke kann man immer gebrauchen. Achtung, süßes Leben, es geht los! Jetzt würfeln Sie doch bitte endlich! Hetzt mich nicht, ich hab Arthritis! Darf ich den Gentleman auffordern zu würfeln? Ja, ist ja gut, du neunmal kluger. Oh nein, ist das so was? Ich hab einen fallen lassen. Oh, der steckt ja in meinem Schuh. hey, Tiger, wach auf! Juhu, Jetpack! Einen Moment, bist du über eineinundzwanzig? Du etwa? Ich bin nicht befugt, das zu beantworten. Ach übrigens, eure Martini sind ekelhaft. Ja wirklich? Was hast du denn vor? Ein eigenes Casino eröffnen in deinem Baumhaus und dann lässt du all deine Freunde rein? Das würde ich zu gerne sehen. Oh ja, herzlich willkommen. Ich wünsche euch viel Glück. Wer hat's mir wirklich gezeigt? Hallo, Humi. Hey, Marge, nachdem du dich immer so gegen Glücksspiele gewährt hast, muss es dir doch komisch vorkommen, in einem Casino zu sein. Ich war für das Casino. Jetzt schlägt's aber 13. Ich erinnere mich an die Versammlung und ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Die Zulassung vom Glücksspiel ist der absolute Horror. Ein Spielcasino nur über meine Leiche. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Für Sie, der Präsident. Ja, hallo? Dann habe ich dem Präsidenten gesagt, jetzt passen Sie mal auf. March? March! Fragt sich, ob es hier ein Fundbüro gibt. Ach, was soll's. Na, wie geht's? Schön, dich zu sehen. Empfehlung an deine Freunde. Viel Glück und wie läuft's? Schick dich so aus. Und nun achtet auf die Zauberschachtel, wo ich jetzt die Katze reinstecke. Was, 21? Zählen Sie bitte die Karten nochmal zusammen. Los, machen Sie's nochmal. Dann muss ich wohl oder übel Schluss machen. Nein, bitte, 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 bitte. Tut mir leid, ich muss Streichhölzer zählen. Ich muss den Tisch verlassen. Seit der Casino-Eröffnung vor fünf Tagen haben Sie nicht mehr geschlafen, Sir. Ja, ich habe eine Marktlücke entdeckt. Die Leute strömen rein, leeren ihre Taschen und schleichen sich wieder raus. Jetzt kann ich nichts mehr aufhalten. Außer ansteckenden Mikro-Bazillen. Aber das werden wir zu verhindern, wissen Sie, Mr. Ja, natürlich, Sir. Liebe auf dem Spieltisch, das bringt Glück, Leute. Lang genau, gern Bedauern. Hui, es ist bestimmt aufregend, in einem Casino zu ackern. Ja, wir geben eine Party heute Abend, wenn du Lust hast. Hey, Marsch, du musst ein bisschen besser aufpassen, dein kleiner Bart wäre fast von dem Pony aufgefressen worden. Ach, du liebe Zeit, vielen Dank, Barney. Das hätte ich mir bestimmt niemals verziehen. Jetzt bleibst du schön da sitzen, junge Dame. Oh nein, das typische zwanghafte Verhalten, das halte ich nicht aus. Oh wow, Frevi. Halt, das sind meine Münzen. Das ist Kugelkwind, Automat. Ah, oh, 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 oh. Ich möchte kein heikles Thema ansteigen, aber reden wir über Herpes. Herpes, Herpes, Bob, Herpes, Banana, Fana, Bob, Herpes, Herpes, oh, hi, dieser Fleck auf Gorbatschows Kopf, das ist Herpes, glaubt mir. Hat hier zufällig jemand Herpes? Hä? Hä? Ihr seid das mieseste Publikum, das ich je hatte. Und du bist der mieseste Komiker, den wir kennen. Gut, dann werden wir uns eben die nächsten 90 Minuten schweigen gegenüberstehen. Von uns aus gern. Ach. Die sind alle mit widerlichen Mikroben überzogen, stimmt Smithers? Wieso, was meinen Sie, Sir? Marge, du hast auf mich gewartet? Komm, Marge, gehen wir. Geh vor, ich komm nach. Marge, ich nehm das Auto. Ich geh zu Fuß. So spät durch diese schlimme Gegend? Ja. Marge! Hau ab, du bringst mir Pech. Was? Jetzt verstehe ich, was hier vorgeht. Du bist so böse, weil alle anderen hier in der Stadt das Glück belieben, nur du nicht. Das finde ich absolut traurig. Ähm. Ja? Verzeihung, meinst du nicht, dass Sie genug gespielt haben? Nein. Nichts für ungut. Wir sind verpflichtet, alle 75 Stunden nachzufragen. Bring dir noch ein Gratis-Drink. Habt ihr nicht auch das Gefühl, dass diese Familie zerfällt? Die ganze Woche haben wir nicht einmal mit Marge gegessen. Ganz zu schweigen von meinem Kostüm für den Geografieumzug. Klappe zu, Schwesterchen. Ich muss für heute Abend noch etwas buchen. Stell dir vor, der Liza Minnelli-Parodist war Liza Minnelli selber. Es gibt leider nichts zum Frühstück. Da muss man improvisieren, Lisa. Melken. Tom Collins nix. Ein tiefgekühlter Tortenboden. Wahrscheinlich merkt Marge gar nicht, dass sie uns fehlt. Wir sollten rüber zum Casino gehen und es ihr sagen. Ach komm, Lisa, es gibt keinen Grund hier, dass du... Ach gut, gehen wir rüber zu ihr. Marge, wir müssen mit dir reden. Du verbringst viel zu viel Zeit im Casino und ich glaube, du hast ein Problem. Ich hab gestern Abend 60 Dollar gewonnen. Juhu, Problem gelöst. Smithers, ich hab ein Flugzeug entworfen. Ich nenne es den Fichten-Elch. Und es kann 200 Passagiere in 17 Minuten vom New Yorker Luftschifffahrtshafen nach Belgisch-Kongo bringen. Ein sehr hübsches Modell, Sir. Ein Modell? Mom! Hey, was? Lisa, was hast du? Ach, ich hatte einen furchtbaren Albtraum. Ja, ja, dann leg dich brav wieder hin und erzähl mir, was du geträumt hast. Ich weiß, es klingt albern, aber ich hab geträumt, dass der böse Buhmann hinter mir her war. Er hat sich versteckt und dann... Ah, der Buhmann? Nagel die Fenster zu, ich hol meine Flinte. Wart! Ich will dich nicht erschrecken, aber es könnte ein Buhmann oder mehrere Buhmänner hier im Hause sein. Ah! 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 Was ist denn hier passiert? Nichts Besonderes, Matsch. Nur ein kleiner Zwischenfall mit dem Buhmann. Es wäre alles nicht passiert, wenn du da gewesen wärst und mich gehindert hättest, Dummheiten zu machen. Ach, das tut mir aufrichtig leid. Ich verbringe wirklich zu viel Zeit im Casino. Von jetzt an werde ich öfter hier sein. Hilfst du mir dann bei meinem Kostüm? Natürlich, Schatz. Das verspreche ich dir. Danke, Mom. Genau wie im Fernsehen. Hallo, bist du vom Casino? Ich bin von einem Casino. Auch gut, gehen wir. Ich befürchte, Robert Goulet ist noch nicht eingetroffen, Sir. Na schön, beginnen Sie mit dem Auftauen von Jim Nabors. Sag mal, bist du sicher, dass das das Casino ist? Ich werde lieber meinen Manager anrufen. Ihr Manager lässt ausrichten, Sie sollen die Klappe halten. Das hat Vera gesagt. Dad, Mom hat gesagt, sie würde mir bei meinem Kostüm helfen, aber das hat sie nicht getan und heute Abend ist der Umzug. Lisa, deine Mom liebt dich immer noch. Sie macht nur jetzt gerade Karriere und drückt dem einarmigen Banditen die Hand. Aber Dad, wenn ich nicht in einem Gummianzug mit den Umrissen von Florida erscheine, mache ich mich zum Gespött der ganzen Schule. Ach, irgendwas ist aber auch immer. Erst muss ich deine schwangere Mutter ins Krankenhaus fahren, damit sie dich zur Welt bringt. Und jetzt das. Dad! Ach ja, dein Kostüm. Hallo, Florida. Ich bin kein Staat, ich bin ein Monster. Nein, Lisa, das einzige Monster, das es hier gibt, ist der Spielmonster, von dem deine Mutter besessen ist. Ich nenne es Spelor. Und es wird Zeit, deine Mutter aus deiner Nähe und Klauen zu befreien. Zwei Sterne, das heißt, alle gewinnen. Ja! Siebern die Glückssiebern. Ich kann jetzt nicht reden. Matsch! 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 Smithers, ich will nicht, dass dieser unberechenbare Irre in meinem Casino arbeitet. Gut, dann versetzen wir ihn wieder ins Kernkraftwerk. Ach, mein geliebtes Kraftwerk, es fehlt mir so. Ja, mir reicht's. Ich will mich rasieren und baden. Und nehmen Sie sofort diese Schminktuchschachtel von meinen Füßen. Jawohl, Sir. Und die Urinengläser? Na ja, die heben wir lieber auf. Auf zum Kernkraftwerk, wir nehmen den Fichten, Elch. Steigen Sie ein. Aber, Sir. Ich hab gesagt, steigen Sie ein. Ich hab's, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast. Schuhe, aber was hast du? Sprich langsam. Nein, erst denken, dann sprechen. Du hast deinem Kind gegenüber ein Versprechen gebrochen. Was? Du hast deiner Tochter Lisa versprochen, ihr bei ihrem Kostüm zu helfen. Du hast sie zum Weinen gebracht. Dann hab ich auch geweint. Nur die kleine Maggie hat gelacht. Sie ist ein unerschrockener Draufgege. Oh, Lisas Kostüm. Das hab ich ganz vergessen. Es tut mir so leid, Huma. Marge, du musst endlich einsehen, dass du vom Spielteufel besessen bist. Ich geb's zu. Du hast recht, Huma. Vielleicht sollte ich einen Spezialisten aufsuchen. Nein, das ist viel zu kostspielig. Du spielst einfach nicht mehr. Entschuldigung, Kleiner. Und einen Sonderpreis verleihen wir den beiden Schülern, deren Eltern ihnen offenbar nicht geholfen haben. Lisa Simpson und Ralph Pickham. Ich bin Eiderau. Ja, das glaub ich. Tja, Marge, zum ersten Mal in unserer Ehe kann ich endlich berechtigterweise über dich die Nase rümpfen. Du bist vom Spielteufel besessen. Das stimmt, Huma. Kannst du mir verzeihen? Aber ja. Weißt du noch, wie man mich im Kaufhaus beim Uhrenklauen erwischt hat? Ja, aber das ist gar nichts im Vergleich zu deiner Spielbesessenheit. Dann hab ich diesen entlaufenden Irren ins Haus gelassen, weil er sich als Weihnachtsmann verkleidet hatte. Aber du bist vom Spielteufel besessen. Bitte, Huma, wenn man jemandem verzeiht, darf man ihm nicht dauernd Vorwürfe machen. Das mach ich doch gar nicht. Und weißt du noch... Huma! Ach ja, das hab ich schon wieder vergessen. deuxième lange Zeit 2 1 1 3 2